Gute Hosen damit, Larry Achis Faden, Gutzig, oh mein Gott, die ist Faden, Ding ist so schräg, ich müsste so lachen, ähm, ah, da habe ich auf Max gewartet, genau, ähm, ich bin wieder zu Hause, Lia, hast du heute Zeit, Max und ich, sollte Max erst mal Bescheid sagen, ne? Ich plane einfach schon alles, ich sollte, weißt du was, das machen wir mal anders, ja, wir kommen, Moment, Max, ich habe ne Idee, Max wird eh mitmachen, denke ich, also wenn Max jetzt sagt, das wäre scheiße oder wäre keine gute Idee, dann wäre das ganz, ganz komisch, so, er ist auch schön beeinflusst, Max, ich habe ne Idee, hast du heute Zeit, melde dich, Sobald wachst du ist Fee meinte, als wir bei den Menschen da vorbeigefahren sind, dass man das D.U.L. fragt, ich hoffe, das war das D.U.L., sonst ist es gar nicht richtig peinlich Sobald wachst, wie das sind wir, ach so, ach guck mal, hier ist gar nicht so viel, das ist ja schön, ah, Hanni, hat er angerufen, am 27. Ich bin einfach ne SMS-Schreiberin, kriegst viel mehr unter, ähm, hey Hanni, du hattest, du hattest nicht angerufen, gab es etwas dringendes? Haben wir schon Geld bekommen von Hanni? Ich habe mit Ariane erstmal noch, also ich werde nicht sofort fragen Hat das Lucky Team eigentlich schon etwas über die Performance-Probleme gesagt, als ob es das so klingt, also ich weiß nicht, ob die da jetzt was gesagt haben, aber die haben es auf jeden Fall gefunden, das weiß ich Ich sehe schon Max, jo, okay, und? Ja, wie und? Ja, wie und, Max? Max ist auch, hat immer diese Tipp, also Max hat einfach auch ne eigene Art, die sonst keiner hat tatsächlich Äh, Hages, vielen, vielen Dank, Dankeschön für 25 Monate und Bio Bio, vielen Dank für deinen Prime Sub, weil es einfach gut ist, oh, Dankeschön, vielen, vielen Dank Sind Tattoos auf Lucky eigentlich permanent oder können sie auch im RP weglasern lassen? Ich glaube, du kannst sie quasi, ne, du kannst sie glaube ich nicht wegmachen lassen, aber du kannst sie, äh, quasi überstechen lassen An den gleichen Schilmassaker ein anderes Tattoo dann hin, also covern, ich glaube, das geht Wow Ich weiß, dass hier, Dennis sagt die ganze Zeit, ich soll dieses Quant V, das wollte ich auch mal ausprobieren, ich wollte mir ein paar GTA-Ordner machen, tatsächlich irgendwie alle verschiedenen Modden Vielleicht auch mit dem Auto hier, meine ich noch Ähm, 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 aber ich mag bei, bei dem Redux, mag ich halt dieses, dass du halt wirklich sehr, alles sehr farbentroh hast Eins, zwei, drei Die Sonne fliegt zu früh Ja Okay, das Auto lässt sich einfach so viel besser fahren Ohohoho So Was ich festgestellt habe, bei den Männerklamotten gibt es kaum welche, wo man Max Partner-Titel sieht, das stimmt Das stimmt tatsächlich, aber es ist auch okay, es ist okay Wir wissen ja alle, dass es da ist Ach, ja Äh, wir haben noch nicht den 30. Ähm, hm Transferleistung und Schaden Ah, aber komm, jetzt ist auch nicht mehr so viel hier, 2,6 Stunden Enestexi-Gehalt, juhu Hurra Ich habe mich auch ganz, ganz unordentlich ausgestempelt Ne, ich versuche es so Ich versuche das nicht zu vergessen und so Ich weiß, alle sehen das so super locker, aber Weiß ich nicht Ne Wie komisch das gerade ist Warte mal, ich muss mal ganz kurz für mich hier ein bisschen lauter machen So Für euch auch ein bisschen So, besser Japanisches Milchbrot Japanisches Milchbrot habe ich noch nicht gemacht Hört sich lecker an, aber hört sich auch nach sehr vielen Schmerzen für mich an Deswegen, nee Ähm, soweit Äh, soweit ist die Performance deutlich besser geworden In der Nähe von MLOs sowie das PD Ja, ist doch schon mal ganz gut Gefällt dir das Taxi? Ich bin erst einmal richtig Taxi gefahren Ich muss da wirklich reinkommen Leute, ich Meine Orientierung ist tatsächlich OOC auch für den Arsch Also Im RL, obwohl Ja, doch im RL auch oft Und hier Ist auch So Wir fahren mal ganz kurz zu der Playboy Mansion, ja Ich kann mit dem Auto ein bisschen rumfahren Es ist ja eh, äh, ist ja eh quasi noch in Phoenix Das dauert ja noch Bis zum nächsten Mal 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 Oder hier? Nee, nee, hier ist es nicht. Ich bin künftig ganz schön. Warte, ich weiß doch wo die Playboy Mansion ist. Was müsste das hier eigentlich... Nee, das Haus sieht ganz anders aus. Ah, wo ist die? Warte, hier vorne? Die war in der Nähe der Kirche. Weiß ihr? Sagt's mir. Sagt's. Sagt's mir bitte nicht. Ich guck mal kurz auf die Karte. So. Da ist sie. Oder? Ja doch, hier ist die Grotte. Da ist sie. Ja, heute ist das Santa wirklich besonders schön. Na. Voll gut. Ich hab das Gefühl, die Musik ist trotzdem laut, obwohl ich sie schon so... Hab ich vielleicht... Warte mal kurz. Geht das auch? Ah, okay. Es geht auch. Hä? War das EPC da vorne? Es sah aus, als hätte die mega Muckis. Was war das denn? Es sah aus wie so ein EPC Charakter. Ja. Ich werde dann auch... Hier sind bestimmt auch Wohnungen drin, oder? Leider ist es jetzt zu Anfang und die nicht zu Ende mache. Ich bin hier die ganze Zeit abgelenkt. An der Ampel, wenn ich mich an der Ampel dringend bin. Ich bin hier einiges. Ich bin hier einiges. Ich bin hier einiges aus. Ich bin hier einiges aus. ich liebe es hört sich einfach an wie als wäre es aus dem spiel die musik das hier mieten heute wenn wir alle zusammen werfen für barbara die ist nämlich heute ein jahr in los santos und max hatte auch sein einjähriges und da müssen wir auch noch was machen aber da kommt ja auch noch was ist das mit der mit der grotte und sowas alles und das wäre wirklich super nice ja schön hier schön hier ok ok salaya das sind nämlich die dinger die die supporter dann an ihren geschlechtsteilen hatten so ist es eigentlich gedacht war so lustig gib mir ein bisschen ich werde ich werde so langsam wach also ich war wach und jetzt habe ich halt gerade diese down phase und jetzt brauche ich noch ein bisschen auch mit dem taxijob hier in der villa kauf kann ich glaube nicht ganz kurz auf den schack warte mal information für die bevölkerung und gewerbler information für die bevölkerung in der demonstration am 26.05 kam die thematik der fahrtkosten für arbeitnehmer auf dahingeht möchten wir mitteilen dass das text im commercial office ihr anliegen aufgenommen hat und die aufgenommen hat sie bereits in verhandlungen mit den mineralölkonzernen befindet und langfristig einsparungen es liegt alles nach arianes kommentar mit den dingens nein sollte eine einigung mit den konzernen nicht möglich sein so erwägt das text preis der kerosin benzin diesel und strom ist genau das was ariane so geschrieben hat auch ich meine das ist nicht wegen ariane aber so allgemein ne dass das wenn du tanken gehst das ist so wie das das sandwich ist vier vier stück oder fünf stück so viel kosten wie ein so viel kosten wie eine tank füllung halt und das sollte so nicht sein so wir haben die möglichkeit bis zum 15 16 jahre aktuellen preise und kalkulieren wo kann man weltmarktpreise einsehen wer bestimmt das eigentlich kein lokaler produzent bestimmte durchschnittlichen weltmarkt preis unwichtig erstmal dann noch für uns aber gut wenn das ist natürlich schon mal gut wenn da die preise angepasst werden mountain herren style ja ja ich will mir eigentlich da die haare jetzt nochmal mit ariane machen lassen so ein bisschen anders einfach ja es gibt ja so viele schöne styles da aber ja ach so das habt ihr auch nicht gesehen entschuldigung ich muss natürlich so sachen die dann privat passiert sind es sind dann nie so große sachen passiert aber so ein paar informationen walter weiß hat uns noch mal angerufen der wunderschöne online war walter weiß hat angerufen und noch mal sehr sehr ausdrücklich gesagt dass wir uns von gerald fern halten sollen und er wusste irgendwie auch noch nicht dass wir gekündigt hatten und er hat gesagt und was ist denn los und ich würde das gerne wissen dann kann ich nicht sagen aber wenn sie nicht wollen dass ihr kopf in der south side einem an empfangen mast hängt dann sollten sie sich wirklich von ihnen fern halten ja und das wurde auch sehr sehr deutlich gesagt sodass ich natürlich dann auch so ok ich muss ja auf jeden fall fern halten ist krass sehr sehr krass ich weiß nicht was da los ist ich weiß wirklich nicht was da los ist es ist aber anscheinend sehr sehr ernst sehr krass interessant so deswegen wie mache ich das ich würde als city dienst aber ich müsste gucken dass gerald nicht mitkommt das heißt die dienst nur bei judy und sagen hey judy kannst du bitte alleine kommen ist aber auch irgendwie doof oder wirklich zu einem anderen friseur gehen weil ich will eigentlich mountain hand style weil wollte ich ja weiter lassen ja ich freue mich mal wenn meine grafiken benutzt werden eigentlich doch eigentlich haben wir ja ein bisschen geld aber nicht so viel geld ja neunzer tausend ja 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 hallo max äh hör zu wir müssen unbedingt was machen und ich glaube uns bleibt nicht mehr viel zeit ich habe eine idee heute abend für barbara die ist doch ein jahr hier ja du willst saufen ich nicht nur ich will also auf jeden fall auch saufen aber äh ich stehe hier gerade an diesen weißt du noch wo wir mit fee vorbeigefahren sind dieses ähm ja dieses dieses ding dieses riesengroße haus hier ich stehe da gerade quasi vorm tor ja keine ahnung wovon du redest kannst du mal kannst du vorbeikommen weil ich dir mein standort schick ja oder hast du lust mich abzuholen ich hole dich ab ich hole wo bist du denn gerade gerade bei mir zu hause ah ok ich hole dich ab bis gleich bis gleich ich wollte schon wieder falsch waren ich wollte schon wieder falsch waren meine güte ich muss sagen ich will nicht also ich bin tatsächlich glaube ich eine der wenigen person die nicht in amerika wohnen wollen irgendwie live ne aber wenn ich müsste fände ich die gegend hier schon ganz cool so so hier in einem der häuser so dann brauchen wir kurz nach hause und wir müssen unbedingt mal wieder hier zum treff zum safe zone hätte ich wirklich mal wieder bock drauf die leute sind toll da jetzt mal wieder bock auf ein bisschen minimales risiko mit ey war mein auto nein minimales risiko mit ähm ariane so wie bei den mayhams damals das war kein minimales risiko das war ich war irgendwie noch nicht bereit ich war noch nicht ready wisst ihr ne ach scheiße mechs wurde ja sogar in der ach mechs wurde ja in der villa ich bin so doof kann ich mal aufhören die ganze zeit um uns zu ziehen ich hab so noch rechtzeitig gemerkt wunderbar lobt mich wäre unbezahlbar ey in amerika sind die häuser eher aus presspappe in amerika kriegste also ich glaube in hollywood ja alles unbezahlbar aber so an sich ne häuser da kriegste viel viel günstiger als hier weil dann machst du einen windstoß und das haust ist weg das ist echt nur presspappe immer wenn die in amerika gegen die wand hauen ne denk ich mir so oder die Tür immer auflassen finde ich so strange also nicht alle ne aber in dem film finde ich das immer so befremdlich ähm ne dass wenn die irgendwie gegen die wand hauen und du siehst da wie die wände halt gemacht sind so einfach so lol what's that was that war grad für ne dose oder schuhe daheim tragen jaaa schuhe innen tragen ey ganz schlimm ganz schlimm leute wisst ihr was noch äh wisst ihr was nicht schlimm ist dass ich hier den weg jetzt mittlerweile endlich mal ausfindig kenne ja fast jede serie da was noch in der wand poste davor ja fällst larrys auto ja ich hatte irgendwie lust drauf ich glaub der kommt wir sind noch in phoenix es dauert ja bis er wieder da ist ok fährt sich so viel einfacher als der Toilet weißt du was ich grad auf venture gesehen hab was denn jemand verkauft seinen roller seine roller für wieviel 1800 ich brauch einen soll ich ihn kaufen ich brauch auch einen ja aber ich brauch den ich brauch warum brauchst du einen ich brauch einen dringender 1800 wie warte mal ich hab nicht mein eigenes auto und du hast wieviel stück ich brauch den glaub ich dringender als du zwei hab ich sogar ja ich muss den strafe machen und nen roller ach quatsch ja dann hol den dir ich mir dann auch scheißegal mach ich ja mach so jetzt muss ich ganz kurz gucken ob ich das wieder so finde ohne Navigation ich hab noch mal leider keine ahnung deshalb kann ich dir nicht helfen ja ja ich mach das schon musst du auch erstmal gerade suchen wieso brauchst du eigentlich nen roller äh das meinte lahm bevor der mich eingestellt hat dass du brauchst auf jeden fall einen roller ach so ne brauchst du eigentlich nicht das ist nur so ein gang-ding ja ich will auch dazugehören man ja und ich brauch halt einfach irgendwas womit ich fahren kann nicht dieses hässliche auto von äh hauka das ich mir geliehen hab soll ich ihm das mal sagen dass du gesagt hast er ist hässlich er weiß dass ich den hässlich finde das hab ich ihm nämlich auch schon gesagt ja dann fahr doch mit einem stratum so lange bis der noch nicht verkauft ist der ist nicht schöner oh doch der ist schöner tatsächlich ja gut der ist schon schöner aber trotzdem auch nicht gut so dann schauen wir doch mal wie weit ich eigentlich weg bin von dem ort wo ich eigentlich hingehe ich bin gespannt oh ich war noch immer nicht patrick's empire das eine mal wo ich es dann endlich geschafft habe dann können wir es ja glücklich machen die pissenelken einfach zu ne die haben sonntags geschlossen die haben aufgrund des zeiten ach ne wirklich jetzt wo ist das ach scheiße so warte ich glaub ich glaub ich müsste hier nochmal weiter und dann gleich nach rechts kann aber auch sein dass ich mich vertue aber ich schau mal sooo und bei der nächsten gelegenheit oh da ist äh dieser boxclub da wie heißt denn nochmal shamrock ja 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 hier hab ich so einen ganz komischen typen gesehen der so voll die krassen mord muskeln hatte gerade es ist voll weiß ich nicht abzuckerladen war ja da angemeldet hat nämlich hat mir gar nichts gebracht die haben dann die ganze zeit gesagt ja wir machen dann den sport und so weiter und äh kurse so boxkursen hat die ich unbedingt machen wollte und was war es am ende nichts sie haben dann gesagt nö dauert noch dauert noch dauert noch aber so lange kannst du ja das kalender benutzen um zu spielen dachte ich mir meine güte das bringt mir jetzt aber auch nicht viel so ist es dachte ich mir nehme ich auch so wir sind da äh so das war dieses angeleuchtete haus und da meinte ich ja kann man das mieten und da meinte fehl irgendwas von 3000 dollar erinnerst du dich jetzt aber ich kann mir mal nachfragen ah diese hochzeitslocation genau genau das würde ich gerne für heute aber meinst du es klicken wir hin aber meinst du es klicken wir hin die o.l? beschwerdemanagement wieso haben die fünf verschiedene department of labor department of labor beschwerdemanagement department of labor finanzkasse department of labor gewerbegründung department of labor mitarbeiter department of labor wirtschaftsprüfung wirtschaftsprüfung das hört sich das hört sich so das hört sich einfach schon so an dass wir gar nichts damit zu tun haben wollen so ist es 913 danke mich wofür also also wenn das wirklich 3000 ist dann können wir das ja wenn wir uns mit Jo zusammenfangen können wir uns das eventuell leisten aber alles da drüber wird schwierig ja stimmt fantastischen abend max queen mein name und zwar habe ich eine frage ist ich habe eine info bekommen dass es dieses jahr um dieses große haus beleuchtete haus rock fort hills glaube ich ist das hier kümmern so in der nähe von 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 highway wo manche leute heiraten wissen sie was ich meine kann sein das so angeleuchtet das sieht aus wie eine playboy villa fantastisch ja gäbe es da eine chance das irgendwie heute abend zu mieten hm wird das trotzdem klappen das war fantastisch das war fantastisch das war fantastisch dann erwarte ich einfach einen rückruf von ihnen dankeschön tschüssi also die klärt es gerade mit der leitung aber das ist wohl sehr kurzfristig aber theoretisch möglich oh das wäre der hammer komm ich fahre erstmal das auto zurück und dann nehmen wir meins ist Barbara wach? äh weiß ich nicht ich bin eigentlich fünf minuten bevor du mich angerufen hast das ist aufgestanden oh dann müssen wir Lia noch Bescheid sagen vielleicht gibt Lia ja auch was dazu wenn es klappt äh Lia ist vielleicht können wir noch Jo fragen wie genau Lia Jo du ich ähm eigentlich noch jemanden wir könnten noch Ding fragen Lami ob der Bock hat ja könnten wir Lami Sophie ja so alle bekannten halt ne ich guck mal kurz durch ähm Gute Idee daran hab ich gar nicht gedacht David ist ja leider nicht da oder wie oh man ey das vielleicht hat ja Isabel Lust aber warte mal kennt Isabel ähm Barbara? das ist ja Barbaras Tag ja klar kennt Isabel Barbara ich würd's aber eigentlich gern mit mit also du müsst bestimmt was extra haben ne weil ansonsten hätte man euch beide zusammenlegen können dass wir euch beide feiern dass ihr ein Jahr da seid ich brauch keine Feier ach ne ach ne wenn ihr wollt ihr könnts dann zusammenlegen oder dann feiern wir einfach ja guck mal dann kannst du Hauke und Colin noch einladen nämlich äh äh ich kann Colin fragen ob er Bock hat und Hauke kann ich auch mal schreiben ob er heute Abend kommen will wobei ja gut ne ja doch ja seh ich ach ok weißt du Colin will nämlich nicht bei mir übernachten weil er nämlich Hauke nicht kennt ok ich frag mich ob ich mittlerweile bei dir übernachten könnte glaub wieso nicht er war so lieb zu mir am Telefon meine Güte er hat dir doch gesagt du bist immer herzlich willkommen ja ja kann er mich auch adaptieren bitte pfff nein ich würd ihn aber gerne mehr kennenlernen tatsächlich so weit weiß ich nicht ach so viel Liebe hatte ich in meiner Familie nie empfangen außer von Bob so warte äh ich muss achso ich bin drauf warte mal ich pack das mal hier vorne da wo der Rima parkt sonst wundert er sich und denkt sich wo ist denn mein Auto ok ich schau mal eben in meine Mails gar nichts ich brauch mein neues Profilbild was neues Profilbild ne ich brauch eins ne ich brauch eins oh ich mach eins von dir wenn du magst wo machen wir das denn am besten noch haben wir ein bisschen Sonne ach das letzte hab ich einfach echt spontan gemacht und das ist so gut ich glaub das bekomm ich nicht nochmal so gut hin hm ich könnte so ein fake Paparazzi Bild von dir machen aber wenn ich du wär ja das wär cool also wenn ich du wär ich würd eins Homo ohne machen also wegen dem Tattoo also wegen dem Tattoo hm nicht weil da sieht man ein Tattoo oder halt mit so nem mit so nem äh hm wie heißen die Dinger mit so nem Rippenshirt ne Hangtop? ja genau hört sich eigentlich echt gut an ja oder? weißt du was fahren wir kurz zu mir nach Hause dann zieh ich mich eben um gut machen wir wir müssen uns aber wirklich beeilen dann ne? ach du du wohnst ne warte du wohnst ne warte du wohnst oh Gott jetzt ich weiß du wohnst für mich an drei Orten gleichzeitig weiß du das eigentlich ganz schlimm eigentlich hab ich nur ein Wohnort ist aber ganz schlimm ach ne ich muss ja gar nicht da unten ich muss ja hier vorne ach ne doch nicht ah ist ja doch wieder da unten so also zu dir ich tauche äh ist wahrscheinlich arbeiten oder? äh ich hab ihm heute noch gar nicht geschrieben ich könnte ihm eigentlich mal wieder schreiben warte mal vielleicht kann ich Larry heute ein bisschen abfüllen mal ich glaub manchmal bin ich ein bisschen zu oft Larry abfüllen? ja kann ich auch schon lange nicht mehr ähm was meinst du mit äh auf den ich du bei Hauke? ja meine Güte wieso? weiß nicht wirkt irgendwie so ich weiß nicht ich kann dir aber auch keinen Grund nennen es wirkt einfach irgendwie ein bisschen so aber wirkt das so von seiner Seite aus oder oder bist du das einfach? nö von seiner Seite aus gar nicht das bin ich einfach kenn ich das Gefühl tatsächlich hab ich auch meistens aber unbegründet ja vielleicht ist es auch hier unbegründet aber ich bin da glaub ich schon mittlerweile ein bisschen vorsichtlicher boah die Zeitautos die hängen so weit auf der Straße teilweise wenn die da vorne so ein Zeug dran haben musst du echt aufpassen wenn die dran vorbeichern ja und wen rufst du dann an? die Polizei wenn die ein Problem haben ne? äh wenn wir ein Problem haben mit denen fantastisch ja ja und dann sagen die was willst du tun ich bin die Polizei ich bin das Gesetz mhm krass einfach nur krass und wie hast du was kam eigentlich bei der was? entschuldigung ich hab mich nur erschrocken weil äh du hast mir so ins Ohr geschrien ja? echt? okay so was meinst du? was? ist nicht so wichtig was wolltest du sagen? ne gar nichts du hast gesagt was kam eigentlich bei mhm raus warte mal ich dreh mal hier die Richtung hab ich aber auch nicht gesagt vergessen oh scheiße ja bist du auch noch so ein bisschen betröppelt ich bin ein bisschen betröppelt irgendwie wir sind nicht ziemlich schnell um okay bye man lass mich ruhig ich find's immer noch sehr cool ich kenne dass es richtig hoch geht vorne ah Mist ich muss schon wieder pinkeln hm die Handbremse ja ja das ist die Hand also ich weiß nicht wo auf dem Controller wo da die Handbremse ist wo ist auf dem Controller für GTA die Handbremse? wo? ich kann halt nur ich kann halt hier vor und zurück und wenn ich beide festhatt dann hab ich halt das wo ist die die scheiß Handbremse hier wie bei Herr Helmut yeah weiß das jemand? R1? nee R1 ist obwohl warte mal Dankeschön ich hasse mich ich hasse mich geil Entschuldigung ich hasse mich so sehr ja oh wie schön man damit bremsen kann aber ich mach ihn mal so steigen sie ein es geht los es geht los wiii gut fast unfälle gebaut ja ich wollte oh dreimal was denn? dreimal fast unfälle gebaut gefahren ja aber ich hab's geschafft und wir sind auch nicht im Wasser gelandet hurra so ok Max das sehe ich aber auch jedes Mal wenn ich dort langfahre ich weiß wo die Sonne meistens am schönsten ist es ist bei mir in der Ecke in dem Park da scheint jemand so richtig schön um diese Zeit durch die Bäume auf meinst du diesen Golfpark? nee gegenüber bei gegenüber von unserer Wohnung tatsächlich ach so wo wir grad eben lang gelaufen sind oder also es geht ja wirklich nur um eine viel Welt von dir ich mach ein paar und schick dir die dann ich will ich will dass mein Auto richtig hoch empfangen Wollen wir das denn machen? ich weiß dass äh ich weiß nicht ob das bei dem Auto geht aber ich weiß dass äh äh Harald was machen kann Harald weiß ich der verkauft sein Auto aber zur Zeit ja leider kein Geld sonst hab ich's echt geholt ich find's cool mach dein Auto ich würde da nicht gerne sitzen also es ich mag ja Harald aber ich möchte nicht sein altes Auto haben er furzt ziemlich viel und er wechselt seine Windel einmal im Monat das werde ich einmal richtig durchlüften und dann ein bisschen äh weiß ich nicht ähm das musst du einmal komplett desinfizieren weißt du er kackt da auch oder was glaub ich nicht am besten stetilisieren ja weiß ich nicht vielleicht blubbert das ja weil da schon kack in der Windel ist eh ist blubbert ja wenn das um den Pfiff drin ist ach ich guck kurz ob meine Nachbarn geantwortet haben wie geantwortet haben was hast du da gemacht ich weiß nicht ich war die ganze Zeit ich hatte doch ein Post-it reingetan ich habe meine Nachbarn gegrüßt was okay ähm hör auf immer in die Müllton zu schauen vielleicht könnte das ich jetzt mal noch eine Nachricht warte mal nur eine wirklich nur noch eine liebe liebe grüße liebe grüße von eurer Nachbarin das war's ganz ganz wenig nur ich hoffe dass es ganz ganz wenig ist ich lege den hier ganz vorsichtig oben drauf auf den Deckel genau auf den ja ne so warte mal ich muss den okay ich muss da ganz kurz mit der Hand nur kurz ne ist nur ein Karton ist nur ein Karton ja guck mal die ganzen fliegen drum herum es ist aber nur ein Karton der ist auch nicht versifft gar nichts so okay los geht's ich muss gleich danach nur kurz ich kann nur kurz Hände waschen gehen ich fühle mich heglich ja aber die Sonne Max die Sonne oh mein Gott nein wir können uns keine Hände waschen okay aber fass bitte nichts an ich muss mein Handy anfassen aber ich hab wirklich guck mal ich hab nichts an den Händen es war wirklich nur ein trockener Karton den ich zur Seite geschoben ja Bakterien sieht man nicht ne ach quatsch aber ich muss euch eh auf Toilette schnell wir müssen es beeilen oh mein Gott warte Max kannst du dich hier warte stell dich mal stell dich mal hier so hin hier so die Richtung soll ich mich wirklich einfach so hinstellen ja wir brauchen noch äh wir brauchen noch du brauchst noch ne Pose ich kann jetzt auch ich mach jetzt ein paar Fotos das ist wirklich nochmal ganz kurz äh damit wir so viel wie möglich haben mir liegt grad wie wärs wenn ich so von der Seite lache äh von der Seite von der Seite lache also solchen Seiten ah oh ja warte mal kannst du das nochmal machen ok warte ich mach trotzdem mal eins von hier oben ne komm mal mit Max komm mit oh 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 wie das authentisch aus wenn ich lache aber nicht lache dabei lehn dich ja bitte richtig cool an ja richtig cool also so wie du es dankeschön oh soll ich oh ich was denn soll ich vielleicht lieber friedlich schauen nein nein du kannst äh schauen bitte mal an warte das red am besten erstmal gar nicht ja warte hm das ist schon mal echt gut sagst du bleibst du du kannst mich du kannst mich du kannst mich so ein bisschen angucken ja ja nochmal warte hä okay oh Gott ich stehe die ganze Zeit Paris ist ja die ganze Zeit mein Auto überall so okay jetzt kommen wir ein bisschen näher ran warte oh oh ja oh perfekt oh Mix ich glaub wir haben hier was richtig tolles grad am laufen ich geh mal auf die Toilette und ich könnte oder warte mal wir können auch gerne noch mehr Fotos machen wenn du mal äh weiß ich nicht wenn du sagst wer meinst dann ist das eigentlich okay also wir haben äh mehrere Fotos tatsächlich also halt ein perfektes gutes wie auch immer es ist ein perfektes komm mit okay dann gehen wir erstmal zu mir und ich hoffe dass die UL ruft zurück oh mein Gott was ist denn gar nicht so früh ich hab's zumindest gesagt ich hoffe meine Güte ja dann rufe ich nochmal an ja weil bei so bei so Amtssachen hab ich immer voll Angst dass die einen dann vergessen also spätestens um halb acht rufe ich nochmal an okay ist die Hose bequem wie du anhörst ja ja es geeeet ja ist schon angenehmer Stoff aber ich würde die nicht jeden Tag tragen wollen ah verstehe Aphrodonis hat heute auch nicht auf ne ne die haben ja Fixie Empire Zeiten 18 bis 21 Uhr und danach öffnet Aphrodonis aber die selben Tage haben sie geschlossen ruf doch mal Mäcki an sag mal der soll halt Fixie Empire aufmachen nicht so ne gute Idee warum wenn er dir das das letzte mal gesagt hat dass er gerne was machen würde ohne na dann äh ja dann lädst du ihn ja heute ein ich bin ach ja stimmt ah ich weiß was du meinst hä ja aber ist doch egal du kannst dich ja trotzdem mit ihm treffen ist offen er bin ich dabei wie man nicht sagt dann sagst du bist in einer Beziehung aber Colin äh schreibt da jemand äh ist egal ich geh mal ich bin sofort oh das stimmt auch wieder ne ich bin auch immer nicht ganz drüber hinweg ja ich jetzt bin ich wieder jetzt bin ich wieder bisschen komisch Sekunde so ich geh mal kurz pinkeln und dann mach ich aber direkt auch gleich die Fotos hier also ich schick ihnen die dann per äh Venture Kühnchen oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, da bin ich wieder. Dann muss ich jetzt mal ganz kurz in den Screenshot-Ordner und die Sachen, weil du hast ja das Old-Wie-Zeichen, soll ja natürlich nicht da, oh, dabei sein. Oh, wer im GTA jetzt an ist? Okay, das wird lustig. So, ich brauche mal ein paar Minütchen, Entschuldigung, damit ich hier für Max irgendwie Froth das mal raussuchen kann. Beziehungsweise rausschneiden kann. So, das wäre Bildnummer, machen wir gleich im Ordner, Max. Bildnummer 1, ihr seht das gerade alles nicht, Entschuldigung. Bildnummer 1, ein Koma. Bildnummer 2, Hammer, sehr geil. Bildnummer 2, so. Ich habe jetzt ganz viele gemacht, ne, ich schicke jetzt aber nur mal ein paar. Die sind jetzt auch nicht bearbeitet, das wird Ariane gleich Max auch sagen, dass sie da halt noch was machen kann. Ja, ich darf echt nicht zu viele machen. Oh, das noch. Das ist sehr geil. Fünf. Mist, wo Max lacht, ist irgendwie auch ganz nice. Ja, ich muss die alle mal in Ruhe bearbeiten, so. Ich will jetzt auch nicht so lange damit irgendwie Zeit hier bringen. Dann lade ich die mal kurz hoch. Oder kann man auf Venture eigentlich... Warte mal, ich gucke mal ganz kurz. Guckt man auf Venture vielleicht auch mehrere Bilder? Warte, muss ich nochmal kurz in den Talk sehen. Ich habe immer Angst, dass es gibt Ordner, die dürft ihr noch nicht sehen. Moment, ob ich auf Venture mehrere Bilder hochladen kann, dann mache ich das nämlich. Obwohl ist ja auch doof, dann sieht Max die ja nicht. Ah. Shit. Shit, warte, ich kann euch die Bilder zeigen. Warte, ich bin drüber. So, Moment. Also, ich habe jetzt nur so ein paar Mal rausgeschnitten. Wie gesagt, die sind jetzt ja nicht bearbeitet. Aber guck mal, hier sieht man auch den Ohrring so schön. Das hier. Das hier. Das finde ich halt voll cool. Ich mag die, die wir von da an gemacht haben, mag ich. Und das hier mal finde ich irgendwie ganz geil. Hier kannst du sowas Schönes, hier kannst du sowas Schönes bearbeiten. Aber das hier finde ich voll geil. Eigentlich, oder? Also ich mag das. Ich mag das. So, dann laden wir das mit. Kurz hoch. For that Max. Boah, ja, so Lichtanfall ist echt immer geil. Es sei denn, du hast was für Summits und so, wo du eigentlich ein Foto brauchst, wo das eben nicht ist. Aber ansonsten finde ich das auch mal so richtig schön auf Bildern. So, schauen wir mal Max kurz. Eine Nachricht. Max, 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 Queen. Deine neuen Profil... Profilbilder. Profilbilder. Noch nicht bearbeitet. Max? Ja? Guck mal in deine Venture-Mails. Ich habe dir jetzt ein paar schon mal geschickt. Die sind aber nicht bearbeitet. Wenn du willst, kann ich das machen. Aber nur, dass du so schon mal Bescheid weißt. Das, wo du so anlehnst, finde ich, so cool anlehnst. Das finde ich irgendwie ganz nice. Ja. Ariane's Venture-Bild ist das von einer alten Haus-Mutti, sagt Barbara. Sagen Barbara und Max. Ich kann dir ja gleich auch zeigen. Ich muss dir nochmal mein eigenes kurz angucken. Das muss ich ja auch ändern, weil die Sache ist ja auch wie eine Haus-Mutti daraus. Es fehlen nur noch diese Blumen drumherum und ganz viele Glitzereffekte. Das ist ein Schraus, den Mary mir geschenkt hat. Mann. Das ist schön. Ja. Vielleicht steckst du dir noch eine Rose in deine Haare und dann machst du davon ein Foto und lädst es hoch. Dann hast du den vollen Mutti-Style. Vielleicht lade ich auch einfach ein Foto von einer einzelnen Rose, die ich von meinem Freund gekriegt habe, weil der scheiß Adventure war und dann war wieder alles gut. Max Queen. Du wurdest richtig... Also das ist mir zu einfach gemacht, finde ich. Was? Gelsite, Gatekeep, Gölbos. Du musst dein Profil mal wirklich ändern. Ja, denke ich auch, ne? Wir sind wieder Gelsite. Also das für den Gelsite, Gatekeep, Gölbos behalte ich. Das habe ich ja extra noch eingefügt. Ah, guck mal hier, ich habe... Von den Bildern, die du mir geschickt hast. Ja. Die Nummer drei finde ich am besten. Ja, dann ladest du doch vorübergehend erstmal... Ja, ladest du hoch. Ja. Nummer drei. Ich habe noch mehr, aber ich habe es jetzt gemacht, als ich auf Toilette war und ich saß zu lange schon über meinen Pipi. Was? Ich saß schon zu lange über meinen Pipi. Ich habe noch nicht abgezogen und sag das. Das war mir unangenehm. Oh. Ey, ich muss das nochmal kurz ein bisschen anpassen, dass du warte, war. Ja. Oh mein Gott, wer ruft mich den Kopf an. Ich kann jetzt nicht, ich muss kurz schnell ein Profilbild ändern, bevor es jemand sieht. Besser. Hast du die gemacht? Ja. Oh, 912, da ist es. Hallöchen. Put mir die Daumen. Guten Tag. Mit was denn? Oh, geil. Oh, Hallöchen. So ist es. Fantastisch, ja. Ihre Stimmlage hat mich schon verraten, sie sind ein Glückspilz. So ist es. Wie viel kostet das denn? Oh, meine Güte. Rifa, danke schön. So ist es. Einjähriges feiern wir dann, so ist es. Mhm. Gut, kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Gut. Das bekommen wir hin. Gibt es denn so eine Rechnung quasi per Mail? Mhm. Oh, wir kriegen das heute, what the fuck? Alles klar, dann kommen wir einfach gleich vorbei. Dankeschön. Dann bis gleich. Tschüssi. Adriana, das ist super billig. Eine Stunde 150 Dollar. Eine Stunde? Wie viel, wie viel sollen wir buchen, dann vier, fünf? Äh, ich hätte gesagt, von 21 Uhr bis, äh, ja, fünf Stunden, bis zwei, hätte ich gesagt. Von 21 bis, äh, ich hab gesehen, wir müssen Badeanzüge mitnehmen, aber weißt du was, die scheiße Badeanzüge hier. Aber wir, äh, ich hab noch gar keinen. Ja, wof, auf meiner, auf meiner Navigate, da warst du ja gesehen. Ja, ich, da gibt's auch einen Pool. Echt? Den konnte ich aber nicht sehen vom Tor aus. Ja, nimm doch einen mit. Wie, was ist das denn für einer? Äh, was für ein Pool? Ja. Ich weiß es nicht, war das noch nicht, ich weiß nur, äh, also ich hab den mal gesehen, aber, äh, wie tief der und so ist, war keine Ahnung. Okay, wir müssen zu Barsars, ich brauch einen sexy Badeanzüge. Ja, und ich brauch überhaupt einen Badeanzüge, äh, du hast du nicht schon tausend? Ja, nee, ich, ähm, lange Geschichte, ich hab ne Bade, also ich brauch ein Bikini. Ähm, ja, dann ab zu Barsars. Gut, gehen wir zu Barsars. Aber erst mal die neue Schlüssel holen. Hoffentlich ist Barbara rein. Ja, okay, holen wir die Schlüssel. Oh. Ich freu mich grad so hart einfach. Also meine Güte, das ist ja wirklich sehr billig. Das ist wirklich richtig billig. Warte mal, jetzt müssen wir kurz rechnen. Das sind dann 750 Dollar für fünf Stunden. Ja, cool. Weißt du was? Oder wir machen einen tausend draus und, äh, gönnen uns gleich schon. Und dann zahlt jeder einfach einen Ball. Du willst jetzt bei Barsars einkaufen gehen? Ach so, scheiße, nee. Ja, ich hab vergessen, dass Barsars ja Nieren kostet. So ist es. Aber kann auch sein, dass sie sagen, wenn wir jetzt schon den Schlüssel haben wollen, dann müssen wir halt auch jetzt gleich ab von der Stunde bezahlen. Aber gut, 150 Dollar, also das sind ja keine 3.000, meine Güte. Ich dachte auch 3.000, wow. Also wenn Barbara heiratet, muss man das dann mieten. Ja, ich meine auch 3.000, hätte ich gehört. Geil. Einfach geil. Hammer. Max? Ja? Das bleibt nur in unserer Bubble. Die Info, dass man das mieten kann. Okay? Ach so. Ja, ich glaube, das ist nicht so eine Info, die super geheim ist. Doch. Doch, er hätte mir, er hat uns, also, hätte das Fee nicht gesagt, hätte ich davon nicht gewusst. Also ganz im Ernst. Also ja, ich auch nicht, aber ich denke, das ist halt so ein Ding, das spricht sich halt drum, wenn man sich, wenn man nach Heiratslocations fragt und so. Hm. Haben wir, ähm, wie machen wir das denn jetzt? Zuerst Barsars? Hat Barsars auch? Weil ich würde zuerst Barsars und dann schüsseln vielleicht. Die haben... Oder hat die OE auch? ... von 16 bis 18 Uhr offen. Okay, da rufe ich mein Barsars an. Ähm. Ähm. Äh, ich sch... Warte mal, ich schaue mal bei Thrift Shop. Ob die offen haben. Oh Gott. Die haben... Ja, da werde ich gerne auch hin. Es ist ja noch nichts gepostet. Ich glaube, die haben heute noch nicht offen. Können wir aber auch anrufen. Ich habe noch einen Gutschein für den Thrift Shop. Den würde ich sowieso auch dann mal einlösen. Wenn sie ja fragt, wer den Gutschein hat, aber ich habe einen über 100 Dollar. Äh, und wir müssen dann ganz viel Alkohol kaufen. In der Villa habe ich auf jeden Fall viel. Aber dann würde ich es tatsächlich separat kaufen, weil den Alkohol habe ich eigentlich auch gegeben. Weil wir haben auch noch ganz viel. Und ich bin froh, wenn der weg ist, weil wir wirklich ganz viel haben. Ist damit voll, ja. Also im Arbeitszimmer habe ich halt den ganzen Alkohol verstaucht. Ich habe den Weg zum Duel ohne gewonnen und habe ihn gefunden. Glückwunsch, Ariane. Juhu. Ich bin so fucking stolz auf mich. Sogar während wir geredet haben. Ja, meine Güte. Wir sind jetzt los einfach. So, let's go. Hast du irgendwelche Waffen dabei? Äh, nur mein geiles Aussehen. Ich würde gerade sagen, nur deine spitze Nase. Halt die Fresse. Du hast den kleinen Pimmel. Du hast den noch nie gesehen. Ja, aber ich sag einfach, dass der klein ist. Wieso? Oh, da ist doch ein geiles Autokon. Ist Caprio da, meine Güte. Echt? Und es so, dass sie halt da... Ja, ich will Caprio haben. Ich will Easy Caprio haben. Ja, Easy Caprio wollen wir auch sagen. Hallöchen, sie müssen es bestimmt befummeln. Ich gehe schon mal an die Wand. Genau. Ich gehe dir auch schon mal an die Wand, oder? Warten Sie einen kleinen Augenblick. Okay. Wenn Sie nichts dagegen haben, macht das der Kollege dann gleich. Okay, alles da. Ich toste noch einmal ab, nicht erschrecken. Okay, perfekt. Dann können Sie schon mal durchgehen, ja? Dankeschön. So, die Dame noch einmal. Ja. Ist das in Ordnung, wenn ich das bei Ihnen mache? Natürlich, natürlich. Okay, perfekt. So, haben Sie Schafe oder spitze Gegenstände dabei? Äh, nein. Okay, dann schauen wir doch mal kurz. So, nicht erschrecken, ich muss Sie nur einmal kurz abtasten. Sie haben ja nicht, also Sie können ja nicht viel verstecken. Sie haben ja nicht große Taschen oder so dabei. Genau. Okay, dann passt das auch. Dann können Sie durchgehen. Ich wünsche einen schönen Abend und viel Spaß. Wünsche Ihnen auch. Dankeschön. Ciao. Schönen guten Abend. Ich habe bestimmt mit einem von Ihnen reizenden Damen gesprochen, wegen dieser... Ist so korrekt. Genau. Wegen der Richmond-Villa. So ist es. Mhm. Haben Sie denn jetzt noch ungefähr einen Zeitraum, die Sie die jetzt mieten möchten? Ähm. Kann man den Schlüssel quasi trotzdem gleich mitnehmen oder sollen wir da nochmal vorbeikommen? Weil wenn wir den jetzt mitnehmen... Ich glaube, da wird sich gerade darum gekümmert, dass Sie den Schlüssel mitnehmen können. Ah, okay. Waren Sie es heute? Also genau so ist es nämlich heute. Geplant wäre von 21 Uhr bis 2 Uhr. Aber wenn Sie sagen, wenn Sie jetzt einen Schlüssel mitnehmen und dann gilt es ab jetzt, weil Sie haben ja einen Schlüssel und so weiter, Zugang, dann würde ich es natürlich ab jetzt machen. 21 bis 2 Uhr sagten Sie jetzt. So ist es. Okay. Gut. Also wenn Sie wollen, können Sie sich nur noch kurz hinsetzen. Ich glaube, es wird sich gerade gekümmert. Ja, deswegen... Okay. Kein Problem. ...wenn Sie gerne links oder rechts und wenn Sie noch einen Kaffee oder sowas brauchen, dann einfach bei uns melden. Kein Problem. Danke schön. Ariane, ich möchte die Magazine durchlesen. Okay. Ich möchte mir meine Haare vielleicht machen. Ich habe Lust, heute eine andere Frisur zu tragen. Was denn für eine? Äh, diese mit den Locken vielleicht. Ich weiß nicht, bin mir nicht sicher, aber ich hätte irgendwie Lust, mich heute richtig schön rauszuputzen dafür. Wir müssen wirklich Barbara unbedingt Bescheid geben. Ariane? Ja? Hier ist so ein Treue-Test. Den möchte ich mit dir ausfüllen. Ein Treue-Test? Oh, und Jo, müssen wir anrufen. Äh, okay, ja, mach mal. Äh, dann. Ich habe hier bestimmt noch irgendwo ein... Die Musik zu laut? Nee, oder? Ariane, welches Kompliment könnte von Ihnen sein? Bei dir kann ich irgendwie ich selbst sein? Was für ein Kompliment? Oder du hast eine super Figur? Äh, also Kompliment an mich? Dann, was mir mein Partner geben würde? Also, was würde Larry zu dir am ehesten als Kompliment sagen? Bei dir kann ich irgendwie ich selbst sein? A. B. Was für ein Kompliment? Also so quasi, der macht mir keine Komplimente. Oder C. Du hast eine super Figur? Also, was er zu mir sagen würde, du hast eine super Figur. Zweite Frage. Worüber startet ihr am häufigsten? A. Darüber, dass er unaufmerksam mir gegenüber ist. B. Darüber, dass er viel zu eifersüchtig ist. Oder C. Darüber, dass er findet, dass ich klammere. A. C. Ist euer Sexleben wie immer oder anders als vorher? A. Irgendwie will er ständig neue Sachen im Bett ausprobieren. B. Wir schlafen kaum noch miteinander. Oder C. Nein, alles ist wie immer. Ist euer Sexleben wie immer oder anders als vorher? A. Irgendwie will er ständig neue Sachen im Bett ausprobieren. B. Wir schlafen kaum noch miteinander. Oder C. Nein, alles ist wie immer. Also, ich würde eigentlich B nehmen, weil er tatsächlich sehr auf den Phoenix ist. Aber das ist ja dann kein Grund, oder? Aber ich würde, glaube ich, dann B nehmen. Er ist nicht mehr so... weniger als vorher oder genau so viel. Ja, weil er... Sein Körper ist ja nicht anwesend. Aber war öfter davor anwesend der Körper? Verdammt, was ich denn da... Ähm... Ja, er will Neues ausprobieren. Ähm, ich nehme A, weil er hat jetzt nämlich so... Er hat so ein Ding mit meinen Waden, letztlich. Ganz schlimm. Du hast Sorgen und redest mit ihm darüber. Wie reagiert er? Ah, er hört mir brav zu, aber ich merke, dass es ihn nicht wirklich interessiert. Nee, er hört mir zu und gibt mir so gut, er kann Ratschläge, oder C. Ich erzähle ihm eher selten von meinen Sorgen, weil er selbst zu viel um die Ohren sagt. Oh, warte, das ist jetzt schwierig. Nee, ich nehme A. Ich nehme wirklich ehrlicherweise A. Okay. Du müsstest kurz etwas an seinem Rechner checken, weil dein Computer gerade kaputt ist. Wie reagiert er? A, sein Rechner ist tabu. B, er leiht mir selbstverständlich seinen Rechner. C, er lässt mich an seinen Rechner, bleibt aber daneben sitzen, weil er denkt, ich mache irgendwas kaputt. Äh, C. Kannst du das Ganze mit Harry heute mal machen? Das würde mich interessieren. Ja, kann ich machen. Ich nehme einfach das Magazin mit. Hm. Lässt er sein Handy offen rum liegen? A, nein, sein Handy kriege ich eigentlich nie zu sehen. B, ja, das liegt ständig irgendwie offen rum. C, mal so, mal so. Hm, C. Ist dein Partner neuerdings öfters allein unterwegs? Länger bei der Arbeit oder mit Freunden verabredet, von denen du nie gehört hast? Ja oder nein? Nochmal die Frage bitte? Ist dein Partner neuerdings öfters alleine unterwegs? Länger bei der Arbeit oder mit Freunden verabredet, von denen du nie gehört hast? Letzte Zeit vermietet er sehr viel Zeit mit mir, also äh, nein. Hat sich dein Partner verändert in der letzten Zeit? A, er ist oft launisch und verschlossen. B, er ist eigentlich wie immer. C, er achtet mehr auf sein Aussehen, trägt neue Klamotten und hat Sport. A, wann hat er dir das letzte Mal eine Freude gemacht? A, an meinem Geburtstag. B, er bringt mir öfters überraschend kleine Geschenke mit. C, ich kann mich nicht erinnern. Das passt eigentlich alles nicht so sehr. Er hat mir eine Freude gemacht, indem er mich überrascht hat mit dem Essen. Also ich würde dann B nehmen. Dein Freund fährt beruflich oder mit Freunden übers Wochenende weg. Meldet er sich? A, ja, wir telefonieren mehrmals am Tag. B, eigentlich nur sehr sporadisch. C, er hat mir schon vorher gesagt, dass er es eher selten schaffen wird, sich zu melden. A, wie reagiert er, wenn du ihm Untreue unterstellst? A, ich würde ihn nie drauf ansprechen. B, er ist total sauer und aufgebracht. C, er findet meine Eifersucht süß. C, ein Misstrauen scheint unbegründet. Willst du die Extended-Version? Ja, gerne. Dein Partner mag sich und scheinbar sind es andere Gründe, warum es gerade nicht so super zwischen und glopft. Eine andere Frau scheint eher nicht dahinter zu stecken. Suche am besten das Gespräch mit ihm und frag ihn, was ihn belastet. Warte einen ruhigen Moment ab, indem er und du entspannt seid und sag ihm, dass er mit dir reden kann, wenn ihn etwas betrifft. Brauchen Sie einen Kaffee oder irgendwas zu essen? Ne, danke schön. Wir machen gerade nur dieses Magazin. Meine Güte, wussten Sie, dass da... Hier setzt sich anscheinend nie jemand hin. Hier gibt es so ganz tolle Fragebogen hinten, so wie bei so einer Teenager-Zeitschrift, wo man dann hinten die Fragen ankreuzt. Okay, ja dann viel Spaß dabei. Dankeschön. Okay, finde ich aber... Bitte stell Larry die gleichen Fragen und du kannst ihm auch sagen, was ich geantwortet habe. Hast du das notiert? Ich nehme das Magazin einfach mit. Ja. Da. Hier sind noch weitere Tests, sowas wie... Beste-Freunde-Test, äh... Sitzt ja nicht mal so, das ist echt geil. Warte mal. Wir müssen den Beste-Freunde-Test machen. Ja, warte, okay. Gut. Oh, äh, gut. Ähm, ja. Du bei mir oder ich bei dir? Wie du machst? Dann mach du bei mir. Ähm, obwohl du hast das Magazin, ähm, ja schon in der Hand. Du liest dir die Fragen vor. Okay, dann liest du dir die Fragen vor und du beantwortest sie dann, ne? Nee, du beantwortest sie dann. Achso, okay, okay. Was ist mir am wichtigsten im Leben? Freundschaft oder Familie? Bei, ähm, naja, Freunde... Deine Freunde sind deine Familie. Ähm, deswegen würde ich... Was... Oh, wir machen... Freunde. Freunde sind dir das Wichtigste. Gut, äh, diese Frage überspringe ich mal, weil ich mag weder Stand noch Salz wiegen als Urlaubsziehen. Okay. Oh, was ist mein Lieblingsnachtisch? Mein Lieblingsnachtisch. Meine Lieblingslässe sind Cupcakes oder Torten? Also eher. Cupcakes. Hast du recht. Oh. Wenn du im Lotto... Putz die Dachse. Also wenn ich im Lotto gewinnen würde, was würdest du... Äh, was würde ich mir kaufen? Eine Vilo oder ein schnelles Auto? Äh, du würdest dir eine Villa kaufen. Hast du recht, meine Güte. Uh. Welche dieser Wörter beschreiben mich am besten? Nett, lustig. Äh, also nett oder lustig? Mhm. Lustig. Ja? Ja. Was ist mein perfekter Abend? Film mit Fronten, Party im Club? Party im Club. Ich? Was würde ich hier auf einer einsamen Insel mitnehmen? Ein Handy oder ein Messer? Oh, das ist... Oh, das ist schwierig. Ähm. Ich glaube, aber du würdest dein Handy mitnehmen. Danke für den Raid, Putzi. Dankeschön. Müsste ich selber tatsächlich überlegen. Aber ich glaube tatsächlich, das wäre das Messer. Je nachdem, wie viel Empfang man hat, ne? Oh, okay. Aber ja, okay. Ich mach mal. Ja gut. Lieblingsblume. Rose oder Lidia? Das habe ich ja noch nie gesagt. Rose. Würde ich sagen. Ich schätze so ein bisschen ab. Ich denke tatsächlich auch. Du hast dich so über die Rose von Colin gefreut, dass du sogar alles um dich herum vergessen hast. Okay, ja. Oh mein Gott. Wo würdest du mit deinem Seelenverwand... Also, wo würde ich mit meinem Seelenverwand eher hingehen? Paris oder Venedig? Also, ich denke, mit Seelenverwand, das lohnt dich jemand. Wo du mit mir hingehen würdest? Paris oder Venedig? Ich glaube, Paris. Ich würde auch Paris nehmen. Was ist meine Lieblings-Eissorte? Vanille oder Schokolade? Vanille? Hast du recht, meine Güte. Oh, wow. Ja, cool. Also, Best Friends ist das Ergebnis. Ja, wie geil ist das denn? Ja, nice. Sollen wir den nochmal umgekehrt machen? Ja. Du musst dir selber die Fragen stellen, weil ich ganz ehrlich sagen, ich habe hier gerade so einen Nagel. Der ist ein bisschen eingerissen. Den muss ich nur kurz ein bisschen... Kein Problem. Ach, nervt so. Da ist nur ein zweiter Bogen, da nehme ich den ja einfach, weil ich den jetzt voll gekritzt habe. Okay. Also, die Frage ist, was ist dein Lieblings-Nachtisch? Cupcakes, Torten, Kekse oder Donuts? Ich würde tatsächlich... Kekse würde ich nicht nehmen. Donuts bin ich mir auch... Ich glaube, ich würde auch Cupcakes sagen. Ja, wenn ich mich zwischen ein, drei entscheiden müsste, auch definitiv Cupcakes. Denke ich nämlich auch. So. Wenn du im Lotto gewinnen würdest. Villa, schnelles Auto, Designerkleidung oder Privatflugzeug? Es... Ja, also da... Na, Designerkleidung oder Villa. Ich bin mir unsicher, du hast so viel Kleidung und so viel geile Kleidung und... Es wäre, denke ich, die Villa. Ja, es wäre die Villa. Mein großer Traum. Mein neuer großer Traum. So ist es. Lieblingstanzstil? Ballett, Salsa, Walzer oder Tango? Ich glaube fast... Hm. Ich würde fast auf Tango oder Salsa tippen. Warte, ganz im Ernst, ich kann gar nicht tanzen. Du siehst ja, wie ich immer tanze. Es ist ja immer ganz unkoordiniert. Deswegen, die Fragen kann ich dir selber gar nicht beantworten. Ich könnte mir selber auch nicht gut beantworten. Aber ich denke, irgendwas körpernah ist. Ich würde jetzt fast Tango sagen. Das ist wahrscheinlich so ein Test für so eher alte Gittes oder so. So ist es. Ja. Welches dieser Wörter beschreibt dich am besten? Nett, lustig, ernst, wütend, nett. Oh, dankeschön. Ja, ich bin auch nett. Ja, ich bin nett. Bei dir wäre es Party im Club. Ich dachte, bei dir wäre Party im Club. Hm, nicht so wirklich, nee. Oh, wow. Ist es bei dir Party im Club? Ja, natürlich. Ich bin vor die Party-Maus. So, einsame Insel. Handy, Messer, Son-Spray, Taschenlampe. Ich glaube, du würdest... Ich glaube, irgendwie, du würdest Son-Spray mitnehmen. Nochmal, bitte. Ist das was mit der einsamen Insel? Ja, Handy, Messer, Taschenlampe, Son-Spray. Ich glaube, du würdest Son-Spray mitnehmen. Ja, ich möchte doch mal... Mein Aussehen ist mir halt so super wichtig, weißt du? Ich möchte nicht früh Falten kriegen. Da hast du aber auch recht. Meine Güte, Sonnencreme im Gesicht ist das Wichtigste im Leben. Ja, auf jeden Fall. Finde ich gut, dass du... Ja, finde ich sehr gut. Rose, Lilie, Tulpe oder Gänseblümchen? Ich würde tatsächlich... Äh... Irgendwie... Weiß nicht, irgendwie sehe ich Gänseblümchen bei dir, ne? Wenn Larry mir eine Rose bringen würde oder eine Lilie? Wäre das so, habe ich schon gehabt. Wenn Larry mir ein Gänseblümchen bringen würde, Also, das finde ich sehr süß, ja. Dann Gänseblümchen. Denk nämlich auch Gänseblümchen. So, Seelenverwandte hingehen. Paris, Venedig, Chicago, Dubai. Ähm... Ja, doch, da würde ich... Paris wäre auf jeden Fall was für dich und Larry. Venedig, finde ich allgemein irgendwie ein bisschen interessant. Chicago... Hm... Ich glaube, es wäre Dubai. Ne, es wäre Chicago. Echt? Okay. Ich glaube, in Dubai kann man nicht saufen. Oh, das weiß ich nicht. Lieblings-Eissorte. Vanille, Schokolade, Himbeerminze. Irgendwie... Ich bin unentschlossen zwischen Himbeerminze und Minze. Wäre aber beides tatsächlich falsch. Echt? Schokolade? Oder Vanille? Ich war ja schon hier oft bei der... Also eigentlich ist es... Ja... Wenn ich... Also wenn, dann wäre es immer Schokolade. Okay. Bei Patties habe ich meistens immer Schokolade bestellt. Ja. Ergebnis gute Freunde. Nein, wir sind beste Freunde. Wir müssen... Wir werden das... Wir werden das verschaffen. Ich liebe dich mehr als du mich. Aber es ist okay. Oh mein Gott. Nein, macht ihr nichts aus solchen Tests. Wirklich. Aber ich finde das super interessant. Ich werde mal Jo kurz... Ich werde mal Jo kurz... Ich werde mal Jo angucken. Ja, aber den brauchen wir auf jeden Fall mit dabei. Und dann schaue ich mal gleich in den Thrift Shop. Ich bin so richtig geil und sexy Bikini. Okay, Jo nehme ich ab. Und dann schaue ich mal kurz. Und dann schaue ich mal kurz auf. Och Mann. Montag meine Güte. Dann äh... Oh, vielleicht gibt es woanders noch irgendwelche Badehosen oder so. Ich hoffe. Ah, ich wollte halt eben was special. Und dann schaue ich mal kurz auf. Ich meine, ich habe einen roten Badeanzug, aber der ist auch nicht so. Obwohl, weißt du was? Doch, ich habe doch meine Sport-Oberteile, die kann ich als Bikini-Oberteil anziehen. Die habe ich jetzt in allen möglichen Farben, auch denk dir. Weißt du, was wir eigentlich mal auf Venture posten könnten? Was denn? Sooski, bitte fügt zu eurem Profil euer Pronomen dazu. Damit unterstützt ihr oder zeigt, dass ihr, ich weiß schon, für Transpinser seid und so weiter. Ich habe das Gefühl, dass sich dann vielleicht einige eher schlecht fühlen würden, weil sie das noch nicht gemacht haben oder so. Das vielleicht, ich weiß nicht. Ich fände eigentlich, also dieses noch nicht gemacht. Das sollte immer so jedem selbst überlassen sein, weißt du. Das ist so ein bisschen Zeit, dass ihr dafür seid, weil wenn nicht, dann seid ihr dagegen. Da bin ich immer so ein bisschen... Achso, ja gut, da habe ich es noch nicht gesehen. Da bin ich immer so ein bisschen... Das kann halt so eine zweiseitige Wirkung halt haben. Deswegen finde ich das heute freiwillig... Du hast da auch wieder recht. Nee, du kannst es ja machen. Das kommt bestimmt auch gut an. Bestimmt auch für die Safe Zone. Leber mit Zwiebeln. Was für ein Ding mit Zwiebeln? Leber mit Zwiebeln. Leber mit Zwiebeln und dazu Pfeffer und Salz. Wusstest du, dass manche Leute Plazenta essen? Bei ihr, das ist eklig. Wusstest du, dass das Ei die Periode von einem Huhn ist? Was? Echt? Das wusste ich nicht. Wusstest du, dass manche Stierpenisse essen? Bitte was, nochmal? Dass manche den Penis vom Stier essen. Bei ihr, warum? Irgendwie zur Kultur halt. Wusstest du, dass Hummeln auch Honig machen? Hummeln? Mhm. Ja. Aber dass sie... Und weißt du auch, wieso wir den Honig nicht essen von den Hummeln? Nee. Weil die Bienen produzieren es, um zu überwintern. Und die Hummeln quasi... Also die Hummeln quasi... Oh Gott, jetzt gehe ich nicht mehr zusammen. Die Hummeln machen das so ein bisschen, um sich selbst zu ernähren einfach. Die Bienen machen das, damit sie überwintern können. Fürs nächste Volk und so weiter und so fort. Deswegen haben die auch so viel. Aber die Hummeln haben leider viel zu wenig, weil die den selber verbrauchen. Und deswegen kann man den nicht ernten. Oh, die armen Hummeln. Bibi Hummeln. Oh mein Gott, ich liebe Hummeln. Hummeln sind so süß. Oh, jetzt tut mir das so leid. Ja, ich tut mir das so leid. Ich liebe so wenig Honig zum Westen. Hast den Hummeln den Honig auf jeden Fall. So, nochmal ganz kurz. Also es kommt jetzt jeden Moment die Leitung runter und gibt ihnen dann die Zugangskarte. Okay, danke schön. Gerne. Ich finde dich auch direkt schon wieder. Oh, als hätte ich es herausgefahren. So ist es. Wie viele Karten brauchen Sie? Äh, theoretisch noch eine. Theoretisch noch eine. Oh mein. Das ist eigentlich auch. Bitteschön. Dankeschön. Wanns? Wie können? Oder sollen wir einfach... Die Musik zu laut heute, Leute? Oder sollen wir die wieder zurückbringen? Bis wann wollen Sie The Witchman wieder denn haben? 21 bis 2 Uhr, sagten die Herrschaft. 21 bis 2 Uhr. Es ist... Entschuldigen, ich hatte kurz so ein Piepen im Ohr. Ja, alles gut. 21 bis 2 Uhr. Was hatten wir da kurz? Weil ich persönlich finde die irgendwie zu laut heute. Ja, ja. Hattest du mir so... Wie viele Stunden sind denn das? 5, ne? Äh, ja. Mach mal 500 raus. Okay. Merke ich so. Hm. Ich würde die einfach im Laufe des Morgentages sperren und dann... Was ist das? Okay. Kein Problem. Also brauchen Sie nichts zurückbringen. Können Sie sich im Grün stellen oder wegwerfen. Was auch immer. Oh, okay. Mit der Schneide aus Drogen. Äh, Schere. Schneide. Das mach ich gerne. Ja, brauchen Sie noch irgendwie Ausfluss oder so für Menschenrechnung und so weiter? Ja, den können Sie mir gleich noch eben zeigen. Okay, mach ich. Jetzt im Voraus können wir das nicht bezahlen, oder? Ich kann das auch ein paar Karte einziehen. Das wäre natürlich direkt fantastisch. Dann brauchten wir auch keine Rechnung und so weiter. Dann mach ich das erstmal, Max. Dann kümmerst du dich dann später noch wegen Alkohol. Okay. Dann würde ich das machen. Mhm. Oh, das ist ja fantastisch, dass es direkt so geklappt hat. Einmal die Karte drauflegen. Mhm. Okay. Und nochmal perfekt. Super. Gut. Oh, ich freue mich. Ich habe ganz viel Spaß. Danke dir. Schönen Abend. Vielen, vielen Dank. Schönen Abend noch. Danke. Tschüss. Tschüssi. Ach, tschuldigung. Hast du die Karte gekriegt? Ja. Oh, wie geil. Ich freue mich so. Waren das jetzt nur 500 Dollar? Ja. Meine Güte. Oh mein Gott, wie nett. Ist ja doch nicht so eine Pissnelke. Das ist mir wirklich voll lieb. Oh Gott, ist der das? Das ist er. Oh mein Gott, denn der wüsste, dass es Überabler ist. Oh mein Gott. Das darf ich nie erfahren. Weißt du, wie witzig das ist, wenn ich das jemandem vom Dior erzähle und die bepissen sich erstmal. Ich fand den voll nett. Oh mein Gott. Ja, der ist auch normalerweise nett. Der hat halt bloß ein bisschen Stock um den Arsch. Oh, ich schien aber gerade eher lockerer zu sein. Vielleicht hat er sich ja geändert. Ich hoffe. Ja gut, jetzt. Ich meine Güte, normal wären es jetzt 250 mehr. Ich denke, wie gemein, dass ich das so sage. Ja, nö. War eigentlich wirklich sehr nett. Seine Frau hat mich vor einem Jahr dann hier im Dior behandelt. Begrüßt. Wie auch immer. Behandelt. Ich weiß nicht, was ich das am besten sage. Aber Max? Wir gehen jetzt mal gucken. Ja. Ich wieder jetzt. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ist die jetzt schon freigeschaltet? Ach so. Oh. Wir können ja mal schauen. Ansonsten gehen wir erstmal ein bisschen Alkohol kaufen und nochmal Badeklamotten und so. Ja. Du kannst bei Bars was anrufen. Ich meine, die machen sogar für einen auf. Also, ja doch. Die machen auch für einen auf, wenn man anruft. Aber dann müsste man natürlich auf jeden Fall was kaufen. Ich weiß gar nicht, wo ich hinfahre. 444 777. Ja, ich brauche eh Badeklamotten. Also, ich werde definitiv das kaufen. Was ist denn hier los? Du warst gerade wie ein Sugar Daddy. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Haben die Fika gezeigt. Hallöchen Max Green mein Name. Kurze Frage. Sie haben heute wahrscheinlich nicht geöffnet, oder? Gäbst da irgendwie eine winzig kleine Chance, dass man das nochmal ganz kurz öffnet? Dankeschön. 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 Wir rufen gleich nochmal an. Oh, super. Ich bin halt ein bisschen doof. Warte mal. Ich muss das Beutel nochmal ganz kurz suchen. So, ganz fertig. Boah, das wäre natürlich auch geil. So, Barbara. Barbara hat bestimmt so ein Leo-Print-Bikini, oder? Sie hat einen Leo-Print-Sportanzug, aber gibt es einen Leo-Print-Bikini? Ich weiß. Ich weiß, dass es den bei, äh, entweder gibt es den bei Barthes, aber den gab es mal beim Suburban. Ich glaube, Barbie ist nicht so, die Bikini-Frau, die zeigt ja nicht gerne Bauch. Vielleicht. Ja, okay. Aber sie kannst es auch, ne? Ich glaube, wenn... Theoretisch. Ja, ähm... Weißt du, ob sie einen Badeanzug hat, so einen Ganzkörper-Badeanzug? Also, ich habe auf jeden Fall einen. In Rot und einen Schwarz. Aber hat sie einen? Weil dann könnten wir den gleich für Schwarz, äh, in Schwarz für sie mitkaufen. Ja, aber ich kann doch ihr meinen einfach auch geben, dann... Achso, ja, kannst du auch. Wie du willst. Weil ich glaube, da... Aber das... Ja, das... Ich kann ihn mitnehmen, ähm... Aber ich würde dich da nicht mal... Du... Du in so Badeshows, da bin ich mal gespannt gleich. Ja, ich bin auch gespannt. Vielleicht haben die noch andere... Klar, oh, Anruf. Okay. Hallöchen. Oh, fantastisch, Lebensrettung. Vielen, vielen Dank, dann treffen wir uns gleich. Tschüssi. Sag mal, hast du heute eine Glücksträhne mit den Leuten? Ja, anscheinend, meine Güte, heute muss ich auf jeden Fall noch Karten legen. Ich merke, ich bin mit dem Universum verbunden. Ja, und bitte mach mit Larry diesen Treue-Test da, dass wir voll cool sind. Ich bin gespannt, ob er das gleiche antwortet. Wie kann er auch nicht? So ist es. Oh, meine Güte, wie edel. Oh. Ich möchte hier wohnen. Ja, ich auch. Wer kann's gut? Oh mein Gott. Kann man hier reinfahren? Du kannst doch mit dem Auto hier reinfahren. Stimmt. Ja, okay, das machen wir dann später. Ja, machen wir dann später. Ich glaube... Ich weiß gar nicht, wie... Das muss so riesig sein. Oh, meine Güte, stell dir mal vor, du wohnst hier. Du hast es im Leben geschafft, ne? Man hat es dann wirklich geschafft, ja. Meine Güte, guck dir, das ist ein Schloss. Oh, wenn Larry... Larry braucht noch ein bisschen, bis sein Flug landet. Ich würde ihn so gerne verarschen und sagen, ich habe das gekauft. Oh, auf Kredit. Das wär's, ne? Stell dir mal vor, du willst von zu Hause weg, denn aber bist noch immer zu Hause. Oh, ja. So wirkt das nämlich. Hammer. Oh, guck mal, Max, wie schön. Oh. Oh, das sieht... Oh, die ist ja so schön beleuchtet, ne? Oh mein Gott, heute Abend. Ich freue mich so. Aber Barbara wird Augen machen. Oh, wunderschön. Meine Güte, ne? Meine Güte. Weißt du was? Wir ziehen Barbara irgendwas über den Kopf, dass sie gar nicht sieht, wohin die gefahren wird. Das soll Yodan bei ihr machen. Ja, auf jeden Fall, ne? Boah. Und die haben auch gemeint, hier gibt es zwei Kühlschränke, wo wir dann ein ganzes Alkohol reintun können. Oh, wie geil. Okay, warte. Was ist das denn da vorne? Das ist ja komisch. Warte mal kurz. Ja. Da hat mir kurz ein Bein gejuckt. Alles gut. Muss ich nur kurz schauen, wo die Kühlschränke sind oder ob man da rein kann oder ob das nur dieses Platz ist. Da vorne ist auch schon so ein kleines Licht. Guck mal, das geht dann bestimmt... Das hier wird, glaube ich, angeleuchtet, oder? Gute Frage. Ich glaube aber schon, ja. Warte mal kurz. Ich schaue hier mal. Verschlossen. Ich gucke mal weiter hin. Verschlossen. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo so ein Outdoor... Warte mal da vorne. Max, ich muss da hin. Warte auf mich. Komm, ich glaube da vorne ist so ein Grillplatz oder so. Da könnte es vielleicht was geben. Los, Max, rennen. Oh mein Gott. Parcours. Oh mein Gott, guck mal, so viel Wasser. Wow. Da hinten, da hinten ist so ein Grillding. Oh mein Gott, das gehört alles zu haben. Wir müssen viele Leute heute einladen. Meine Güte. Und die sollen Barbara und dir auf jeden Fall Geld schenken heute. Geld schenken. Ja, was denn? Ja. Habt ihr euch verdient? Meine Fresse. Gibt es da so einen Kühlschrank? Hier will ich meinen Geburtstag feiern. Oh meine Güte. Ja, das ist eine gute Idee, meine Güte. Max, was ist das da drin? Weiß nicht. Zieh dich aus. Oh meine Güte. Zieh dich aus. Oh mein Gott. Oh, das ist eigentlich angenehm. Ah, Kloa. Oh. Oh mein Gott. Wow, meine Güte. Oh mein Gott. Oh, hier muss Barbara heißen. Oh, wie geil ist das denn hier? Wow. Oh mein Gott, hätte ich irgendwann geheiratet, sagen wir so. Oh mein Gott, das wäre der Ort. Das wäre einfach der Ort. Oh, hier sehe ich es, ne? Wollen wir Wetthauchen machen? Wetthauchen? Komm, let's go. Okay. Ich kann das gut. Ich kann das auch gut. Okay. Warte. Drei. Zwei. Zwei. Eins. Wow, Max. Meine Güte. Angeber. Weißt du was? Du kannst ruhig weiter da tauchen. Ich fühle mich jetzt wie eine reiche Bitch. Barbara, willst du dich so fühlen? Ich lege mich jetzt hier hin. Du bist ja verrückt. Du bist ja verrückt. Ich bin gut darin. Äh? Ähm. Meine Güte. Ariane, du bist ein richtiges Bunny Girl. Nein, nein, wie sagt man dazu? Ähm. Ich, äh. Oh. Ähm. Ich fühle mal, ich, das ist das, was ich im Leben verdient habe, wirklich. Oh mein Gott, das, das sieht, warte mal. Oh, das sieht toll aus. Mach davon ein Profilbild. Nee, ist das zu natt? Ich habe mein Handy da vorne bei den Klamotten. Ganz leider nicht verrückt. Kacke. Gibt es hier keinen anderen? Oh Gott, Max, sind wir scheiße? Sind wir scheiße oder was? Das ist wirklich nur das, was ich im Leben verdient habe, ne? Wir hätten einfach hier reingehen können. Warte, wo kannst du meine Sachen? 21 Uhr, ja, kein Problem. Oh Max. Oh, hier, guck mal, die Lichter, hier. Oh, das ist schon so schön. Oh. Ich bin so dumm. Oh, wir müssen dann gleich zuweilen, was 20 Uhr haben sie gesagt. Was? 20 Uhr haben sie gesagt. Aber hier sind es vielleicht, ja, genau. Gibt es irgendwo ein Klavier? Boah, das wäre es, ne? Oh, das wird ein wunderschöner Abend heute werden. Ich weiß es einfach. Oh, genau. Oh, ich weiß es nicht, was ich hatte. Oh, oh. Jetzt waren wir noch ein Barkeeper. Ich darf meine Haare trockenen, schnell wieder. Ähm. Guck mal, ob du hier die Kühlschränke aufbekommst. Ah, ja, 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 ja. Klappt. Oh, perfect. So ein elektrisches Bla-Bla-Bla-Ton. Wow, meine Güte, da ist sogar ganz viel Platz. Oh. Oh, mein Gott. Ja gut, dann müsstest du das auf jeden Fall mit Essen und Saufen befüllen, ne? Oh, sowas von. Ja, dann bin ich gespannt. Ich freu mich so sehr. Ich freu mich wirklich. Ich versuch mal... Ach ja, unbedingt ein Klavier, weil... Dann plane ich was für deinen Geburtstag. Was? Für meinen Geburtstag? Nee, für meinen Geburtstag muss ich nichts planen. Ich weiß gar nicht, ob ich an meinem Geburtstag... Ähm. Ach doch. Ähm. Ich ruf mal Barbara an. Wir müssen unbedingt Jo erreichen. Oh, ich erreiche die natürlich nicht. Meine Güte, wie groß ist das denn hier bitte? Wow. Merkst du, das ist so krass, dass das alles geklappt hat? Ich fasse es immer noch nicht. Ja, meine Güte, ne? Das war wirklich sehr kurzfristig, aber... Oh. Und trotzdem... Oh, guck mal, die haben schon die Lichter angemacht. Oder war das gerade eben auch schon? Äh, die Lichter hier? Weiß ich gerade gar nicht. Wann kommen die bunten Lichter? Ich weiß nicht. Egal, gehen wir erstmal zu Beirat. Okay, ja. Hm. Ach, ich möchte hier wohnen. Ja, hier auch. Du bist ja trotzdem noch in der Stadt, aber du hast trotzdem so deinen ganzen eigenen Bereich hier. So ist es. Also das ist so groß, du kannst von zu Hause weg, dann bist du noch immer zu Hause, ne? Ja, wunderbar. Oh, ich bin so leidisch. Da vorne können wir parken, auch geil. Also, Gästeliste. Also, ich muss sagen, wir sollten sowas nochmal spontan. Ich bin jetzt schon hin und weg, wie krass das klappt. Also Lamy, Sophie, Ava, also ganz LS Taxi. Hm? Ähm, außer Gerhard, aus Gründen halt. Herr Weiß hat mich ja auch nochmal angerufen. Ähm. Und, äh, ja. Also die... Aber warte mal, wir können auch hier raus. Also die, mit dem Barbara viel zu tun hat, von NSX Samuels. Ja. Oh, nee, wir können doch nicht hier raus. Ja, okay. Gott, wir brauchen jemanden, der die ganze Zeit Musik spielt. Oh, oh, ja. Super. Vielleicht schaffen wir es noch irgendwie, einen DJ zu beauftragen. Boah, ist aber dann auch wieder kostenfrei. Aber, und ob der dann halt so die Musik hat, die wir hören. Ja, das ist ja immer das Problem, so ein bisschen. Ach, wir kriegen schon hin. Die meiste Zeit werden wir uns ja eh anunterhalten. Kannst du mir Barthas auf dem Navi mal markieren? Mhm. Geiler Scheiß einfach. Boah, ich bin so hin und weg. Oh, ist denn hier los? Oh, da sind Leute, öff die. Genau, das. 500 Dollar pro Tag, ich miete das Ding für immer. Ja. Schauen wir das auch als Wikipfer. Oh, hoppala. Dankeschön. Man hat halt echt nur den Ort davor, ne? Und, äh. Aber ein drin ist abgeschlossen, wahrscheinlich. Ne, keine Ahnung, was da gemacht wird. Das ist ja sehr nice. Ich denke, man hat gehört jemanden Privaten, der vermietet halt die Außenlocation. Ja, wahrscheinlich so ist es, ne? Ist wahrscheinlich so sein Ferienhaus, aber vermietet es dann. Ja. Würde ich auch nicht wollen, dass jemand auf meinem Bad schläft. Genau, Dito. Ich würde das auch nicht von jemandem versauen lassen. Max? Ja? Wir sind ein tolles Team, wir beide. So ist es. Babys Hochzeit kann kommen. Weißt du was? Wir werden das Ding so rocken. Oh, ich bin falsch verfallen. Ja. Wir werden das Ding so krass rocken einfach. Wir müssen mal ganz viel Geld spannen, weil Feuerwerk ist da auf jeden Fall auch, nur man muss. Auf jeden Fall. Sie wird eine absolute, sie wird die Hochzeit bekommen, die ich nur wollte. Und das wird ballern, Bruder, sagst du. Oh, und dann braucht sie so einen, äh, so einen Schleier, der übers Gesicht geht und den sie dann so nach hinten werfen kann. Ja, oh mein Gott. Oh, ich würde es dir so wünschen. Und dann muss sie am Ende noch so Blumen werfen und jemand muss auf jeden Fall Blumenmädchen spielen, dann überall halt so, äh, aber Babys natürlich, hat natürlich kein normales Blumenmädchen verdient, die Rosenblätter wirft, sondern ganze Blumensträuße. Oh mein Gott, ja. Oh. Wir müssen, ach man, ich, oh warte mal, wo ist denn die Nummer da? Ach, da vorne. Oh, ich sehe das alles einfach so. Ich sehe sie auch so einfach. Oh, ich sehe sie auch so schön. Let's go. Hörst du, das mit der Villa ist ein super Geheimtipp einfach. Ich werde das, ich werde das wirklich nur ausgewählten Leuten sagen. Wollt mir auf jeden Fall nicht zu viel sagen. Wahrscheinlich war es deshalb halt so ein Ding, auch. Wahrscheinlich war es deshalb so ein Ding, dass wir das direkt buchen konnten, weil, ne, niemand weiß Bescheid. Ja, irgendwas sagt mir, dass es bald aufgebucht wird. Oh, fantastisch der Abend. Vielen, vielen Dank, dass Sie nochmal aufmachen. Ein Problem. Das ist wirklich sehr lief. Ein Problem. Was suchen Sie denn? Ähm, also, ja. Das ist wirklich brauche ich, äh, definitiv heute Badekleidung und vielleicht die Sportkleidung. Genau, ich auch. Und die Dame auch und eine Freundin von uns vielleicht auch. Okay, dann mache ich alle Regale auf. Ein Moment. Dankeschön. Dankeschön. Mist, ich habe Barbara noch nicht erreicht und Jo auch nicht. Dankeschön. Markus? Ich glaube, hier sind aber nur Männer, ich sage, oder? Echt? Oh. Nee, hier sind auch, hier sind Bikinis für Frauen. Oh, wow. Wie viele sind das denn? Hm. Oh mein Gott. Nicht erschrecken, ich habe die Tür wieder abgeschlossen, nur dass dann sonst keiner hier reinkommt. Okay, super. Alles klar, Dankeschön. Boah, am liebsten würde ich jetzt die ganz, auch mein Po. Nein, hier die Fenster nicht, ne? Ich würde mich einfach direkt hier umziehen. Ja, ich, ich auch. Weil ich hier... Oh, Blüten-Schwimm-Shorts, da sehe ich mich irgendwie. Was sind denn super Shorts? Boah, meine Güte. Wow. Also gelber Bikini ist auch irgendwie ganz nett. Oh, ich bin so... ...verunsichert. Ich weiß nicht genau, was ich nehmen soll. Ich gehe mich mal kurz umziehen und probieren, ne? Okay. Okay. Und dann mache ichones gut. Ich gehe mal kurz, was ich mehr hooked. So, jetzt macht mir ein bisschenTION. Oh, ich bin so... Alles klar, wie ich circa das so... Bis dahil. ... Hast du noch... So, diese eine Leggings will ich jetzt doch unbedingt haben, die fand ich nicht einfach ganz geil. Ne, das ist die gar nicht, ah shit, jetzt gehen wir mal, okay, oh irgendwie, also irgendwie noch nicht ganz, aber irgendwie, der hat schon was, der hat schon was, der ist schon ein bisschen besonderer, als einfach nur halt normal farbig. Den Totenköpfen würde ich eigentlich gerne nehmen, ach wie gut, oh okay. Dann kannst du dich sogar umgezogen. Ja, das ist die Lucienne Bikini, gerne mal gucken, und den Dix Bikini, die hören sich nämlich alle super interessant an für mich, und den mit den schwarzen Blumen, abstrakt wilder, schwarze Blumen Bikini, den würde ich mir auch gerne mal angucken. So. Okay nochmal. Backstage. Da muss ich mal trinken und essen noch, was? Chat ist sprachlos, was? Wie, was, was, was los? auf keinen fall pink aber irgendwie auch nicht oh nee nee noch nicht was geht schnöcke schwarzer blumen bikini wilder bikini bikinose aqua hawaii blauer bikini kreuzbikini gestreiter inseldruck sonnenuntergang sonnenuntergang hört sich an wie etwas was ariane stehen könnte orange gestreiter kreuzbikini orange kitty bikini pink melo bikini umberteil schwarz-grau sand und honigfarben der hört sich gelb an vielleicht am sonntag ja so schicke möpse dankeschön der sieht eigentlich gar nicht mal so scheiße aus der gefällt mir irgendwie den könnte ich colin mitnehmen ok obwohl gelb gelb ist ja irgendwie auch meins verdammt also da ist auf jeden fall die passenden schuhe dazu ja schicke 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 oh mein Gott schicke oh schicke oh mein Gott in der nest ich glaube ich habe ihn Moment ich glaube wir haben ihn Moment jetzt müssen wir erstmal wieder alles zurückpacken ich will den Leuten nicht noch mehr Arbeit machen deswegen versuche ich das hier was haben wir jetzt den Honigbaben Honigbaben Trig oder? Great erstmal nochmal ganz kurz der Ding hier Scheiße Leute Hilfe so warte mal Mist ich hasse mich so sehr Mist Oh der ist bestimmt auch voll geil aber ach du Scheiße okay ich muss die doch halt so hinpacken ich muss die doch so hinpacken weil kriege ich hier alles nicht mehr zusammen das ist ja furchtbar Bikinihose Sonnuntergang aber hier zu den Bikinihosen Nope die muss auch wieder zu den Bikinihosen wo war sie? da so die beiden die ich runtergepackt hatte wo sind sie? ja die beiden so bei dem Merlot können wir aber auch schon mal die Hose suchen hier muss ich schwarz-weiß gepunktet Kacke ah hier diese Merlot Farbe die war es halt bei Ariane also die war es halt jetzt wirklich was zum Auto boah das war einfach boah cool erstmal nochmal was ist das? Yellow Wings die wollte ich gar nicht mitnehmen nein ich habe was Falsches genommen hä Hello Kitty das wollte ich auch nicht oh da haben wir no ich habe wohl die Falschen mitgenommen jetzt das war doch White Stripe oder so also die Entscheidung ist eigentlich gefallen das ist so das ist irgendwie sehr nice Max Max ich finde es der sieht geil aus passt mega gut zu deinen Hand hm juhu dann hole ich den hast du zufällig noch eine Hand frei? ähm gib mir eine Sekunde ja dann habe ich einen Anfall jetzt habe ich einen Anfall oh nee warte mal weißt du was gibt die mir nochmal zurück ja Moment mhm bitteschön gibt es ja auch Schuhe ich gebe dir so lange meine Rose hihi oh danke schön diese Rose wir haben hier Schuhe ja aber nur für Ding für äh für Sport so 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 weißt schon so Jogging ja 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 meine ich ja aber die gibt es halt nur für die Herzen wahrscheinlich ne ne auch für Damen glaube ich also hier in dem Regal jetzt oh ja ich genau das wollte ich mal gucken ach nee doch nicht oh gut dann gehe ich mal die Mitte ja gut gut ja gut ja okay gut ja 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 Wo ist die scheiß Jacke? Wo ist die scheiß Jacke? Ich bin doch da gerade in Jagd, da ist nicht so viele coole Sachen. Ach so, was ist das? Die Hosen würde ich noch gerne. Die sind hier. Oh nein, 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 erst recht nicht, nein, obwohl sie ist gerade schön entspannt. Und noch ist es entspannt, ja. Aber ja, finde ich gerade auch. Oh, guck mal. Das passt, äh, wie, äh? Das passt alles irgendwie voll zusammen, what the fuck. Ach ja, ist nicht die. Ich würde eigentlich gerne diese schwarze noch mitnehmen. Wo ist die? Ne, nicht die. Das ist so eine, hier, die hier ist das. Die will ich mit Ariane mitnehmen. Habe ich mir so ausreden lassen. Habe es seitdem halt immer bereut. Okay, dann wären wir bei 216 Dollar. Gut, ich würde ganz kurz zum ATM gehen, wenn das okay ist. Ja, kein Problem. Die Tür müsste auf sein. Ja. Okay. So, ich hätte auch, ich hätte drei Teile. Oder soll ich erst warten, bis, äh... Ne, alles gut, ich lege das gerade kurz hier unten rein. Einen Moment. Ja. Okay. Gut, ich hätte einmal diese Leggings hier. Mhm. Und einmal die Bikinihose und das Bikini-Oberta... Äh... Max, jetzt reiß mir doch nicht die Sachen aus der Hand. Kannst du vielleicht machen? Es war die Sehnsucht, okay? Ja. Du wolltest es dir nochmal genau angucken, damit ich keinen Fehlkauf mache. Das ist gut. Ähm... Jetzt einen Moment, dann gebe ich kurz dem, dann die Sachen. Das ist so eine Gewohnheitssache. Ich habe früher so eine Dragqueen-Spiele gefahren. Boah, RP wird heute richtig wild. RP wird heute richtig wild werden. Ich freue mich. Ich freue mich richtig. Ich freue mich dazu sehr. Ja, das ist gut. Dankeschön. Kein Problem. So, dann muss ich das auch noch kurz eintragen. Ich meine, immerhin klaut Ariane ja hier nicht, ne? Oh, Rose. Da hinten. Oh, Baby, Rose. Oh, hier, Rose und Ariane auf ein Foto nehmen. Vielleicht überlegen wir ihn noch zu Friseur sein, oder? Wieso? Ich weiß es nicht. Aber weißt du was? Vielleicht ist das ja heute doof. Vielleicht den nächsten Tag. Also ich finde, du solltest die Friseur behalten. Ja? Ja, es wäre auch nur für einen Tag so gewesen. Aber ja, ich mag meine Friseur. Ist die denn wirklich super? Denk ich mir auch. Ihre steht Ihnen aber auch sehr gut. Ja, danke. Vielen Dank. Und schöner Lippenstift. Ja, ich mag ihn auch. Aber Ihre sieht auch super aus. Ja, es sollte viel mehr... Ach, ich hoffe, in der Sandus kann man mal richtig schön Lippenstifte importieren. Okay. Ja, ich fange jetzt bald bei Rocky Hair and Beauty an. Und da machen wir ja auch ein bisschen Make-up und so. Ja, ich bin ehemalige Cosi-Oro, Mountain Hair and Style. Oben in Palito das. Ah, okay. Haben wir ja auch immer geschwinkt. Ein bisschen vermisse ich es tatsächlich, aber... Ja. Sie hatten bestimmt Ihre Gründe. Ja, ja. Also zeitliche Gründe tatsächlich. Ja, verstehe ich. Das macht 252 Dollar. 252? Ja. Das ist ja gar nicht mehr so teuer. Okay, ich bin jetzt sofort wieder da. 252. Hä? Sind die neuen Preise schon, den Dingens? Warum ist das so günstig? Ich habe so viel geholt. Okay. Geil noch. Soll ich vielleicht noch mehr? Äh. Ah. Ja. Wichtig. Oh, ich habe... Sie haben das Geld doch bekommen, oder? Ja, 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 ja. Alles gut. Okay. So. Äh, Moment. Da war doch jetzt meins mit dabei. Also, das war jetzt gerade meins, ne? Mit 252, genau. Das war ihrs, ja. Okay. Bitteschön. Bitteschön. Dankeschön. Oh, ich freue mich. Bitteschön. Dankeschön. Und dann noch einen fantastischen Abend. Vielen Dank. Ich auch. Und kein Problem. Gerne. Ja, viel Spaß. Schönen Abend. Danke. Tschüssi. Tschau. Tschau. Oh, Max, ich freue mich so. Oh, wir brauchen ganz viel Alkohol. Ich erreiche aber Barbara nicht und Jo auch nicht und wir brauchen auch mit dem Jo dabei. Wir brauchen irgendwas. Wir nehmen eine meiner Masken, die wir Barbara überziehen. Dann mal rein. Das muss ich kurz überlegen. Als nächstes müssen wir trinken und essen kaufen. Aber ich wäre schon cool, wenn sich ein paar mit daran beteiligen, ne? Weil wir machen es gerade komplett alleine. Je nachdem halt wer sich ansonsten. Du hast die Location bezahlt, dann bezahle ich jetzt essen und trinken. Wieso ist mein Licht vom Auto gerade so geil? Keine Ahnung. Ich nehme mich. Gut. Hast du hinten einen Kofferraum Platz? Ja, ja. Aber mein Kofferraum ist anscheinend leicht aufzubrechen. Ich habe echt PTSD seitdem. Ja, bloß, dass wir dann halt gleich dann zum Ding gehen. Bei diesem kleinen Alkohol laden unterhalb von PTSD. Ah, okay. Warte. Und dann den Alkohol da alles vercheckt. Aber du wolltest auch dein loswerden, hast du gesagt, ne? Ja, lass uns erst zu mir nach Hause fahren, ja? Hörst du gleich hier kurz links, dann tue ich eben ein paar Sachen rein. Ja. Dann habe ich auch wieder ein bisschen... Du musst nämlich noch eine Anleihungsfeier machen, wir haben viel Gründe zu feiern gerade. Ja, ich muss halt noch auf Hause warten, ich denke, du willst schon dabei sein. Ja, ja, natürlich. Aber hast du ihn heute schon angerufen, weil er kann ja gleich auch da sein. Ich habe jetzt noch mal geschrieben, aber ich weiß nicht, vielleicht Schilder macht ein Kling oder so. Ist der was vielleicht da vorne? Ne, der hat nicht so ein Auto. Achso. Haben die eine Garage? Oh Gott. Ich beeil mich. Ich habe richtig gut geparkt. Ich habe irgendwie Talent, ne? Ich habe jetzt nochmal... Oh, da ist schon der Pinkel. Hm, was denn? Hä, wieso ist kein Bild? Warte mal. Wie lange ist das schon so? Hä, wieso? Wieso? Achso, ist noch nicht lange so. Okay, Gott sei Dank. Zehn Sekunden. Okay. Hä, was? Aber ich habe nichts gedrückt. Das ist ja strange, Herr Rangel. Keine Ahnung. Ähm. Alter, wenn die... Guck mal. Ich habe da ganze Dinge gemietet, ne? Wenn wir jetzt keine Leute kriegen, ne? Dann heule ich heute. Wirklich. Achso, warte mal. Ich kann ja auch einfach den hier machen. Mitarbeiter. Affebanane, was? Achso, Opa. Dienstnummer Opa? Was zur Hölle? Okay. Ähm. Ava ist da. Okay. Ava ist da. Und das war's. Oh. Aber wahrscheinlich kommen sie sowieso alle erst später, ne? Gibt es mir eben noch die Rose wieder? Äh. Ja. Warte. Lass mich mal ganz kurz anders parken, ja? Okay. Aber wir können dann eigentlich... Moment. Wir können dann eigentlich gleich wieder los. Ich tue nur eben die Rose rein und dann fahren wir wieder. Okay. Next. Äh. Ich hab jetzt versucht, Lami anzurufen, Lia anzurufen. Ich hab Ava schon Bescheid gegeben. Die sagt alles tagsüber Bescheid. Okay, weil es ist niemand im RDP eingetragen, also... Im RDP... Also, meinst du eingestempelt oder was? Eingestempelt, ja. Gut. Wir sind ja auch nicht eingestempelt, aber sind da. Ja, aber Lia erreiche ich auch nicht. Ach so, ja. Das ist ein bisschen... Aber schauen wir gleich dann nochmal. Wir können ja auch erstmal SMS und so schreiben. Äh. So, oh mein Gott. Wow. Immer noch so schön hier. Ich glaub, ich weiß, wie wir noch vor die Toiletten sind. War das hier oben, äh... Hotel? Oben, die zweite zu links, genau. Okay. Ich hab Habgier im RL hier auch, was das angeht. Ich will auch mit Arianis und... Aber es ist halt so teuer, ne? Ich weiß nicht, wie ist es so teuer. Let's go. So, Sekunde. So, Sekunde. So, Sekunde. So, Sekunde. So, Sekunde. Oh, shit, steht schon im Dingens, äh, Moment, steht schon im Chat. Ich wollte gerade auch sagen, guck mal, Max hat sogar ihre eigene Haarlinie hier. Oh, oh, schön mit dem Blumen hier. Da ist der ganze Alkohol drin. Hat Hauke ein, ähm, ach, war die, hä, war die auch da? Bei diesen, ach so, nö, die waren hier mit, nee, warte mal, was meinst du? Die waren schon diese Dinger da unten. Diese, diese Geschenke da, ja? Die waren hier, äh, als wir das gekauft haben, als quasi Begrüßung mit dabei, mit dem Präsentkorb und so weiter. Oh, wie cool. Und Bademäntel. Ähm. Aber komm, lass mir das und dann, äh, kaufe ich einfach selber ganz, ganz viel Alkohol. Ich versuche dann auch nochmal alle anzurufen. Ja. Ich schwöre dir, ich fahre auch mit dir alleine da, ist mir scheißegal. Ich sauf mich bis zum Geht nicht mehr heute. Oh, stell dir vor, jetzt ist ja mehr niemand da, ne? Oh, stell dir vor, Harald könnten wir ja auch einen laden. Der bringt bestimmt richtig Party in die Buhle. Ja, da ist sowieso, ne? Ja. Nelia geht auch nicht dran. Ava sagt alles Tag zu Bescheid. Vielleicht ist einfach noch nicht die Zeit. Haben ja alle erst aus den Löchern geguckt, wenn es dunkel ist. Soll ich dann aber trotzdem Isabelle vielleicht Bescheid geben, weil eigentlich sind die ja trotzdem befreundet. Isabelle? Ja, Colin. Und dann kannst du machen, klar. Ah, ich mag sie, ich würde sie gerne wiedersehen. Auch, so ist es. Ach, Frau Collins. Ich bin so froh, dass sie da gedeckt haben. Mir geht's gut, wie geht's dir? Das ist so cool. Aber hier kannst du damit nicht angeben. Miss Businesswoman, hättest du Bock, um 21 Uhr dich auf eine kleine Feier einzulassen? Fahreranzug mitnehmen. Bis 2 Uhr hast du Zeit. Es ist was Wildes, aber Legales, weil wir sind ja die Vernünftig-Gang. Ja, die Vernünftig-Gang. Ja. Barbie und ich haben quasi zusammen einiges. Und so hieß es. Und wir haben zusammen mit Ariane gerade diese... So eine ganz große Mansion. Eine ganz große Villa-Mansion. So eine Playboy-Villa. Da gibt's aber eine Grotte. Entschuldigung. Die mit der Grotte, genau. Richman, irgendwas. Ja, und da wollten wir dann heute so ein bisschen dann feiern und saufen und ganz, ganz viele Leute anladen, die man halt kennt. Nicht die ganze Insel, aber halt, die man kennt. So, die Chancen. Das hast du auch wieder weggegangen. Lia, hi. Ariane, hallo. Hallo. Ey, sag mal, hast du heute vielleicht Zeit? Äh, ja. Barbara und Max haben ja ihren Einjährigen... Also Barbara hat heute ihren Einjährigen hier auf der Insel und Max hatte den vor ein paar Tagen. Und Max und ich, wir haben gerade... Kennst du dieses große Haus, diese Mansion, die so von so bunten Lichtern angeleuchtet wird in Rockford? Nee. Das ist ein riesengroßes Ding. Da gibt's auch so einen Pool mit so einer Grotte, einen Grillplatz, alles schön beleuchtet. Das haben wir einfach komplett gemietet gerade. Echt? Ihr habt... Was? Ihr habt das gemietet? Ja, wir haben das gemietet. Wir waren gerade auch schon drin. Wir holen jetzt Essen, trinken Alkohol, alles und überraschen dann heute Barbara damit auch. Äh, deswegen... Ich weiß welches. Ich glaube, ich war da bei einer Hochzeit. Ist das so richtig, richtig pompös? Es ist richtig pompös, ja. Ich bin sowas von bereit. Ich packe meinen Badeanzug ein und bin bei euch. Oh, wie geil. Also wir können dich... Ähm, wenn du schon mal zur Stadt fährst, wir können dich gleich mitnehmen. Wir sind hier mit dem Viersitzer unterwegs. Und bereiten gerade alles vor. Ja. Ähm, perfekt. Dann packe ich mir was ein und komm. Ähm... Ja, super. Ich wollte eigentlich... Machst du mir den Koffer noch auf? ...fragen, ob ihr shoppen wollt, aber es hat sich erledigt. Was? Was würdest du nochmal sagen? Was? Ob ihr shoppen wollt, weißt du? Hast du gehört? Also Ponsenby hat sein Angebot erweitert. Was? Oh ja, Ariane, setz dich. Das kriegen wir noch unter, das kriegen wir noch unter. Du musst dich setzen, ich muss dir was sagen. Warte, okay, warte, warte, warte. Ich mach kurz den Kofferraum für Max auf und dann setz ich mich. Scheiße, ich hatte so viel Geld gespart. Ja, okay. Ich lehne, ich lehne. Okay, perfekt. Bei Ponsenbies gibt es jetzt solche Klamotten, die wir haben to date. Was? Okay, Lia, wir treffen uns in Ponsenbies in Rockford, ja? Okay. Hey, sag Bescheid, wenn du da bist, wir sind sofort da. Ich sag Bescheid, wenn ich da bin, ihr seid sofort da. Ja, bis gleich. Bis gleich, tschüss. Max, Max, ich muss doch nicht mit dir reden. Oh, Entschuldigung. Max, komm mit, das ist ganz, ganz wichtig. Wirklich super wichtig. Meine Güte. Ja, das kann ich, das muss alles warten. Max, halt dich fest. Kannst du dich annehmen am Regal? Lehn dich an. Lehn dich an am Regal. Warum machst du schon wieder was? Ich kann jetzt nicht, wir können nicht zum Koffer ran. Man muss das ganz kurz ablegen. Das ist wirklich super wichtig. Ja, okay. Lege es ab. Lege es jetzt. Ja, ich hab's. Hör zu. Ponsenbies hat das Angebot erweitert. Die haben jetzt die Klamotten vom Up to Date. Wir treffen uns gleich mit Lia in Rockford. Oh mein Gott. Nimm mich den Ponsenbies. In Rockford. In Rockford zum Ponsenbies. Da müssen wir hin. Jetzt sofort. Jetzt sofort. Ja. Oh mein Gott. Es ist endlich so weit. Es ist endlich so weit. Oh Gott, es gibt keine Übung. Ich falle, dass du mit dem Karton fallst. Oh Gott. Warte, ich bleibe. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich bin so erschöpft. Aber was ist mit Essen? Was ist mit Essen? Was hast du geholt? Was hast du geholt hier jetzt? Scheiße, aber ich muss gar nicht für die Miete sparen. Was? Nein. Wir gucken gleich. Okay, wir kriegen das hin. Ich hab ja Geld, okay? Okay, okay, okay. Aber Essen noch und Alkohol. Weißt du, was ich lerne? Wir räumen doch den Alkohol von zu Hause auf. Weißt du, was... Aber ich brauche was für die Einwahrungsfeier. Wir können das doch nicht alles alleine stellen. Die anderen sollen auch was holen. Oh mein Gott. Okay. Max, ich kann mich nicht konzentrieren. Was machen wir jetzt? Du hast ganz viel Wasser geholt. Geil. Wasser, genau. Und weißt du, was ich hole? Dann noch eben Essen und fertig. Okay. Du darfst nicht mehr als 500 Dollar bezahlen. Ähm... Ähm... Pizzaschnecken. Pizzaschnecken gehen immer. Die sind super. Pizzaschnecken, ja. Puh. Das war jetzt sehr nervenaufläubend. Weißt du, was ich hole nochmal für mich Pizzaschnecken? Ich würde auch mal heute so machen. Gut. Bist du mega nervenaufräumend, oh Gott. Wenn du Geld brauchst, sag Bescheid. Oh Gott Oh, Entschuldigung Ich packe ganz unten mal meine Pizzaenken hier hin Oh Weißt du, was packe ich dazu? Max, wir haben genug Max, reicht, wir haben genug Die anderen sollen einfach auch was mitbringen Komm, du kannst nicht das ganze Geld dafür ausgeben Komm, komm, komm Du brauchst Geld jetzt für Abdu-Ponsenbees 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 Oh mein Gott Nia ist schon unterwegs Oh Gott Können wir trotzdem vorher kurz zu mir fahren Ich bring die Sachen kurz weg Und hol den Rucksack Das können wir dann da reinpacken am besten Ich hab ein bisschen Angst Oder wir können ja Wir können ja die Sachen gleich schon mal in die Kühlschränke packen Erstmal Ponsenbees, meine Güte Aber ich brauch einen Rucksack, du hast recht Oh, du brauchst wirklich, ich brauch auch einen Rucksack Ich bin immer so, kannst du nochmal aufmachen? Ja Okay Egal, ich bin jetzt hinten eingestiegen, damit wir schnell losfahren können Okay, wo soll man hin? Wo soll man hin? Erst zu mir Zu mir, ich hole eine Tasche Nein, wieso zu dir? Ich muss auch zu mir Ich muss meine Klamotten schon mal wegbringen Kacke, was machen wir denn jetzt? Okay, warte Ich setze dich ja vorne ab Ja, weil ich mir dann eine Tasche hole Und dann kann Ich kann dir auch eine Tasche Oder du gibst mir die Sachen Und ich tue sie mit in die Tasche rein Aber ich muss ja eh nach Hause bringen Ankur Mix, ich kann mich gerade nicht konzentrieren Oh, wie schön Es ist mein Tag Ich komme für mehr Kleidung Mein Kleiderschrank ist mal so leer Mix, kann ich dich ja absetzen Und ich hole dich gleich sofort wieder ab Ja Bis gleich Okay, das ist lustig Ah, ist das schön So, zacki, zacki Oh, ne, da vorne ist Pidi Muss man natürlich wieder ganz vernünftig fahren Ah, nein, nein Ey, wie geil Lia einfach Lia überbringt die frohe Botschaft Sagt, ach, du musst dich setzen Ich denke schon so, oh Gott, was kommt denn jetzt? Und dann so, oh mein Gott Das ist krasser, als ich erwartet habe Wie geil Man könnte die Hitparade moderieren Nachfolge für Dieter Tomasek Der könnte Gott da auch schnell reden In gewissen Situationen kann ich das Oh, das war immer so schön mit Herr Helmut Ah, ich vermiss ihn so sehr Soll man sein Auto geben Ja, go Eine halbe Stunde, da haben wir 21 Uhr Ah, eine halbe Stunde nach Bad Badda Wo ist die? Ich schreie hier jetzt nicht zusammen. Bei solchen Situationen, Max checkt halt immer super schnell. Max ist so, Ariane sagt... Max, okay, let's go. Das ist immer so gut. Ähm, ja. Zum Glück haben wir heute flache Schuhe an. Kann Ariane eigentlich ein Kleid heute anziehen und den Bikini und so drunter haben? Aber wir gucken gleich erst mal. War das beim Ponsen? Oh mein Gott, ich bin selber gehypt. Erst mal ganz kurz schon mal runterbringen hier. So, weil ich will nicht, wenn das Auto aufgebrochen werden sollte, will ich nicht, dass diese Sachen... Ach, das ist alles so kacke. Das ist alles so kacke, dass man wirklich das... Alkohol da rein. Alkohol. Sind Pan und Erik auch so wie Ariane und Max? Äh, Pan und Erik? Also, ja, wir sind beide so... Meistens passiert das einfach nur mit Blicken und wir wissen schon Bescheid. Ähm... Ähm... So, es gibt aber was, das hindern nämlich hier. Zum Beispiel sowas hier kann weg. Ach, das ist zwar groß, aber das kann trotzdem weg. Äh, das ist von der Ellie. Das also nicht. Das bleibt da. Ähm... Das Bier... Hä, hallo? Oh, hallo? Ähm... Bier können wir mitnehmen. Der Kühlschrank muss sowieso halt leer gemacht werden. Das ist gerade wunderbar. Äh, Valiseko nehmen wir auf jeden Fall mit. Ähm... Ja, das hier dann nicht mitnehmen, aber die hier können wir mitnehmen. Und eine Spumake können wir auch mitnehmen. So. Whisky wäre halt noch geil eigentlich, aber... Ja. 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 Warum der geleert werden muss. Äh, weil ich würde den gerne ordentlicher haben und wir haben, äh... Ich hatte einmal so viel Essen gemacht und sowas alles und so viel Essen geholt, dass da wirklich kaum noch was reinpasst. Aber ich will den halt wieder richtig füllen. Und Alkohol trinkt man halt nicht wirklich. Also wenn, dann geht man irgendwie hier weg im RP und trinkt das da. Und, äh... Ich will einfach da mal Ordnung reinbringen und dann so, dass die Charaktere halt, also Ariane und Tina halt wirklich immer, immer was mitnehmen können, dass da immer was ist. Ich bin doof. Und... Und... So, weil einer passt da rein. Und wegen solcher Momente, Max Queen, nimmt Ariane sich nicht eine Villa. Weil dann kannst du nur die Villa bezahlen und die ganzen Sachen drumherum nicht. Ich habe jetzt echt Angst, dass Max... Ja? Ich bin, äh, vor dem PD. Ich bin in... Zehn Sekunden da. Okay. Ich gehe schon mal weiter nach unten. Weiter nach unten? Also, die Richtung nach unten. Äh, ja, okay. Okay. Ähm, ich habe Alkohol, ich habe auch Alkohol jetzt, äh, du kannst ja gucken, ob das reicht, okay? Okay. Aber lass die anderen auch was mitbringen, Max. Übernehme das nicht die ganze Zeit. Okay, bis gleich. Ja. Äh, Angst, dass Max dann wirklich die Milch in die Feste... Aber jetzt hier wohnt ja... Also, er, er... Wohnt ja mit Hauke, das wird halt nicht gehen. Oh mein Gott, was machen wir hier? Ach, das ist ein Wunder, dass ich noch nicht auf die Fresse geflogen bin, ne? Äh, Ponsenbeiß. Okay, Ponsen... Okay, super, dann, komm. Ach Gott, ich hoffe, du reißt noch jemanden gleich. Scheiße, warte. Also, Ava kommt ja auf jeden Fall und Colin kommt... Äh, Collins, nicht Colin, kommt auf jeden Fall. Colin oder Collins? Collins, Isabel. Super, und was ist mit Colin? Äh, ihm hab ich geschrieben, aber der wird wahrscheinlich nur schlafen. Okay. Wir brauchen heute so viele Leute wie möglich einfach. Oh, ich freu mich so, dass es endlich Up-to-Date-Kleidung gibt. Da gibt's so einen Pullover, den ich unbedingt will. Ich hoffe, den haben die auch. Oh, ich hoffe, die haben ganz viele von diesen Kleidern. Oh mein Gott, Max. Ich muss arbeiten gehen. Ja, ich hab... Max sagt, wenn du nur Geld brauchst, du würdest es mir auch geben. Hast du auch tatsächlich oft gemacht, weil... Ähm... Du musst wirklich gucken, dass du deine Miete zahlen kannst. Aber siehst du, deswegen wollte ich auch nicht in eine teure Villa, weil es kann immer was dazwischen kommen. Also sag Bescheid, ich hol dir die Sachen. Das ist jetzt nicht so dazwischen alles gut. So, aber Hauke, guck mal. Du weißt ja, Hauke. Der verdient bestimmt auch sauviel Geld. Ja. Aber trotzdem haben wir jetzt uns ja aufgeteilt. So, jetzt muss ich gucken, Max, wo das war. Wo ist das scheiß Ponsenbeest? Äh... Wenn du gerade ausfährst. Ja, Entschuldigung, das habe ich jetzt gerade nicht gesagt später, aber ich will jetzt da hin sofort. Äh... 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 Ja. Jetzt rechts dann und... Nee, nee, das ist... Ja, genau, rechts und dann... Aber... Nee, schwarz bei dir. Ja, nee, passt alles gut. Nach rechts und dann nochmal... Kannst du mal hier anrufen, wo sie ist und ob wir vielleicht schon rein dürfen? Ich glaube, man soll ihren Standort dann schicken. Von Ponsen, ich... Ja, mach das mal, warte. Mach das hier direkt schon mal. Ja, mach das mal. Guck mal, das sind schon, äh... Na? Mhm, die kleinen Pinne. Mal schön weg hier. Ist doch unser Zeug. Ich hoffe, die haben genug gefordert. Bestimmt. So, let's go. Gut. Hallo, süßies. Ah, da bist du ja schon. Wir müssen schneller. Hallo, Sammy, let's go, na? Oh mein Gott, fühlt euch geknuddelt. Ja, fühl dich auch... Wir machen heute ein 20-Kopat-Innen. Scheiße. Ja, ich weiß... Hast du auch heute? Oh, hätten ein... Ja, den... Oh mein Gott! Oh! Oh, ich hab kein Geld mitgenommen. Ich bin so dumm. Ist hier? Ja, ist hier, ist hier! Ja, danke schön. Bitte schön. Ich hab euch für das schon haben. Oh. Ich bin so gespannt. Oh wow, diese... Ah, okay. Diese Jacke ist irgendwie noch schick. Okay, das ist... Meine Güte, ich sehe aus wie ein... Oh wow, die braucht ihr schick. Die braucht ja. Okay. Ich konnte nicht wo sie rein. Die braucht ja. Was? Die braucht ja auf jeden Fall. Oh mein Gott. Meine Güte, die haben aber viele Sachen hier. Scheiße, die haben die Kleine... Die Kleine haben sie bei Tricks Empire. Verdammte Scheiße. Oh. Oh, ich will es. Ja, oh scheiße, ich hab ihn da gerade auf. Hast du es... Oh, du hast... Schick. Für den Weiß sieht es echt schon ganz geil aus. Guck mal, es gibt sogar verschiedene Knöpfe von dem hier. Mal weiter. Oh, in Weiß. Ich will es in Weiß. Aber... Ich hab das schon in so viel... Also ich hab das in zwei... Oh, Lia! Guck mal, das hier, das hier... Nee, warte, hattest du das gerade nicht an? Oh. Doch. Die Enttäuschung ist groß. Ich finde irgendwie nichts. Oh, nee. Gibt es hier auch Kleider? Ich weiß, dass es von UpToDate bei Tricks Empire Kleider gibt. Aber hier so... Oh mein Gott, das Raum sieht ja schön aus. Ähm. Kleider hätte ich jetzt gerade hier auch. Würde ich nämlich auch sofort... Würde ich mich freuen. Ich geh gucken. Ja. Oh mein Gott, warum steht mir das so unfassbar gut? Oh mein Gott. Scheiße! Gibt es das hier in Grau? Hilfe! Oh mein Gott, gestreift? Weiß nicht, aber ich... Wollte sowieso noch ein paar von denen. Ich will es eigentlich nur in Grau. Naja. In Grau? Ja. Das hier, was ich gerade habe. Ja. Oh, Braun. Hm? Oh. Ähm, so? Ja. Die sind voll günstig. Warte mal, ich nehme auf jeden Fall das auch noch eins mit. Was kostet es denn? 30 Dollar. Seit wann sind die hier? Äh, wurde mir heute erzählt, weiß ich nicht. Seit wann. Können wir bitte zu den anderen Läden auch noch? Äh, klar. Soll ich hier kurz pinkeln gehen? Ich muss pinkeln gehen. Töke. Böken. Böken. Oh, den Pullover, den ich haben wollte, den gibt es hier nicht. Oh nein. Oh kacke, ich muss mir so viel... Ich schwöre, ich bin gleich fertig. Ich hasse mich, ich hasse mich. Oh man. Ariane, da sehe ich mich bei dem T-Shirt. Hä, da sehe ich dich aber irgendwie auch vor... Hä, warte, nimm das, nimm das. Alter, Gendung. Oh, kacke. Mist. Was sind denn jetzt? Also wow, meine Güte. Also, hol es dir, wirklich jetzt. Warte, ich muss noch eine Farbe hier von mitnehmen, ich weiß noch nicht welche. Ich glaube, die hier. Hat doch ein bisschen aus, als wäre ich nackt, aber irgendwie auch geil. Irgendwie hat das was. Lex, wie finde ich das? Hat jemand... Das Robert, was du gerade anprobierst? Finde ich gut. Warte, ich habe ein bisschen was, ne? Kann ich mein Auto dann bei jemandem von euch abstellen? Äh, klar, natürlich, ja. Dann muss ich euch nicht endlich hinterher fahren. Gibt es hier einen Geldromat? Über was dann? Äh, ja, eigentlich habe ich ein Weitermatt. Wir haben von euch 80 Dollar dabei. Ich habe 13 Dollar. Ich hoffe, ihr müsst gleich alle nochmal hin... Aber ich bin pleite. Ach, lass mich drüber reden, ich bin nicht pleite. Sag bescheidig, ich kann dir was geben. Ne, alles gut, dankeschön. Ja, aber nur so trotzdem, sag einfach Bescheid. Okay. Oh, ich stehe jetzt im Weg. Alles in Ordnung. Ach, doch, geschissen, wir nehmen das jetzt mit. Scheiße, jetzt habe ich... Aha, ja, ich müsste jetzt auch zum Automat. Okay. Wie viel brauchst du? Äh, nee, ach, alles gut, ich wollte eh zum Automat. Ich hasse mein Leben, ich wollte eigentlich sparen, aber... Kenn ich, kenn ich, kenn ich. Oh, ich habe ja mein eigenes Auto. Ja, dann... Aber wir fahren ja nur kurz zum Automaten, der ist richtig vorne. Let's go, Pip! Sag mal, wurde hier immer an mein Lichter hingeschüttet? Hey Leute, ich mache mir eine Unterbodenbeleuchtung. Was haltet ihr davon? In Lila. Wo? Im Wohnzimmer oder was? Am Auto. Ach, am Auto? Ja. Aber das siehst du ja dann gar nicht, ist das von unten? Ja, weil... Was ist, wenn ich damit erwischt werde, indem wir mein Auto weg? Ja, darfst du es ja haben, nur wenn du fährst, darfst du es nicht anhaben. Ja, aber die können mir ja da ja nicht mein Auto wegnehmen, ne? Verfolgen es jetzt? Auch schon. Ja, weil... Ja, geht dann nicht an. Stell dir das mal vor. Das wäre natürlich mega kacke. Mach du erst. Achso, danke. Okay, jetzt mache ich es. Ich schaue drauf und... Sag, wenn du was brauchst. Nee, alles gut, ich brauche nichts. Was hast du dir geholt? Ich kann nicht drüber reden. Okay, gehen wir shoppen. Okay, let's go. Dann kennen wir uns ja auch schon ein Jahr, Max. Tun wir das? Ja, ich glaube doch, oder? Also ich habe dich am selben Tag kennen... Sie hatte... Ich hatte schon vor... Das war am 8. Mai und am 12. hatte ich Jubiläumstag mit David. Oh, oh Mann. Oh, Lia. Ich weiß noch, als ich hingehe. Wir weinen nicht. Es ist ein glücklicher Tag. Lia, der wird bestimmt wiederkommen. Ich spüre das. Du löst es. Ich spüre das. Ja, da hast du recht. Das ist so. Auf jeden Fall. Ganz bestimmt. Wir rennen. Mach die Kalle so auf. Schuhe. Was darf man noch gucken bei den Hosen? Wow, ist das hässlich. Habe ich vielleicht irgendwas? Wir müssen definitiv zum Suburban. Hier ist irgendwie... Suburban und Ponsenball. Äh, und Dings. Und was? Ah, Binkos, ja. Wisst ihr was? Was? Ich würde gerne ein Shirt-Trends hätten. Aber wir wollen das machen. Habt ihr alles? Moment, ich nehme mir kurz da noch zwei mit. Und dann möchte ich euch ein Shirt zeigen. Das möchte ich gerne... Oh mein Gott, ich kaufe fast Dinge doppelt. Oh, da muss ich aufpassen. Das ist mir auch mal passiert. Ja, ich habe es gemerkt. Da ist dann irgendwie ein anderer Oberteil hingeblieben. Okay, seid ihr bereit? Nein! Oh, Entschuldigung. Was denn? Hier ist ein Pullover hingeblieben am anderen. Hast du den da schon? Den, den ich jetzt trage? Ja. Nee. Dann hast du ihn jetzt, bitteschön. Oh mein Gott, dankeschön, Arianna. Ich bin so ein Davor. Oh, ich muss euch jetzt aber unbedingt ein Shirt zeigen. Ich probiere ihn gleich an. Äh, Moment. Das hier. Habt ihr jemanden mit diesem Shirt gesehen? Ich hab noch nie jemanden mit dem Shirt gesehen. Besser ruhig! Ich will ein Shirt-Trend setzen. Ich werde, glaube ich, das Shirt jetzt... Das ist so furchtbar. Ich find's eigentlich ganz cool. Cooler Frosch. Cooler Frosch. Ja. Schrecklich, oder? Ja, aber irgendwie auch super auffällig. Aber das passt irgendwie zu... Lass mich dann Frosch sehen. Ja. Oh mein Gott. Der Games und goldene Schuhe. Ja, stell dir vor, Max. Ähm, Max, Menschenaffe. Stell dir mal vor, Frederik. Ich bin nicht Menschenaffe, ich bin mal ein Käfer. Ja, mach hier einen Käfer. Stell dir vor, Frederik wäre Frosch. Haha. Okay, ich nehm's. Oh. Ich werde es den ganzen Abend anziehen. Ich brauch goldene Schuhe. Verdammt, goldene Schuhe, goldene Schuhe. Scheiße. Ich weiß nicht, dass es sowas, was bei Binkos gibt, aber das sind Ballerinas, glaube ich. Wir müssen uns beiden. Wir haben eine Dinge gemietet, aber wir müssen Barbara entführen lassen und er nicht entführen lassen, aber sie muss das über den Kopf tragen und oh mein Gott. Wir müssen ganz viele Leute einladen. Let's go. Let's go, ja. Wo soll ich hinfahren? Fahr am besten zu mir. Wir fahren am besten zu mir, da kannst du dein Auto da. Okay, da weiß ich, glaube ich, wo. Immer noch die Ecke da bei, in der Nähe von Davids, äh, also naja, Davids, das heißt Barbaras Wohnung jetzt, oder? Genau, genau, die Ecke. Okay, perfekt. Lamy, es ist ein Notfall. Nee. Doch, aber ein positiver. Max und ich sind jetzt gerade richtig busy. Wir brauchen dich später, du musst mit uns Party machen. Ja, ich bin bereit, nee. Ja, wir haben diese riesen Menschen, haben wir gemietet, weil Barbara ja heute einjähriges hat und Max auch und da feiern wir alle zusammen. Ja, finde ich gut. Gut, dann, äh, du, also Harald ist auch eingeladen, Sophie und, und ihr alle halt. Äh, ich glaube, du warst schon Bescheid von Avon. Bringen alle mit. Okay, perfekt. Ich melde mich dann später bei dir nochmal, ja? Mach das. Ach so, wenn ihr Alkohol habt oder so viel Essen haben wir gesorgt, für ein normales Trinken auch, äh, dann gerne mitnehmen. Alles klar, macht nur hier. Okay, bis dann. Ich freue mich, bis später. Tschüss. Tschüss. Vielleicht haben wir aber jetzt nicht. Das war Lamy, die wissen alle Bescheid. Oh, shit, ich muss tanken. Wir fahren jetzt erst mal zu mir kurz, ja? Ich glaube, wir sollten dann nochmal Essen kaufen. Nein, alles gut. Wirklich, Max, alles gut. Das wird reichen. Das ist aber nicht viel. Ja, aber jeder hat auch was mit und wir können, Max, wir haben schon, wir bezahlen schon die Location. Und, man soll ja keine, wir können doch eine Mitbring-Party machen. Jeder soll einfach was mitbringen. Oh, okay, Entschuldigung. Hä? Wie fahr ich denn hier von am Bescheid? Einfach geradeaus. Ich muss tanken. Ich hoffe, die anderen haben noch, äh, haben vielleicht den Pullover. Na, ich hoffe bei Suburban. Das wäre natürlich nice, ne? Suburban oder Binkos ist egal. Hauptsache, irgendjemand hat noch die anderen Up-to-Date-Teile. Ja. Ich springe mal kurz nach oben, mir was anderes anziehen, ja? Ich weiß, ich weiß ja schon was. Das wird nicht lange dauern. Kannst du, ich lasse mein Auto offen, dann kannst du dich mit mir ja schon mal reinsetzen und dann, äh, baller ich sofort los, wenn ich wieder unten bin. Was? Ich mach das jetzt so, dass wir komplett da rausfahren können. Wir sind gerade fast gestorben, aber wir haben es noch überlegt. Ich hab, uh, ein wenigstens ist mir schon das Herz in die Hose gerutscht. Alles gut. So. Ich bin sofort wieder da. Ich lasse das Auto offen, ja? Ja. Bis gleich. Harry, Harry ab! Okay. So. Warte. Das kommt schon mal da hin. Äh, shit. Das ist eigentlich auch. Okay, warte. Die Hose, die Hose. Die Hose. Ja, die Schuhe. Dann die, 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 die diese Längens hier an. Ja. Und das Oberteil. Scheiße, warum ist das Oberteil jetzt auf einmal nicht so schwarz? Nein, das sah jetzt gerade ganz anders aus. Oh nein, jetzt bin ich aber, jetzt bin ich aber richtig buttered. Shit. Kacke. Ah. Shit, müssen wir jetzt doch anders machen. Das sah gerade in dem Laden so richtig schön tief schwarz aus, ne? Ja, okay. Ich wollte ja eh ein Kleid anziehen, weil wir den Bikini drunter ziehen. Dann ziehen wir den Bikini schon mal an. Zack. Ja. Und ein schönes Kleid drüber. Ja. Ja. Nee, komm. Ja. Oh, shit, warum backt das denn durch? Nein, hat das hier auch durchgebackt? Nein, warum backt das durch? Oh, shit. Oh, da auch. Aber nur so ein bisschen, glaube ich, ne? Da backt das nur so ein bisschen durch. Das könnten wir machen. Ah, Mist, wartet, 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 wartet. Geht das? Wo sind die, wo sind die Schuhe, wo sind die weißen Schuhe, die weißen Schuhe. Gut, okay. Vielen Dank. Oh mein Gott, Ariane sieht heiß aus. Irgendwie mag ich das doch nicht, aber egal. Doch, es sieht gut aus. Dankeschön. Da der Guck mal im Bikini-Water ein bisschen da durch. So. Ich fahre ganz schnell los. Ich fahre los. Ich habe kein Klick. Vollgas. Vollgas. Okay, warte. Oh mein Gott, sie tut es. Ich halte mich fest. Los. Juhu. Scheiße, ich muss tanken. Ich muss tanken vorher. Egal. Na ja, das Stoppschild war jetzt quasi der Entstimmungskiller. Stoppschild. Warte. Ja, du hast kurz abgebremst. Habe ich es echt? Oh, ich habe es so drin. Es tut mir leid. Heute ist nicht die Zeit, um abzubremsen. Heute müssen wir einfach nur die ganze Zeit vorwärts laufen. Vorwärts. So ist es. So ist es. Der Brems verliert heute. Ja, aber wo ist denn hier in der Tankstelle? Da oben ist ja in der Tankstelle. Ja, ich muss, sonst kommen wir nicht da hin. Nein, ich meine. Wer bleibt, ist verliert und du ja. Und nicht, weil die Sekunde später bleibt. Entschuldigung. So, boah, ich bin so. Ich habe gar keinen Chill gerade. Ich bin einig. Und wie geht's? Äh, gut, ich wünsche, ich bete gerade, dass Sponsorbeis oder Suburban, ähm, die Mänder Sachen von Updorated. Okay, soll ich das mit in meine Gebete reinlegen? Ah, ihr seid so lieb und so süß. Ich bete aber eigentlich nie. Ja, auch nicht, aber wenn es um Kleidung geht, schon. Okay. Lech, du hast dich nicht verändert. Heiliger Kleidungsgott. Ach so. Ist es dann auch ein Gott? Nee, heiliger Kleidungsheilemann. Oh, lass deine Kleidung sein für jedermann. Und zwar nicht mehr bei Updodate, aber bei Binkos. Oder Suburban. Bei Suburban oder Ponsenbees. Wo auch immer. Da, 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 da ist. Oh mein Gott, ich kann sowas nicht. Hat sich aber schon ganz legit angehört. Ein bisschen, oder? Ja, ich glaube ich auch. Heilige Kleiderei. Oh, Heilige Kleiderei hört sich gut an. Bitte schenkt uns Stoff und, äh, Modegeschmack. Um uns selbst zu verwirklichen oder irgendeine Kacke. Ja. Besser im Gegenverkehr. Ich weiß. Egal, hat niemand gesehen, hoffe ich. Wir haben heute keine Zeit. Nee, haben wir nicht. Unser Leben steht auf dem Spiel. Unser modisches Leben steht auf dem Spiel. Ja, unser modisches Leben. Aber nur so sehr, dass man 50 MPH fährt. Ja, weil ich will trotzdem noch daran halten. Aber, wie meinst du das? Weiß Barbara Bescheid? Ist sie jetzt auch angekommen? Sie weiß nicht Bescheid. Das ist es ja. Sie weiß gar nichts. Gar nichts. Ich hoffe, Lami sagt es hier nicht. Oh. Oh. Und wir erreichen Jo nicht. Wir müssen unbedingt Jo erreichen. Ich ruf Jo mal an. Ich hab, ja, vielleicht sind wir ja bei dir ab. Oh Gott, das ist so wichtig. Papa Jo. Das ist spannend. Spannend. Hallöchen Jo. Wir haben was geplant für Barbara. Oh, Jo ist da. Der Penner. Ich hab euch verarscht. Tut mir leid. Okay, doch nicht Penner. Er ist da. Zack. Brich mir die Füße. Ach, bitte enttäusch mich nicht. Ach, meine Güte. Noch immer so ein tolles Hemd, ne? Meine Güte. Ich bin enttäuscht. Oh Gott. Wir haben noch Hoffnung im Moment. Ich hab noch Hoffnung. So ist es. Oh Mann. Ist es wirklich nur Pondenbees? Oh mein Gott, nein. Das kann doch nicht sein. Wow. Scheiße. Scheiße. Wir sollten, ich hab Angst, dass das Auto aufgebrochen wird. Wir sollten die Sachen schon mal in den Kühlschrank bringen. Oh, wir sind doch die ganze Zeit da. Ich schau nach goldenen Schuhen. Oh, Entschuldigung. Oh, ja, ne? Oh, alles gut. Ich hätte meine Kette heute mit anziehen sollen, aber... Schauen wir mal, ob es hier irgendwas gibt. Hey. Mir sind... Ich hab die so oft benutzt. Mir sind diese Bandanas zu dem Kopf, die sind mir gerissen. Ähm... Weißt du vielleicht, wo ich welche herbekomme? Äh... Ne. Tatsächlich nicht. Scheiße. Ich hatte meine damals auf dem Thrift-Shop. Zieh mal mal gucken. Kann ich mal kurz den Pulli haben, Max? Ich will mal kurz was gucken. Dann... Dankeschön. Oh, nicht der Pulli. Äh, ich mein das Frost-Shirt. Ja, sofort. Ariane und Max, was brauchen wir denn noch für heute? Äh, Alkohol und ein bisschen noch was zu essen. Aber da habe ich Lami gerade auch Bescheid gesagt wegen Alkohol. Okay, äh... Enttäuschung hier auf jeden Fall. Ich habe auch ein bisschen mit im Rucksack. Im Auto. Okay, ich muss ganz kurz was testen. Meine Güte, die Farbe passt aber richtig gut zu mir. Meine Fresse. Welcher? Dieser grüne Bikini-Sies-Oberteil. Ich habe mein Auto unter. Moment, ich muss noch mal was testen. Oh, die sind schön. Die sind perfekt. Schon, oder? Ja. Cool. Jetzt noch eine weiße Hose und wäre es fantastisch. Die weiße Hose habe ich aber zu Hause. Ah, egal. Ich kann dir meine leihen. Ich habe zu Hause die weiße Leggings. Diese ganze Dinge, die ich da vorgegeben habe. Aber nur, wenn wir Zeit haben. Es muss ja nicht heute sein, das aussieht. Gut, Binkos. Binkos. Binkos auch noch? Okay, das schaffen wir. Ich bin nicht enttäuscht von Barbara. Ich bin nicht enttäuscht von Barbara. Ich glaube nicht, dass du enttäuscht bist, Max. Warum ist Barbara einfach nicht da? Oh. Was meinst du? Ich will die gleich Barbara erreichen. Oh, meine Güte, aber hier gibt es die Rucksäcke. Nein, ist wirklich? Mhm. Oh mein Gott. Ich wollte auch mal wieder einen neuen. Schöne Rucksäcke gibt es hier. Ja, wundervoll. Gibt es da vielleicht drüben vielleicht noch was? Oh, ich dachte, sie hätte mich weggedrückt. Ach, Mann. Oh, ich wollte mir noch meine Haare hochzopfen. Oh, Mann. Wir können die leider nicht besuchen. Wir müssen jemanden einladen, der bei einem Friseur arbeitet. Ja. Oh, ich habe die Tür nicht richtig geschlossen. Tut mir leid. Hauptsache im Kofferraum ist noch alles fertig. Ich bin nicht. Binkos also. Ja. Und dann, ähm. Wollen wir doch mal zum Binkos. Und dann müssen wir gleich auch schon mal... ... zur Location. So. Wie geht es euch beiden denn? Mia, wie geht es dir? Bist du erholt? Mir geht es fantastisch. Oma und Opa sind wundervoll, Ariane. Du musst die auch noch kennenlernen. Oh, sehr gerne. Also, kommen die von Arnie... Die haben mir gesagt, ich bekomme die Farm. Nee, die haben mir gesagt, wir bekommen die Farm. Wir drei. Okay, dann kann ich auch reden. Gut. Okay. Opa Ernie und Oma Bertha. Oh. Mhm. Sympathische Namen. Ja, unfassbar. Ich habe den von euch... Also, Max kennen sie ja schon. Und ich habe denen ganz viel von dir erzählt. Oh, wow. Was haben sie gesagt? Naja, dass sie uns drei die Farm geben. Warte mal, die Farm wäre wo? Von Barbara. Also, nee. Da, wo sie aufgewachsen ist. Oklahoma. Ich war bei Barbara. Jetzt weiß ich. Jetzt habe ich es zusammengekriegt wieder. Entschuldigung. Ist... Der Tag heute, ne? Da bummst man hier ein bisschen. Ach so, kein Problem. Das habe ich oft. Passiert einfach so viel. Und wie sieht es aus? Ist wahrscheinlich nur Pommes. Ich muss noch kurz schauen. Ich habe was festgestellt. Was denn? Weniger Schuhe? Also hier, wie eben auch beim Suburban. Aber es sind überhaupt keine Absatzschuhe mehr im Angebot. Hä? Okay. Seitdem habe ich ganz viele Pommes zu Hause. Oh mein Gott. Kann man die denn kaufen? Dann sind es die Absatzschuhe, die fehlen. Oh. Allgemein haben sich... Das ist das ganze Sortiment überall verändert. Da ist das okay. Oh, Merk. Das wird... Das wird noch. Wir gehen bald zum Thrift Shop, okay? Aber ich glaube, den werden die auch nicht haben. Das wird noch nicht. Ah. Oh, Entschuldigung. Alles gut, alles gut. So eine weiße Hotpants würde auch dazu passen. Oh, wie wundervoll, ich habe zu Hause zwei solche. Ach, kacke, ich wohne in Palito. Ich habe eine weiße Hotpants, die kann ich dir leihen. Cool. Obwohl ich mich hier eigentlich nicht umziehen muss, weil ich werde sowieso die ganze Zeit in meinem Bikini rumlaufen. Boah, ich auch. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon zu sehr. Obwohl so eine Hotpants ja dann trotzdem cool wäre, wenn man mal zwischendurch eine Hose anziehen möchte. Ach, ich weiß auch nicht. Ach, egal. Oder einfach ein Kleid drüberziehen, so wie ich, oder einfach... Ich habe keinen so schöpisches. Davon habe ich aber auch ganz viele. Also nicht ganz viele, aber davon kann ich dir... Oh, sag einfach Bescheid. Du kannst gleich beim Schrank gucken. Echt? Hättest du noch ein Kleidchen? Das wäre auch ganz cool. Ja, habe ich noch. Aber wir erledigen erst das Wichtige, okay? Okay. Alles, was wichtig ist. So, was machen wir denn als nächstes? Max, was machen wir als nächstes? Gibt es da eine Bau oder so, die wir befüllen können? Ja. Dann lass doch das als erstes tun. Okay. Müssen wir noch Leute anrufen, die wir einladen? Ich habe eigentlich alle angerufen. Alle, alle? Wen kennt Papa denn noch so? Soll ich mal durchgucken bei meinem Telefon? Ja, ja, das wäre super. Also das Oma-Schokolade-Team. Ich glaube, mit Atkins kommt sie, glaube ich, nicht so gut klar, ne? Oh, ja, dann nicht. Ich, äh, das ist aus anderen Gründen gerade, äh, ich muss gerade bei einem paar Sachen ein bisschen vorsichtig sein. So, ähm, Piti. Oh, die Insekte. Ähm, ich meine, äh, Ryan? Max, kennst du Ryan? Nee. Barbara kennt ihn aber. Okay. Ja, dann ist das super. Max, wie möchtest du denn noch dazu? Einen Colin ein bisschen, hm? Ich sehe das nicht als meine Party, alles gut. Doch, natürlich ist das auch deine Party. Ich meine, weißt du was, Max? Lass doch mal den Ding irren auf einfach. Oh, ich könnte Kate fragen. Backnight. Die Anwältin von letztens. Achso, aber die kennen wir ja, also Barbara. Nee, eigentlich nicht, ich schon. Ich wollte, weil es wird wahrscheinlich viel Privates besprochen, deswegen wirklich nur so Barbaras Ängsten. Oh, nee, darf wirklich nicht. Okay, Barbara, dass sie kriegen, dass sie ihre Hochzeit da feiert, also dass sie allgemein heiratet. Es wird heute noch Hochzeit gefeiert? Nein, oh Gott, das wäre voll schön, aber so allgemein, dass sie irgendwann, dann mieten wir das nochmal dafür. Merkst du, wir sind schon so die ganze Zeit am Plan. Wir brauchen Wein. Ich habe schon wieder nur noch wenig Geld. Ja, warte, ich mache das schon. Was machen wir jetzt? Ich kann noch ein bisschen Alkohol holen. Ich habe noch Geld dabei. Oh, was ist da wieder los? Was ist da wieder los? Oh, Monstrum! Keine Ahnung, was da los ist. Hä? Wer hat denn hier Weiber geschrieben? Was? Was wurde denn geschrieben? Liebe Monst, ich könnte das mal einmal, damit ich sagen kann, zu Recht, Eimer. Das reicht mir eigentlich schon. Ah, ich bin wirklich nur neugierig. Keine Sorge, das hat mir schon gereicht als Dingern. Es braucht auf jeden Fall Wein. Hört mal hinten eben auf Toilette gehen. Wein und... Sekt. Nur das Beste für Mama Bär. What the fuck, ja. Gerne Bann, ne? Komplett Bann. Äh, bitte? Nur das Beste für Mama Bär. Wein und Sekt. Ich wollte noch, ähm... Soll ich mal eine Flasche Gin? Oder... Oh, ich liebe Gin. Whisky Gin. Oh! Creamlickeer Strawberry. Also Gin könnte man so... Meine... Wodka ist aber ganz schön... Ja, okay, Gin auch. Scheiße. Teuer? Soll ich Geld holen? Ne, ne, alles gut. Ich hab Geld. Ich koch mal eine Flasche Gin. Weißt du, ganz rein in der Theorie bin ich gerade am Sparen. Aber nur rein in der Theorie. Ach. Und eine Flasche... Creamlicke. Diese Theorien kenn ich. Ganz furchtbar, ganz furchtbar. Ja. So, dann guck ich hier nochmal. Ich hab Valiseko noch mit. Soll ich dir was tragen? Ne, ne, das geht schon, das geht schon. Ich hab einen Rucksack im Auto, ich packe das gleich alles kurz um. Ich hab jetzt nur die zwei Flaschen hier. Ich überleg gerade nur wegen, wegen Energydrinks vielleicht. Aber ich glaub, die brauchen wir gar nicht. Sondern hier. Flasche und Kierschneid. Scheiße. Oh, das hab ich alles wie zu spät jetzt gesehen. Aber ich hab... Du kannst ja nicht mal in den Rucksack gucken im Auto. So ein paar Sachen hab ich noch. Ich glaub, wir... Ich glaub, so viel... Also Lami wird bestimmt auch nochmal was mitnehmen. Ich ruf sie nochmal an. Was soll ich hier sagen, wenn ich sie... Eine Sekunde kurz. Moment, Moment. Den Typen gerade mit den Weibern? Bannen auf jeden Fall. Bitte bannen. Also das hab ich gerade gesagt, das wär mein Wunsch. Bitte bannen. Möchte ich nicht hier haben. Das hat mir schon gereicht. War eine Frau? Auch gerne bannen. Mach ich keinen Unterschied. Gerne bannen. Dankeschön. Sag, Entschuldigung, Lia. Alles gut. Ähm, was soll ich hier sagen, wenn sie rangeht? Wenn Barbara rangeht, sag, ähm... Du nimmst dir jetzt... Äh, nee, warte. Du nimmst dir nichts vor, dann weißt du, dass was passiert. Sag immer, wo bist du gerade? Ist Jo bei dir? Weil dann muss das nämlich jemand von uns machen, der Barbara die Mütze verkehrt rum aufsetzt, damit sie dich sieht. Ah, okay. Ich krieg das von ihr irgendwie hin. Okay. Ich möchte dir die Kapuze aufsetzen. Machen wir das so, äh, entführungsmäßig? Oder dann so, Barbie, du darfst jetzt nicht schauen, dann stülpen wir es drüber. Gerne entführungsmäßig. Lass mal kurz zu mir fahren, ja? Ich hab ein bisschen Alkohol. Gut, nicht viel, aber ein bisschen. Und wir fahren mal zu mir, dann kann ich zu mir die Lasse... Weißt du was? Dann, ähm... Dann triffst du dich mit ihr und Lia und ich entführen sie. Äh, aber wir wissen ja nicht, ob sie da ist gerade. Ja, aber wenn wir uns dann treffen. Ich weiß, ich weiß jetzt gar nicht, was mit... Ich hab den Schlüssel gar nicht. Willst du mir dann den Schlüssel zur... Ja, wäre das Beste, wenn du mir den Schlüssel dann gibst, ne? Wofür? Für die Villa. Weswegen nochmal? Wenn du Barbara entführst, Lia, wäre es doch gut, wenn ich schon mal vor Ort wäre. Ich entführe sie? Ja, aber Lia und ich entführen, ja. Ja, aber ich... Und du unterhältst dich so lange mit dir. Ach so, weiß ich das. Ja, okay. Und wann weiß ich, dass ich hinterherkommen kann? Nee, du sitzt mit im Auto, wir entführen euch ja Weide. Jetzt wird ein Schuh draus, okay. Ich hab Masken für euch alle. Cool. Du zieht, zieht die über und ähm... Wir ziehen die dann zuerst rüber und dann weißt du nicht, dass wir die eine rübergezogen haben. Also tun wir nicht, ne? Okay. Dann sagst du einfach... Hier, ähm... Ich ziehe jetzt diese Maske verkehrt rum, aber sie werden nichts sehen. Ich muss nur meine Maske, äh... Mein Messer holen, ja. Genau, genau, sowas einfach dann. Oh, ich darf jemanden denn fühlen, wie witzig. Oh Gott, der Abend kann nicht besser werden, ne? Dann ist einfach... Oh, aber guck, dass die keine Polizei ruft. Oh, scheiße. Nehm ihr das Handy weg. Oh, nehm ihr das Handy weg. Nehm ihr das Handy weg, weil du ihr was einstellen möchtest oder so. Nehm ihr das schon weg. Ah, okay. Okay. Perfekt, aber perfekt. Wir müssen... Äh... Können wir Fee noch einladen oder geht's ihr immer... Ihr geht's da nicht so gut, ne? Da halt du nicht unterwegs. Oh, okay. David wäre jetzt sowas von dabei. Das ist perfekt, dann kann noch niemand bei uns beklauen. Juhu. Fantastisch. So, möchtest du eine weiße Leggings, Lia? Oder möchtest du eine weiße Hotpans? Hotpans. Okay. Okay. Es kann eigentlich gar nicht perfekter sein, weil Barbara kommt ja von Oklahoma zurück. Oh, stimmt. Wer ist das denn? Wer... Larry, du hast mich nicht angerufen. Du bist ja wieder da. Hallo? Larry? Hatst du dir die Stimme verschlagen? Ähm... Hallo? Ah. Ah, Raffi. Larry, wir gehen schon mal ganz kurz nach oben, ja? Ich, ähm... Muss mal ganz kurz Lia was geben. Nimm dir für gleich nichts vor. Äh, ja. Darf ich warten oder mitkommen? Kannst ruhig mitkommen. Das ist die, äh, Wohnung 8. Geh ruhig schon mal vor. Max, geh mal vor. Ganz kurz das normale Trinken. Moment, Lia. Sofort. Warte, warte. Kein Stress. Nicht wegen mir. Boah, ich bin gerade extrem im Stress, aber so allgemein. Ich weiß nicht. Echt? Ja. Kann man das ändern? Ja, wenn, wenn das gleich alles erledigt ist. Okay. So, komm mal mit. Komm mal. Äh, komm mal. So, die weiße Hose. Die habe ich tatsächlich hier. Mal hier, bitteschön. Oh, dankeschön. Dann soll ich mich umziehen? Es ist furchtbar grässlich, das Shirt, oder? Ich finde es cool. Gönn dir. Gönn mir. Max, meine Sissi. Ich brauche die Klamotten. Ich ziehe mich hier um. Das stört euch doch nicht, oder? Super. Was willst du von denen? Ähm, das Shirt mit dem Frosch und die goldenen Schuhe. Und ich gebe dir mein Outfit, was ich eben anhatte. Ich gucke mal kurz, ob ich, ich gehe mal kurz runter, ja? Kommt da einfach nach. Hm? Naja, der Initiativbewerbung schadet ja nicht. Und ich bin mir sicher, dass ich eine Bereicherung sein kann für ihr Unternehmen. Gerade auch zu den späten Stunden. Ich bin eher ein Mann, der eher das Nachtleben genießt. Wieso? Ich hab's ihm noch immer die Sprache verschlagen. Ich glaube ich den Larry gleich dann auch direkt mit, falls er kann, oder? Das ist das Klasse, anders wieder irgendwo. Ja, aber ich hin für dich doch mit. Bitte was? ich würde vor allem gerne mal nach hause und die tasche wieder ablegen und mein messer holen ich war gerade tut mir leid ich war gerade noch so in gedanken ich hab noch ein bisschen schreibkram erledigt und ja jetzt habe ich gerade noch einen rückruf bekommen von der firma und die werden sich in kürze bei mir melden und den termin ich will job ich wollte eigentlich ein job mal endlich angeln ja dann muss ich dir einstrichen die rechnung machen denn heute wird gefeiert echt was wird denn gefeiert geh mal nach oben und pack mal deine badehose ein die du gestaut hast naja eher die aggressive oder eher die urlaubsreihe die eher die urlaubsreife wir sind sehr in eile gerade also sehr 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 in eile deswegen muss das jetzt ganz schnell machen und dann muss uns wieder herfahren fantastisch ich brauche einen griseur ja das sieht voll gut aus ich finde es cool das sieht wirklich voll gut aus ja ich fall auf oder hast du die masken für uns scheiße ich bin sofort wieder da ganz schön 2 2 2 2 2 3 Hey, ich bin komplett vollgepackt, einer von euch muss mal schon mal die Maske, Max, kannst du mal ganz kurz gucken, ob du die Maske hier aufziehen kannst. Ja, und ich würde die, guck mal, die rote wäre für Barbara, oh verdammt, nein, gib mal die Maske, Lia, und zieh du mal diese hier an, ich habe aber noch ein bisschen oben, perfekt, und die rote ist dann für Barbara. Lia, wir entführen jemanden, es ist mein Zeitpunkt. Ich sehe wundervoll aus, oder? Ich habe mich schon rausbekommen. Du bist das Schönste. Okay. Nee, ich habe noch nicht. Sieht super aus, aber dreht ihr die Maske auf jeden Fall um, dass sie wirklich nichts zieht. Okay. Achso, warte mal, wie sollen ihr die Maske geben? Die rote ist für sie. Ich habe noch, guck, die hier. Achso, du hast noch eine rote. Genau, und die zieht ihr ja auf und dreht ihr einmal um, damit sie nicht zieht. Und dann bitte kurz ziehen, damit sie erstickt. Geht's doch? Genau. Bist du verrückt? Genau, diese Maske dann einfach umdrehen, weil sonst sieht ihr ja, wohin gefahren wird. Okay. Und dann bitte so, wenn ihr fahrt, so unauffällig wie möglich. Mit welchem Auto machen wir das denn jetzt? Oh, Kacke. Ähm. Wir kommen angewandt und dann sagen wir ihr, dass sie die Maske rüberziehen soll. Und dann können wir das ja mit deinem machen. Okay, das sollte an einem Ort sein, wo Barbara wirklich nicht weiß. Okay. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, Larry und schnell, das funktioniert. Ich Sekunde. Okay. Okay. Larry, irgendwie funktioniert das mit dem schnell bei dir nicht. Wir fahren schon mal los. Ich rufe dich gleich an, ja? Ich muss gerade wirklich, wir haben was Großes gemietet und die Zeit ringt uns gerade davon. Ach so ist das, ja? Ja. Barbara und Max sind ein Jahr auf der Insel. Wir haben was Großes gemietet. Also, ich habe was Großes gemietet tatsächlich. Und, ähm, wir laden, du bist natürlich auch eingeladen, weil du mein Freund bist und ich das ermietet habe. Ich melde mich gleich bei dir, ja? Ich melde mich gleich bei dir. Larry, du... Ich bin fertig. Echt? Du... Aha. So, howdy. Larry, erstmal sieht das voll, muss ich leider sagen, voll scheiße aus. Das ist keine gute Farbe. Und jetzt doch noch, wie sie die Badeklamotten anhaben. Gleich erst. Ich habe mal die Klinge auch unter. Larry, was hast du denn für Schuhe an? Ja, das sind jetzt mal, ähm, naja. Oh, ich glaube, das ist meine Schuld, weil ich... Dachtest du vielleicht, dass ich zu einer Bad-Taste-Party gehe? Äh, ich dachte, es wäre so eine Strand-Bad-Taste-Party. Nein. Nimm die Unterhose einfach mit und zieh deine normalen Klamotten an. So, wir müssen jetzt los. Ach, Mann. Ja. Ich melde mich bei dir. Schnell. Ne, das wird dauern bei ihm. Komm, wir gehen schon mal. Okay. Der ist ein bisschen langsamer. Also, ich bin nicht stylisch. Ich mag den Frosch. Ich mag das auch. Warum ist eigentlich der Frosch mit einer Kette kombiniert? Vielleicht ist der Frosch, ähm, gefangen in seinen Gedanken. Ähm. Wollen wir ja in den Ketten? Weiß nicht. Ich muss ganz kurz was in den Koffer... Oh, jetzt kann ich mich auch noch hier so ganz übel reinquetschen. Oh. Sekunde. Ich hoffe, ich glaube, ich bin nicht böse, aber ich kann nicht immer so lange auf ihn warten. Nee. Shit, das müssen wir... Wir bräuchten jetzt schon Barbara. So, ich fahre mich erst mal ganz kurz zu dem Ding. Äh, was denn? Nee, 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 sag vorhin. Nein, 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 sag vorhin. Ich habe es mir vergessen. Nee, zu mir nach Hause, dann hole ich nämlich gleich mein Messer und, äh, schwarze Kleidung. Okay, warte, das machen wir danach, weil dann habe ich nämlich den Kofferraum auch wieder frei. Okay. Ist gerade alles wirklich voll. Ähm. Wann soll es dann losgehen? Wann kommen die Gäste? Theoretisch jetzt gleich schon. Barbara ist nicht da. Soll ich, ähm, Max holst du das Zeug und ich und Ariane füllen alles auf? Äh, Max hat schon... Ja, wie meinst du füllen auf? Es gibt nur einen Ort dafür. Ach so. Genau. Äh, ich könnte aber schon mal Lami vielleicht anrufen, der könnte schon mal... Ich schicke den gleichen Standort von deinem Fernseher hin. Ja. Oh, ich war bei dieser Location mal auf einer Hochzeit, das ist wundervoll. Ich bin jetzt gespannt, jetzt müsste es ja auch beleuchtet sein, oder? Das ist richtig schön da, sowas von schön. Parkplatz bist du jetzt schon dran vorbeifahren, aber ist ja egal, jetzt... Kannst du ja reinfahren. Ach so, hier. Ich würde jetzt hier... Ach, man kann reinfahren, hier, direkt, mit dem Tor. Ah, stimmt. So, ich stecke aus. Ja. Oh, das ist so eine coole Location. Ich bin so hübsch. Werde ich mal heiraten, was ich bestimmt nie werde, möchte ich es hier tun. Scheiße, ich würde... Ja, hätte ich geheiratet, hätte ich das auch hier gerne gemacht. Hörst du? Kannst fahren. Ähm. Du kannst fahren. Was denn? Ach so. Hä? Vollgas. Was ist denn? Vollgas. Super. Warte, schon offen, dass du äußerst so... Ja. Ah. Okay. Boah, geil. Was für ein großer Parkplatz. Meine Güte. Das ist so eine schöne Location. Oh, oh, oh. Ja. Okay. Super. Los gehen wir. Ich hoffe, ich darf das. Oh, ich bin so doof. Ich hätte Larry ja mitnehmen können hier schon mal. Willen mithelfen auch. Hätten wir noch eine Hilfe in der Hand. Egal, wir machen eine Tasche und das ist dann auch wieder weg. Ähm, also ich nehme mal den Rucksack. Ich nehme das ganze Essen und du kannst in den Rucksack das Wasser stecken. Ich kann auch ein paar Sixer in die Hand nehmen. Also ich kann jetzt zwei tragen oder so. Ach so. Äh, warte, dann tue ich nämlich kurz in den Thule noch ein paar Sachen ran. Ja, genau. Und dann haben wir es schon. Ich muss nur danach die Sachen wieder rausnehmen. Tada. Ja, wo muss ich hin? Ja, wo muss ich hin? Ähm, du musst mich anrufen, wenn du da bist, damit wir dir das Tor aufmachen können. Das. Ja, okay. Also ich bin gespannt und ich warte auf deinen Standort. Ja, warte. Ähm. Wieso? Oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Larry? Ja? Hätte ich jemals geheiratet, hätte ich es dir gemacht. Ich sage dir. Oh, das ist so schön hier. Dir wird es gefallen. Oh, so. Ich habe das mal übertragen in mein Navi. Ich fahre mal drauf los. Ja, sagst du Bescheid, wenn du da bist? So, ruck, klingel kurz durch und weil ich habe gerade einen Rucksack voller Alkohol hier. Ähm, Larry. Larry, ich kann doch nicht. Was? Oh, das sehe ich jetzt. Was ist denn so schön, dass es dir die Sprache verschlägt? Gary? Gary, Larry. Ja? Was hat dir jetzt gerade die Sprache verschlägt? Gary, ist sie schon okay? Oh! Oh mein Gott, Larry! Ich bin jetzt gleich da. Okay, ich mach kurz vorne das Tor auf. Ja, mach mal auf. Oh mein Gott, was ist das denn? Oh, Ariane weint. Aber so. Ah, nee, komm. Ja? Kannst du ganz kurz das Tor für Larry aufmachen? Äh, ganz schwierig, wir sind fast da. Wird nochmal kurz dauern. Okay. Ähm. Bis gleich. Bis gleich. Juhai, danke schön. Larry? Howdy. Ach, Entschuldigung, ich hab gerade ein paar Tränenverrührung bekommen. Ähm, Max hat mir den Schlüssel. Deswegen muss ich warten, bis er wieder da ist. Und dann muss ich gleich los den Alkohol wegnehmen. Haben du diese Hütte hier gemietet, oder was? Ich hab die Hütte hier gemietet. Ich hab das einfach spontan gemacht. Was? Ich hab da gerade eine Location gesehen. Ich wusste gar nicht, dass die hier sowas aufgebaut haben. Da war mir ein bisschen, dann war ich ein bisschen traurig. Aber es ist auch nicht. Du hast das hier, was hast du? Ja, ich hab das gemietet. Für den Abend. Für den Abend. Gehört alles uns. Für Barbara und Max. Äh. Wow. Äh, ja, okay. Ähm, was ist jetzt nochmal der Grund, das zum Feiern? Barbara und Max sind ein Jahr auf der Insel. Barbara hat heute ihr Einjähriges. Sie weiß aber noch nichts hiervon. Wow. Du bist eine tolle Freundin, Harry. Ja, schon, ne? Hey, darf ich dir gleich was zeigen, ohne dass du sauer wirst und dahinter Gedanken hast? Was? Nein, warum? Ich will es dir einfach nur zeigen. Ähm. Ähm. Ähm, ja. Lea? Ja, wo bist du dann? Äh, hier vorne am, äh, am Tor. Am Tor? Kann, äh, kann, kannst du einen Schlüssel von Max nehmen und vielleicht mir hierhin bringen, kurz das Tor aufmachen? Ah, ja, klar. Ähm, ich bin gleich da. Okay, bis gleich. Harry? Harry? Ich find's scheiße, dich so hinter Gittern zu sehen. Oder andersrum, dass wir von Gittern getrennt sind. Echt? Wär das nicht schön? Nein, das wäre überhaupt nicht schön. Aber soll ich dir mal was sagen? Wenn du das Ding hier doch jetzt mieten konntest, für eine Nacht. Mhm. Dann muss man das Ding doch auch dauerhaft mieten können, oder? Äh, es ist nur der Außenbereich, den man hier mieten kann. Ach, scheiße. Und der ist tatsächlich nur auf Feiern. Sicher feiert man... Ah. Verstehe. Ja. Ja, ja. Oh, je. Kleiner als 3D. Ja, kleiner als 3D auch. Ich hab dich vermisst, Harry. Ich hab dich auch vermisst, Harry. Zu Hause ist ein bisschen Chaos. Echt? Was passiert? Na ja. Die sonst so treuen Helferlein, die meine Mom ihm unterstützt haben. Die hat ein bisschen viel Arbeit um die Ohren, als auf einmal 6 neue Pferde auf die Ranch ankamen. Na ja. 6 neue Pferde? Ja, meine Mom hatte irgendwie... Weißt du, es gibt da mittlerweile... Sie ist mittlerweile mit dem Internet hier so ein bisschen unterwegs. Das kam hartisch aus. Sekunde, Larry. Und dann dachte sie sich, sie wollte mal Pferde shoppen gehen. Na ja. Auf jeden Fall haben... Alle anderen haben auf jeden Fall Arbeit gehabt. Und sie hat sich gefreut. Not bad. Ich freu mich schon auch das nächste Mal, wenn ich dort bin. Da freut sie sich bestimmt umso mehr. Setz dich mal ins Auto, Larry. Los geht's. Ja, setz dich ins Auto. Hast du den Schnitzel? Ah. Scheiße, es ist nur einer. Er hat geklemmt. Wir hatten mehrere... Oh, ne, schon wieder. Oh Mann, und ich dachte, ich fahre hier extra mit einem coolen Strandauto vorbei, aber... Also, okay. Hätte ich doch die Sherry genommen. Die passt besser. Ich finde, das Auto passt auch zu der Location. Ja, okay. Danke, Liat. Möchtest du einsteigen, Erry? Komm, dann musst du dich so weit schleppen. Äh, ja. Einmal zum Parkplatz, bitte. Ja, ich bin sofort... Ja, hier lang ist tatsächlich schneller der Weg. Ja, ich wollte Derry kurz was zeigen, ähm... Wenn man verloren geht. Okay, dann stelle ich mein Auto vorne ab. Okay, bis gleich. Danke. Ich werde das hier für Barbara und Jürgen. Oh, das wäre doch mal eine schön... Ich stelle mir das gerade schön vor hier. So nach Hause kommen, nach Arbeit. Nein, ich war für ihre Hochzeit. Ich werde Barbara die Hochzeit verpassen, die ich nie hatte. Ja, aber... Es ist nur Offense. Naja, du sagtest ja, die du nie hattest. Bist ja noch ein... Komm! Das Leben ist noch lang, hoffentlich, oder? Willst du mich verarschen, Mary? Das Leben ist noch lang, habe ich gesagt. Damit habe ich doch überhaupt nicht gelogen. Lass mich doch... Pass auf, sonst haue ich dir die Tür zwischen die Beine. Pass auf, dass ich dir die Tür nicht zwischen den Beinen haue. Komm mit! Kannst du mir den Rucksack abnehmen? Aber klar, ich wollte dich gerade bitten hier. Gib her. Dankeschön, Larry. Ach, klar doch. Ich habe mir noch ein Bikini geholt. Bin gespannt, was du sagst. Cool siehst du aus. Ja. Das, ähm, ja. Ich habe noch mal etwas Schönes angezogen. Aber ein bisschen gemütlicher. Nicht so steif mit Westen, mit dem Hemd. Oh, warte, warte mal. Oh, ich... Ohren sausen hier. Barbara wird gleich hinführt. Wir nehmen hier vorher das Handy weg. Und sind alle maskiert. Äh, aber, Larry, keine Sorge. Wir passen natürlich auf. Mhm, okay. Guck mal, kleiner Cowboy. Du siehst toll aus. Das Kleid liebe ich an dir. Weiß, deswegen habe ich es auch an. Das wäre doch mal ein schönes nach Hause kommen hier, oder? So jeden Abend. Ach, was. Hier musste ich gerade ein bisschen weinen. Ach du Scheiße, Larry, was kostet der das denn, wenn ich fragen darf? War nicht so toll, wenn du denkst, guck mal da vorne, ne? Siehst du das? Wow. Nein. Und jetzt, guck mal, da vorne ist noch mehr. Da vorne und hier. Und komm mit. Komm mit. Ach. Harry, was machst du denn? Ich war noch nicht fertig. Ich bin gerade gehypt. Ich will dir das zeigen. Ich werde das dir alles nochmal mieten. Und dann wird Barbara den Jo heiraten. Und ich werde alles planen. Ich werde Grafiken machen. Ich werde Videos machen. Ich werde alles machen. Komm mit. Ich bin gerade bloß in Gedanken. Okay. Komm. Guck mal. Und hier können die Gäste dann sitzen und feiern. Und hier ist dann so eine lange Bar. Ist das geil, oder? Wow. Aber ich glaube, hier findet der Firma statt. Kann das sein? Ja, ich denke schon. Aber wir müssen jetzt kurz die Sachen wegbringen. Deswegen beeile ich mich gerade die ganze Zeit. Komm mit, mein Hübscher. Ja. Beinhalt ist das den kompletten Außenbereich mit allem Drum und Dran, ja? Klar, alles hier. Oh, ist Hunger? Ja, Max, ich habe gelesen. Barbara ist da. Was seid ihr? Wir kommen jetzt die Sachen in den Kühlschrank füllen und dann können wir weitermachen. Ja, weil wir würden sie dann jetzt abholen. Sie wartet auf uns. Okay, ja, wir sind gerade auf dem Weg. Wir sind hier gerade links auf dem Weg. Oh, Milton, Max. Ähm. Lass die Hände davon jetzt. Dafür ist keine Zeit. Nein, dafür ist keine Zeit. Larry hat den ganzen Alkohol gerade auf dem Rücken. Okay, lass ihn ja schon mal reintragen. Die anderen sind auch schon am Parkplatz und dann, äh, wir holen schnell, äh, Wabia. Aber davon müssen wir nach Hause. Warte mal, wie ist das der Plan? Ihr wartet kurz, du wartest kurz auf mich da vorne, ne? Ja, und du triffst dich dann mit ihr und Lia und ich entführen sie. Hm, was machen wir mit Larry so lange? Willst du ihnen entschlüsselt? Larry kann nur so lange hierbleiben. Boah, dann ist er ja ganz alleine. Ja, ne, die anderen sind doch auch da. Achso, sind die schon hier? Hm, Lami, Ava, Harald sind schon da. Hä, wo denn? Ich sehe euch nicht. Am Parkplatz. Oh, okay. Okay, wir sind sofort gleich. Wir treffen uns gleich alle am Parkplatz, ja? Okay, behalten euch. Tschüss. Was hast du denn da alles drin hier? Boah, erklärt und blickert. Oh, Larry, wie schön das hier ist mit den Lichtern. Und da waren wir gerade auch drin. Da vorne ist eine Brotte. Das ist so schön einfach. Ach du meine Güte. Was ist denn das für eine Hütte hier? Kass, oder? Wow. Ja, sowas könnten wir auch mieten. Zum Wohnen. Nee, nee. Dann bräuchten wir noch ein paar Angestellte, die hier den ganzen Garten machen. Ich mag das nicht. Ich mag das in den kleinen Wohnungen. Die ist so wundervoll mit der Villa, so mit dem Balkon und so. Das hätte ich auch gerne. Ja, das war schön, aber die Location war ein bisschen, naja. Ach, ich finde das eigentlich ganz schön. So, da vorne ist die Bar auf der anderen Seite. Und, äh, die, also es ist so, die Gäste warten jetzt schon vorne am Parkplatz. Sie werden gleich reingelassen. Und wir holen gleich alle Barbara. Und du kennst ja Lamy, Harald, Ava und so, die kennst du ja alle, ne? Ähm, du würdest dann, wenn das okay für dich ist, hier mit dem warten, bis wir Barbara holen. Und dann würden wir alle gleich Party machen. Ja, okay. Willst du wissen, wie teuer das hier war? Hab ich ja gefragt, aber du hast gesagt. Nicht so viel, wie du denkst. Ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt denken soll. Das ist das Problem. Ich hab das Gefühl, es wird wahrscheinlich in Zukunft teurer werden. Das ist fünfstellig? Nein, 500 Dollar. Was? Ja, pscht. Hör zu. Derry, hör mir jetzt ganz genau zu. Was hast du dafür gedacht? Erzähl das niemandem weiter. Ich hab nämlich gesagt, wir lassen das komplett in unserer Babel, sonst ist das Ding immer... Ich weh, dass das ein Geheimtipp bleibt, weißt du? Weil es ist noch nicht so bekannt, dass man das hier mieten kann. Sag es bitte keinem, okay? Ach, natürlich werde ich das keinem sagen. Hey, aber... Komm, wir müssen uns beeilen. So, hier ist die Griechenke. Ich dachte, das wären hier mehrere hundert, tausend, keine Ahnung was, oder? Was ist denn hier? Pff. Okay. Das haben wir heute komplett spontan geplant. Ich stell die mal unten rein, weil unten ist es ja schön kalt, ja? Ja, mach das. Und dann rennen wir nach vorne. Das sind Getränke, die hab ich noch nie gelesen. Wo warst du denn? Ein paar sind von uns zu Hause, tatsächlich. Du hast aber nicht unseren schönen Kirschlikör mit... Nee. Ich hab deine Whiskyflasche, die ist auf jeden Fall zu Hause. Ach, Gott sei Dank. Und deine Champagnerflasche von der Ellie. An die bin ich nicht dran gefangen, an die beiden. Ah, das ist aber lieb. Ja. Ey, Wallis Brause. Da hab ich übrigens... Ich erreiche Honey nicht, ich erreiche den Chief nicht. Hast du alles drin im Kühlschrank? Äh, warte. Kannst du den Rucksack ja auch so lange da reinpacken. Das fehlt noch. So, jetzt hab ich ja... Was soll ich den Rucksack einfach da reinpacken? Ist egal, Hauptsache wir müssen den... Wir müssen uns wirklich beeilen. Barbara wartet die ganze Zeit jetzt. So, alles klar. Perfekt. Ich schreib den Rucksack bei mir. Kann ich ja später ins Auto packen oder so. Ja, stimmt. Oder soll ich ihn doch hier reinpacken, damit er doch nicht verloren geht? Das ist unser Rucksack haltig hier. Rennen! Wir sind auf dem Weg, wir kommen jetzt, wir kommen jetzt. Ich seh euch. Ja, ja, ja. Larry bringt noch kurz den Rucksack in den Kühlschrank und dann... Wir haben den jetzt... Wir packen ihn einfach mit da rein. Bis gleich. Okay. So, der ist halt offen, ne? Hey! Ja? Ja, was? Was für ne Randalliererin? Einfach den Stuhl umgeschmissen. So, Mix hat schon Stress gemacht. Wir müssen uns wirklich... Ja, dann lass uns doch laufen. Barbara soll halt nix vermuten. Ja, ich hab hochhackige an. Ah, ich muss ein bisschen aufpassen. Kann ich so schnell? Ah, okay. Das ist aber ganz schön zackig. Also wenn... Du kannst alles mit den Schuhen anstellen. Ich hab nur Angst, dass meine Brüste rausfallen. Die haben doch so viel Spannkraft. Was soll das? Ich geh. Oh, Larry. Deine als drei dich. Haha, deine als drei dich. Ja, Lady. Deine als drei dich mehr. Oder? Deine als drei, Mädchen. Immer eins mehr als du. Die anderen sind jetzt doch nur noch kurz weg, deshalb machen wir das hier und zu zweit, oder? Oh, so jetzt noch mal. Oh, okay. Ja, was soll ich denn machen? Ist das gut so? Wie, was sollst du machen? Wie, die anderen sind weg. Larry ist doch hier. Was denn? Ich fahr jetzt um. Ich fahr jetzt und treff mich mit Barbara, okay? Und ich schicke euch dann, ich schicke euch heimlich ins Standort. Oder wir gehen einfach zum Flughafen und nehmen sie. Ja, sie wartet dort. Okay, ich finde, dass Larry jetzt alleine hier bleibt. Wie, wie machen wir das? Ja, deshalb meinte ich. Bleib klar, einfach hier und ich machen das. Nee, macht ihr das, macht ihr das zu dritt. Nein, 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 nein. Macht ihr das zu dritt, ich komm klar. Ansonsten, äh... Nein, alles gut. Weißt du, Larry, ich hab's nicht. Wir können hier einen Satz über den Kopf schmeißen. Wir verbringen die Zeit jetzt hier zusammen. Das ist einfach. Ich geb jetzt Max meinen Autoschlüssel. Nein, mach du das wirklich. Jetzt ernsthaft, mach das. Es geht so. Ich hab keine Wurst. Dann kann ich noch ein bisschen lesen. Doch, du kannst ja, du kannst ja die von, die Rote nehmen. Okay, er will ich gar nicht hier haben. Du kannst die Rote nehmen und, und jemand von uns versteckt sich, während wir die Ja, einer kann ja den Fahrer spielen und die, äh... Ja, ich würd euch nämlich vorher rauslassen und würd dann zu Brabe handeln. Ja, genau, dann rennen wir, rennen wir zu, ich stülp mir die Maske rum und dann kommt das Auto. Am Flughafen, ist das denn gut? Ja. Ja, ist egal. Okay, gut. Dann, äh, okay, Larry, bis dahin. Okay. Lasst euch von den, lasst euch, ey, passt auf, dass euch keiner sieht nicht, dass ihr die Polizei am Hacken habt. Wir passen schon, wir passen schon auf, aber, ja. Gut. Das muss ganz schnell gehen, gleich. Bis gleich, wir behalten uns. Ihr seid jetzt, ihr seid jetzt dann am Flughafen, ja? Ja. Gut, behalten wir uns. Bisschen aufs Bisschen. Passt auf euch auf. Tschüssi. Mit was fahrt ihr denn? Äh, Tulip. Äh, Tulip. Ah, okay. Autsch, 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 Autsch. Wir müssen kurz zu mir nach Hause, ich muss was Schraßes anziehen. Ja, ich muss das Messer holen. Wieso soll ich über uns einsteigen? Ja, ich, oh mein Gott, mein Tattoo. Nee. Du musst dich ja nicht umziehen. Wie, ja, gut, dann weißt du was? Ariane geht raus, sie trifft sich mit ihr, Lia fährt den Tulip und ich komm dann und bedrohe die beiden. Ihr könnt doch mit einem Sopran, oder? Ich kann Max jetzt absetzen und ihr kommt mit Max Auto. Nee, Max Auto ist zu auffällig. Es muss offen machen. Es ist offen. Es ist offen. Nein, nein, das ist offen, du kannst durchfahren, Ariane. Jetzt nicht mehr. Ich kann dich durchfahren. Hä, aber es ist durch, es ist offen. Ja, schön, wenn es offen ist und ich noch nicht bereit bin, weil es eventuell aussieht, als wäre es nicht, weil wegen dem Büschen und, ach, leck mich doch am Arsch. Leck mich am Arsch. So, wie ist jetzt der Plan? Wir müssen das schnell machen. Und ihr wollt wirklich, dass ich fahre? Ja. Warte mal. Ich hab sie markiert. Aber Lia, du könntest auch sagen, ich soll den Tulip fahren. Alles gut, weil der ist echt ein bisschen gespünkt, ja. Aber sie sieht ja das Auto nicht, wenn wir sie entführen. Ja, dann bleibt sie da stehen und die und ich rennen auf sie drauf. Genau, und wir stülpen hier den Sack drum und dann kommt Ariane angefahren. Hä? Ich sag, ich stehe da mit ihr, rede mit ihr. Und ihr kommt dann von hinten und sagt, los beide, ins Auto, ins Auto. Aber wo ist denn das Auto dann? Ja, sie steht da bei Barbara und mir, weil ich hol sie doch jetzt vom Flughafen ab. Aber dein Auto erkennt man ja. Ja, natürlich, weil ich sie ja vom Flughafen abhole. Ach so, okay, jetzt hab ich's verstanden. Gut, machen wir's so. Kannst du bitte, kannst du bitte Barbara mal anrufen und sagen, äh, sorry, wir schaffen uns nicht, äh, Ariane holt dich ab. Warte, nee, ich, 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 sie weiß ja nicht, dass ich dabei bin. Ich plaudere einfach ein bisschen hier. Aber, wie schaff's doch nicht, aber Ariane holt dich jetzt ab. Ich bin ja verwirrt. Oh, Barbie, hör auf zu heulen. Ja, sie rucht nicht mal mich an. Ja, sie ist auf dem Weg. Ja, tschüss. Wir sollten niemals kriminell werden. Ich hab das Gefühl, das wär keine gute Idee. Doch, ich glaub, das wär ne gute Idee. Nein, es wär ganz schön. Ich will so viel Kriminelles grad machen. Hallöchen, Mama Bär. Oh mein Gott. Entschuldigung, ich hab mich grad voll erschrocken. Ähm, nee, ich hab mir grad was eingebildet. Und, ja, vor lauter Einbildung muss ich aufs Klo. Oh, ich ruf dich gleich zurück. Oh, nee. Oh. Oh. Oh, nee. Oh. Kacke. Oh, nee. 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 Ich verstehe diese Pläne nicht. Ich dachte, Ariane kommt mit ihrem Auto, sie holt Barbara ab. Barbara ist so vertrauen und sowas alles. Und dann kommen die beiden und sagen so, hey. Was? Ich feiere das Chaos. Ich liebe solche spontanen Sachen. Und was für ein Chaos dann immer ist. Oh. Wo ist Lia? Oh. Lia ist gut pinkel. Wo ist sie? Sie ist kurz pinkeln. Ich hasse alles. Oh mein Gott. Okay, hör zu Max. Wir gehen nochmal den Plan durch, ja? Und du, Lia. Ich muss nur noch ganz kurz den Gedanken an was denken. Hast du schon? Dann denke mal in deinen Gedanken an etwas. Ja, ich mag den Babbeln von Ariane auch. Die sind alle einfach so. Ich hatte einen kleinen Unfall gehabt, aber ich bin jetzt weiter auf dem Weg, okay? Okay, ja. Ich liebe dich, Barbara. Ja, ja, ich euch auch. Nee, ich warte hier. Ich kann ja sowieso nicht weglaufen. Oh, sind viele Menschen am Flughafen gerade? Weil ich sehe heute so scheiße aus. Ich glaube, ich bin so gut wie fast alleine. Okay, bis dann. Bis gleich. Bye. Bis gleich. Bis gleich. So. Gedanken beendet. Markieren wir bitte in den Flughafen einmal. Auf den Lager. Soll ich sie nochmal anrufen? Habe ich gerade. Habe ich gesagt, ich habe einen kleinen Unfall gebaut. Und lasse ich mich jetzt, dass ich jetzt aber weiterfahre. Okay. Okay. Also ich werde euch kurz vorher mal rauslassen, aber so, dass Barbara euch nicht sieht. Ja. Kannst du uns ein bisschen weiter weg rauslassen. Kannst du auch gucken, dass keine Leute da sind, Ariane, die wir sehen könnten. Sie meinte gerade, dass sie ist halt, sie meint, sie würde vermuten, dass sie sogar alleine am Flughafen ist. Aber ich sage, wo ist viel los? Und dann hat sie gesagt, nö, scheint so, als wäre sie die Einzige. Sehr gut. Und dann die Masken am besten erst aufziehen. Habst du schon angezogen. Wenn euch nur einer da mitzieht, oder auch im Auto jetzt, kriegen wir echt Ärger. Ach, naja. Und dann ist der ganze Plan halt kaputt. Wer soll uns das sehen? Du bist ein bisschen zu früh abgebogen. Fickst doch alle. Sieht keiner, ne? Einfach nichts. Oh, ich dachte, ich glaube, du bist. Ja, ich dachte auch, aber... Max, die Maske noch nicht aufziehen. Bist du jetzt, glaub mir. Wer soll denn hier sein? Ja. Max, das ist... Die Straßen sind voll. Hier fahren die ganze Zeit Autos. Ich will die Maske noch nicht aufziehen. Nee. Oh Gott, ich dachte schon. Ach so, das verdunkte Scheiben, oder nicht? Ja, aber nicht vorne. Wenn es jemand entgegenkommt, oder wenn die Polizei das sieht... Nach links, links, links. Dann scheiße dann. Okay. Warum flüstere ich? Weiß ich nicht. Okay. Gut, lass uns hier raus. Ja? Scheiße, bei welchem Termin steht sie denn? Um oder unten? Vorne, vorne, bei der U-Bahn. Ist das unten? Ja. Ja, natürlich. Du bist unten, ja. Ja. Nein. Hahaha. 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 Ja, hallo? Jetzt wärst du auch noch an mir vorbei. Oh mein Gott, bist du bei Terminal 4? Ich bin unten, ja. Oh, ich hab extra noch geguckt, aber ich hab dich nicht gesehen, weil die Scheiben sind nicht gesehen. Ja, weil ich verzweifelt auf dem Boden lag, weil Strauchel spinnt ist. Ähm. Ein Moment. Ja. Ja. Ähm, wo bist du gerade? Hast du dich jetzt erleichtert, du da unten Terminal 4? Nein, ich bin gerade in den, ich hab's doch gesagt, Modus, und möchte gerade jemanden einfach nur in die Fresse schlagen. Entschuldigung. Was ist denn passiert? Alles gut. Super. Oh, oh, oh. Okay. Warte mal, ich steig mal aus, Moment. Okay. Ich habe es gesagt. Ich habe es gesagt. Ey, wenn jetzt deswegen die Party in den Keller fällt, ne? Was macht's? Nee, der Ding ist in den Keller fällt. Hallöchen. Hallo. Ich muss nur einen Anruf tätigen, Barbara. Oh, es ist erstmal schön, dich zu sehen. Gut, dass ich sicher angekommen bin. Gut, dass ich sicher angekommen bin. Ich weiß nicht, euch wiederzusehen, ne? Oh, ja. Ja. Ich weiß nicht, euch wiederzusehen. Ich ruf mal ganz kurz Max und frag mal, was da los ist. Was ist denn los? Ja, Max hat ein bisschen so kleinen Streit mit Colin. Ach, um Gottes Willen. Warum das denn? Keine Ahnung. Wegen, wegen, wegen dem, äh, Max hat den Venture-Post gesehen. Was für ein Venture-Post? Ach, scheiße. Hast du es noch nicht gesehen? Colin hat bei jemandem was geschrieben. Und zwar bei Colin auch. Weißt du was? Wir machen das später im Moment. Oh, okay. Oh, weh. Ja, mit dem kann man sich aber auch einfach streiten. Nee, der macht auf mich zumindest diesen Eindruck. Ja, aber vielleicht ist das, was Max auch braucht. Sekunde. Moment. Ich hab es dir doch gesagt, Mann. Ah, ich bin die Ruhen-Person. Und du so? Ich, äh. Entspannt heute, oder? Ja, du wirkst aber gar nicht entspannt, wenn ich ehrlich bin, ne? Mann, ich bin mega entspannt. Nee, du wirkst ziemlich angespannt. Immer auf. Das ist gar nicht. Was ist denn passiert? Ach, ich bin nicht doof. Was ist denn passiert? Es ist nichts passiert. Es ist alles in Ordnung. Du bist aber so. Soll ich deinen Koffer schon mal hinten reinpacken? Ich hab gar keinen Koffer mit. Nee, ich hatte da was geholt, weil ich nicht mehr geschafft hab zu packen. Aber in New York hab ich ja mein Geld. Also kein Problem. Ah, okay. Ja, gut. Dann, ähm. Setzen wir uns rein und fahren los. Ah, die Luft ist grad so schön, weißt du, sagst du den ganzen Tag heute. Ah, okay. Den ganzen Tag einfach so schlimm. Ähm. Hey, äh, Barbara. Ich müsste einmal ganz kurz. Oh, Sekunde. Mein Telefon. Ja. Ja, aber alles gut. Wir machen das als nächstes einfach vor Barbies zu Hause. Nix, ich hab es dir doch. Aber ich hab es dir doch gesagt. Mann. Warum hörst du dich, wenn ich dir was sehr ausdrücklich sage? Wir sind doch überall Kameras. Okay, hier. Wir machen das trotzdem alles gut. Das sind nur zwei Kälte. Nee, der eine war wirklich nur ein bisschen. Ich glaube, meine, gut. Und was ist jetzt der Plan? Weil es dauert langsam wirklich zu lange. Und es läuft die Zeit davon. Ähm. Ich fahr' Barbara jetzt nach Hause. Fest nach Hause. Okay. Ja. Ihr wartet da im Busch, okay? Äh, ja. Aber erstmal müssen wir abgeholt werden. Wie denn? Ich steh' hier mit Barbies. Nee, das schaffen wir. Nehmt euch ein Taxi. Nehmt euch ein Taxi. Ja, wir holen uns ein Taxi. Okay, bis gleich. Barbara, jetzt. Äh. Bist du hingefallen? Ha. Nee, ich musste mich nur kurz auf den Boden legen, ey. So, jetzt komm. Okay. Hier, bitteschön. Geh schon mal rein. Ich setz mich mal nach hinten, ne? Ja, mach das. So, wie es dir am besten gefällt. Dann fahr' ich dich erstmal. Ich fahr' dich mal direkt nach Hause. Das ist aber lieb. Jetzt wohne ich ja bei der Cosmopolitan. Oh, Mann. Du weißt ja, wo ich wohne, ne? Ja. Warum? Warum wohnst du denn jetzt da? Entschuldigung. Weißt du, was? Also, da komm ich wieder, ne? Und ich werd mit so einer Scheiße begrüßt. Was ist das denn? Erst muss ich 10 Minuten warten, weil Max sagt, wir sind schon losgefahren. Lügt mich immer an und jetzt hast du schlechte Laune. Was ist denn das? Ich hab keine schlechte Laune, aber Max ist scheiße. Warum das denn? Weil Max nie auf mich hört. Weil Max nie auf mich hört. Und einfach der Größe dick steht. Weißt du was? Hättet ihr den Streit nicht, bevor ich wieder da bin austragen können. Nein, aber weißt du was? Max will sich unbedingt den verfickten Roller holen, ja? Ach so. Heute schon wieder. Und ich war so sauer, dass ich gesagt habe, weißt du was? Dann hol ihn dir doch. Damit ich ihn später von ihm abkaufen kann. Das geht mir so auf. Sag Max, ihre neugierige Scheißart. Wie steht das jetzt gerade? Oder was? Wir können da sofort hinfahren. Nee, der hat gesagt. Ich fahr jetzt hier bis vorhin, wir fahren dich jetzt nach Hause. Oh, okay. Ja, gut. Langsam reicht's mir. Ja, ja, ich freu mich auch wieder da zu sein, Ariane. Schön, dass du dich auch freust, mich wiederzusehen. Ich freu mich wirklich sehr, dich wiederzusehen, Barbara. Ja, wirklich ganz doll. Ich hab überlegt, dir heute ein Geschenk zu machen. Das ist aber lieb. Oh, was sind meine Pizzen zu von hier. Weil du weißt, dass ich heute einjähriges habe. Ja, da wollte ich dir ein Bikini holen mit so einem Leo-Print. Dann würdest du sowas sagen? Hab ich schon. Hast du es schon? Aber den musst du mir mal gleich zeigen. Ja. Kannst du dir mal gleich holen? Okay. Ähm, hast du was genommen, Ariane? Bisschen Speed? Ich wünschte, ich hätte es. Oh. Ich hab' ich glaub' sehr wenig... Oh, scheiße. Ich hätte es nicht sagen sollen. Mist, das kam jetzt aus meinem Kunden. Ich hab' gar nichts dabei, Ariane. Nichts. Ähm. Ich würd' ja auch nichts geben, ne? Barbara, ich glaub' nicht, dass... Mir könnte keiner jemals sagen, dass du Drogen nimmst. So ist es nämlich. Das wäre ziemlich, äh, out of character, würde manch einer sagen. Ha, ha, ha. Ach, Barbara. So. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Ja. Ich freu' mich schon. Dann kannst du ja... Ich nicht. Weißt du was? Du kannst ja mal nach oben gehen und kannst mir den ja meine Hand... Also, kannst wieder runterkommen, weil ich möchte den unbedingt... Ich möchte das wirklich sehen. Ja. Den Bikini? Ja. Soll ich den anziehen dir denn zeigen, oder was? Ja. Nee, bring den einfach mal mit runter. Okay, mach' ich. Richtig so mit Leoprint? Ja, richtig mit Leoprint oben und unten. Nee, wenn ich den noch hab'. Oh nein, mein Schrank ist nicht sortiert. Es kann ein bisschen dauern, ne? Nein! Ja! Ja! Beeil dich trotzdem, bitte. Das wäre ganz nett. Ja. Ja. Mhm. Ach, ich bin aber ein bisschen traurig, ne? Ich hab' mich so gefreut, den Jonathan wiederzusehen. Aber rat's mal, wenn er nicht da ist. Nein, bitte! Wirklich, ist er nicht da? Er ist nicht da. Scheiße! Das ist ja ganz schlimm. Ja. Geht nicht schön ins Telefon. Nee, hat der liebe SMS hier geschrieben. Ja. Ach, na ja. Oh, das ist etwas Furchtbares passiert, Ariane, in Oklahoma. Ja, das kannst du mir gleich alles erzählen. Dann geh jetzt mal nach oben. Tschüss! Meine Güte, willst du mich lossehen? Das Auto manchmal, ne? Boah, Alter! Das Auto manchmal, ne? Boah, Alter! Ariane, wir müssen kurz aufs Taxi warten. Aber wir machen zu, ihr geht dann da bei Christenberg rein. Ich warte dann mit. Wir sind schon, wir sind schon da. Ich hab Barbara zum Weinen gebracht. Sie ist jetzt grad oben und holt ihren, äh, Leo-Print-Bikini, weil ich den unbedingt sehen wollte. Scheiße! Müsst ihr noch auf dem Taxi gerade warten? Ja, aber Ava kommt jetzt und danach, ähm, fährt sie, äh, mich dahin. Lia macht sich dann kurz die Haare und ich entführe euch beide. Das Ding ist, ich fährt da vor dem Gebüsch dann warten und, äh... Warte mal! Wie? Ihr macht euch vorher noch die Haare? Das ist jetzt leicht passiert, ne? Nein, Lia macht das. Ich mach das alleine. Und ich warte dann vom Gebüsch, dann schreibe ich dir, ihr könnt jetzt raus, ne? Ja. Ja, wir warten hier im Auto. Der Polizei fährt da jetzt schon zum fünften Mann lang, ne? Wirklich. Ja, ich warte da. Guck mal, hör zu. Ich warte jetzt hier am Christenberg bin ich gerade. Das ist die aktuelle Situation. Ich bin gerade unten am Christenberg, im Auto. Und Barbara ist jetzt oben und holt den Bikini. Ja. Ich würde dann hier mit Barbara noch ein bisschen stehen und mich mit ihr unterhalten. Aber ich weiß nicht, wie lange ich das kann. Ja? Ich habe sie zum Weinen gebracht. Äh, unten. 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 Okay, 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 okay. Ich stelle mich aber hier in die Nische kurz. Zum Christenberg. Ja. Ich stelle mich hier hin. Ich stelle mich jetzt hier hin. Ich stehe jetzt raus. Warte. Ich bin jetzt rausgegangen, ja? Ich stehe jetzt hier bei der Treppe. Hier ist ja die Treppe nach oben. Hier in der Nische stehe ich. Das heißt, es wird euch erstmal keiner sehen, ja? Und dann sagt ihr ab ins Auto, ab ins Auto. Ja, ich sage Maske drüber ziehen und dann sage ich ab ins Auto und dann sehe ich meine wieder aus. Genau. Frag mich vorher, ob ich ein Auto habe und sag dann, ne, ab ins Auto. Gib mir die Schlüssel. Okay, okay. Achso, und dann fährst du da hin zur Location. Ja, ich gebe dir die Schlüssel dann. Nee, nee, also du... Also ich kann auch fahren, ist ja egal, aber ja. Ich gebe dir die Schlüssel dann, ist besser. Okay. Also du wartest unten. Ich warte jetzt unten, ja. Bei der Treppe, wo es hoch geht zur Wohnung. Okay. Gut, bis gleich. Bis gleich. Äh, 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 Dokumi hat geradet. Oh, liebe Grüße zurück. Oh, ich freue mich. Liebe Dokumi, hallo. Ich war auf der allerersten Dokumi damals dabei. Und von da an immer wieder, damals noch in dieser Schule. Leute, für mich ist das eine ganz krass andere Situation jetzt. Äh, quasi über die andere Seite auf der Dokumi zu sein. Deswegen, äh, ja, ich freue mich wirklich sehr. Das ist für mich so ein, so ein Herzensding tatsächlich. Also sehr, sehr geil, ne? So von, von Besucher auf sowas. Jetzt ist schon, schon sehr cool. Ich freue mich wirklich und ich bin froh, dass es geklappt hat. Äh, ich habe es noch nicht groß angekündigt. Ich werde noch, äh, was teilen. Ich warte da gerade auf was. Aber jetzt muss ich mich gerade noch ein bisschen auf das RP wieder konzentrieren. Nicht böse sein, weil, äh, es ist heute ne Situation, die wir so noch nicht hatten. Tatsächlich. 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 Sind gleich da, wird gerade wild. Ich habe gerade einen super beunruhigen SMS von Max bekommen. Ach nee, was ist los? Ich weiß nicht, wie wir das am besten machen, aber Max hat Colin erwischt. Also es war so wohl irgendwie, dass Max hinter irgendeiner Mauer stand und Colin dann da war und Colin mit so einem Typen geredet hat und wohl entsprechende Dinge gesagt hat, die Max jetzt gerade. Was? Er ist halt richtig down. Ich warte hier unten bei der Treppe zu deiner Wohnung, okay? Ach nee, er hätte sich schon den anderen Tag auch suchen können, um down zu sein. Tja, da weißt du direkt, dass du nicht zu uns passt, meine Güte. Okay, dann bis gleich. Warte mal unten, ja? Ja, okay, ich komme sofort. Das ist Max denn, ich rufe ihn gleich direkt mal an, ja? Ja, ja, okay. Ich beeile mich bis gleich. Okay. Dave, versteck dich! Ich habe sie gerade am Telefon gehabt, sie kommt jetzt runter. Du und Colin, ihr habt Stress, du hast ihn bei was erwischt. Okay. Nicht ans Telefon gehen! Komm! Nicht ans Telefon gehen! Ja? Wo bist du? Wo bleibst du? Jetzt scheint... Ja, ich habe mir tut mir leid. Ich habe mir irgendwelche Scheiße gesch... Ich suche eine Hose! Was denn? Nimm ihr was mit, Barbara! Ist egal! Max ist jetzt wichtiger! Okay! Ja, bis gleich! Ja, ich komme! Okay, ich komme! Ich komme! Ich habe sie gefunden! Bis gleich! Bis gleich! Ja! Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Oh, war er endlich! Es ist furchtbar! Ich bin ein Mittelverzug! Was? Ich bin hier schon hin! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh! Oh Gott! Nee, dann ist es! Oh nee! Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Oh Gott! Gib mir eure Handys! Oh Gott! Nein Sir, sie müssen uns gehen lassen! Wir haben einen Notfall! Es geht um Liebe und Leidenschaft! Bitte! Halt die Schnauze! Oh Gott! Ja, bitteschön! Mach mich! Maske überziehen! Was für eine Maske? Sehen Sie nicht, dass ich nicht gerade geschminkt habe? Maske umziehen! Oh meine Güte! Ich mache ja schon! Umdrehen, dass sie nichts sehen können! Okay! Also die Maske umdrehen! Okay! Mach ich! Oh! Ich reise wieder zurück! Es ist ja furchtbar! Scheiße Barbara! Haben Sie die Maske umgedreht? Ich habe die Maske umgedreht! Hat jemand von euch ein Auto? Ja, ich! Gib mir den Schlüssel! Okay! Oh! Bitte schön! Das ist der Tulip da vorne! Der Lilane! Die steigen da jetzt ein! Und wenn sie irgendeinen Scheiß machen, dann steche ich die alte ab! Oh Gott! Nein! Nein, nein, nein! Bitte nicht! Bitte nicht! Ach ja! Barbara! Ich habe ein langes Leben gehabt! Das ist nicht schlimm! Mach was er sagt! Auf jeden Fall! Okay! 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 Einsteigen! Ähm! Oh nein! Ich will hier nicht sitzen! Oh! Oh Gott! Das Auto ist abgeschlossen! Das Auto ist abgeschlossen! Macht keinen Scheiß! Oh Gott! Okay! So, was haben wir Ihnen denn getan? Ich kann Ihnen Geld geben, ne? Wollen Sie Geld haben? Ich habe eine wunderschöne Kette an! Die kann ich Ihnen auch geben! Die ist bestimmt mehr wert als unser Leben, ne? Nein! Warum sagen Sie denn nichts? Sie sind ein bisschen unnöblich, ne? So eine Entführung klappt nur, wenn man kommuniziert! Schnauze halten jetzt! Oh! Okay! Ich verstehe schon! Sie kommunizieren fantastisch! Warum hören Sie sich so sexy an? Äh! Nein! Oh mein Gott! Ähm! Oh! Barbara! Er hat mir einfach eine fucking Maske aufgezogen! Und jetzt ist mein Make-up auch voll schmiert! Oh Gott! Oh! 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 Wo haben Sie unsere Handys hingepackt? Sind das die... Ist das da in dieser kleinen Tüte da vorne? Oh Gott! Ich war ja Jesus! Oh mein Gott! Das mit der Fleischwurst tut mir leid! Was? Was? Wenn das die Strafe der Füße ist, dann mach ich's nie wieder! Was hast du mit der Fleischwurst? Oh Gott! Ich dachte die Fleischwurst wär noch gut, Ariane! Da war er jetzt ausgestiegen! Oh! Ich glaub wir sollten jetzt wegreden! Anni ist abgeschlossen! Scheiße! Ich seh nichts! Oh! Warte! Was ist das für ein Geräusch? Ariane! Du musst auf die Umgebung achten! Wir müssen uns merken wo wir sehen werden! Ich hab auch ne Maske auf! Scheiße! Oh Gott! Ich hab Larry heute nicht schon tausendmal gesagt, dass ich ihn so sehr liebe! Oh mein Gott! Können Sie mir bitte die Maske abnehmen? Aussteigen! Oh Gott! Okay! Okay! Und Maske anbehalten! Ja! Ja! Ich hab meine Maske an! Weiter! Wo lang? Schließen Sie bitte mein Auto ab und vergessen Sie's nicht! Nach rechts! Nach rechts! Nach rechts! Oh Gott! Oh wie furchtbar! Barbara! Tut dir die gerade weh? Ich weiß nicht! Wo bringen sie uns denn jetzt hin? Nach links! Können Sie vielleicht ein bisschen mit uns reden? Ich will sie kommen! Warum? 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 Was ist denn? Du musst reden! Sonst weiß ich nicht ob's dir gut geht! Das geht mir fantastisch! Beschissen Darin an ihr! Und fragst du eigentlich? Wollen Sie jeden was geben? Willst du komm ich gleich! Na rechts! Hat sie meinen Ex mal geschickt? Wollen Sie mich zurückholen? Stehen Sie auf ältere Frauen? Oh um Gottes! Wir bitte nicht! Sie pervers, ich bin eine vergebene Frau! Sie können vielleicht mal kurz gucken, aber das war es dann auch. Oh mein Gott, Sie haben hier auch noch nichts getan, oder? Oh mein Gott, geht ihr deswegen nicht ans Telefon? Den seht ihr gleich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Was habe ich Ihnen denn getan? Jetzt wird es aber langsam ein bisschen aggressiv. Das kannst du dann gleich hierher fragen. Oh Gott, das wäre so etwas erlebend. Oh mein Gott, Barbara. Da ist noch jemand anders, der sieht mich weg. Sie sieht nichts, sie sieht nichts. Okay, sie kommt, sie sieht nichts. Es hört sich erstmal sehr gut an, muss ich sagen. Tja, ich habe mir halt mal Mühe gegeben. Leute, ich denke, dir das Thema mal ganz kurz unterbrechen. Barbara kommt da vorne. Sie sieht nichts, die Maske ist umgedreht und sie denkt, möchte die Jonathan entführt und wird es angetan. Okay. Ach schade, ich wollte noch ein bisschen improvisieren für euch, aber hat nicht geklappt. Kann ich das später erzählen? Oh ja, gerne. Haben wir so etwas? Was ist das jetzt hier, oder? Kann sie die Maske abnehmen? Ja. Kann man sich irgendwie aufstellen? Spalier oder so? Äh, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Lass uns doch mit Spalier machen. Ich wink hier. Komm, ich spalier, ja. Was für ein Ding? Dann ein R, links, rechts. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Ach, meine Hüte. Dann wink ich halt auch. Alles, 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 alles gut. Ich war jetzt aber nicht lustig, ich dachte, ich sterbe. Oh, Barbara, Entschuldigung. Ach, ihr seid ja scheiße, um Gottes Wille. Ach, du auch. Oh, Hallöchen. Hi. Meine Güte, auch Gott sei Dank, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Ja, scheiße, du. Was? Ja, ich, jetzt bin ich gerade ein bisschen, jetzt freue ich mich. Aber ich dachte wirklich, ich sterbe jetzt. Oh, ich habe das gut gemacht, oder? Ja, fantastisch, meine Güte. Wirklich? Ich hatte Lust, dich umzubringen kurz, ne? Wirklich unhöflich. Ja, Dankeschön. Ist das jetzt, ist das hier mein Geschenk? Ist das mein Haus hier jetzt? Ja, für heute. Für heute, ja. Bis zwei Uhr ist es dein Haus. Jetzt tatsächlich? Ja. Was denn? Das. Weißt du noch, was noch viel besser ist? Was denn? Harald würde für dich auch strippen, ne? Oh, nee, das muss nicht sein. Das muss wirklich nicht sein. Nee, da würde ich, da würde ich ablehnen, wirklich. Barbara? Das ist sehr, sehr lieb, aber ich, nee, danke. Ja, es ist. Du kannst dir heute die Kante geben. Wir haben sehr viel Alkohol da. Oh, super. Das ist nämlich das, was ich eigentlich vorhatte, nee? Ja, und da heute schon ein besonderer Tag ist, hat Opa extra für dich abgesagt. Ja. Ja, du hast keinen Bock zu kommen. Oh, mein Gott. Das ist, mhm, ja, okay. Äh? Ja. Ja, so ist es doch. Aber jetzt, oder siehst du, nee, ja? Nee. Harald, ich bitte dich. Das ist ein schwieriges Thema, nee? Schwieriges Thema. Ich ziehe mir sich manchmal schon mal die Schuhe aus. Ich bin so wissend umfassig, halt. Ach Gott, jetzt haben wir ein bisschen gemacht für gar nichts, nee? Warum? Hä, wie für gar nichts? Wir sind dabei. Ja, gut, ich habe wechselklamotten dabei, nee? Ja, nee, weil... Hast du denn die Hose gemacht? Nee. Hast du dir ein Bikini mitgenommen? Aber jetzt stell dir mal vor, wenn wir trinken, da kann ich doch nicht mit hohen Schuhen rumlaufen, nee? Ach so, wir brauchen gleich barfuß. Ja, mache ich jetzt. Du guckst genau an, wo du bist. Träumchen. Paradies. Nach ein paar Flaschen merkst du doch nicht genau, was da rumläuft. Genau. Oh Gott, das ist eine gute Idee. Hier war ich schon mal vor Ewigkeiten, nee? Max, gib mal Autoschüsse wieder. Oh, ja. Oh. Das hat sehr gut geklappt. Oh, mein Handy hätte ich gleich auch gerne wieder, nee? Hast du bekommen? Ja, kannst du mir den Autoschüsse wieder? Oh, Barbie, wieso habe ich noch... Nee, ich habe Max nur die Schuhe gegeben. Ach so. Äh, ich habe... Du hast mir irgendwas... Warte mal, ich gebe dir... Max, kannst du mir den Autoschüsse wieder? Hab ich schon. Und mein Handy? Ach ja, euer Handy, stimmt. Und dein Handy, Ariane. Ist das jetzt hier gemietet oder was ist das hier? Also ich glaube, ich springe gleich ins Wasser, okay? Ich will auch ins Wasser. Oh, wow. Ich habe vergessen, den Bikini mitzunehmen. Oh nein. Ist das dein Ernst, Barbie? Ja, weil du so einen Stress gemacht hast. So eine Scheiße. Weißt du was, Derry? Guck mal, was sie mir heute geholt haben? Äh, die Wall? Was hast du dir denn geholt? Aber ich habe ja Unterbeschäden, weißt du? Wow, ist das eine coole Farbe. Die steht hier... Was ist mit dem Die Wall? Dankeschön. Ja, da kann man das mit. Bitte was? Aber was ist das denn hier? Nee, ich warte kurz. Äh, ach so. Ja, da habe ich ja Glück gehabt, dass es keine Hochzeit geworden ist, ne? Das ist dein Einjähriges. Ja, mein Einjähriges, fantastisch. War doch, wenn du noch jemanden aus... Wenn du noch jemanden einladen willst, ne? Lade einfach an. Ja. Oh, Elia ist ja schon da, ne? Habe ich sonst noch Freunde? Dein Hund? Äh. Ja, was denn? Dein Hund noch? Ich glaube, ich habe sonst keine Freunde mehr. Äh. Na komm schon. Gucken, gut. Oh, gucken, gut. Äh. Doch. Äh. Doch, wir sind unter uns. Hier ist niemand, niemand Fremdes. Schade. Kann ich dir den geben zum Ableben? Ja, niemand Fremdes ist da. Niemand. Also, äh, nicht, dass ich dir hier so, äh... Ich lege ihn einfach auf meinen Haufen hier. Okay. Ja. Hey. Oh, wow. Hahaha. Ich muss mir endlich Haare schneiden. Ich komme ja so alt vor. Ja, ich wünschte, ich könnte das für dich machen, aber... Ja, mach das mal. Vielleicht in Rockford hier ist ja in dieser Riesenfröse, da kannst du das bestimmt machen. Oder wir lassen von Mountain Ham Style jemanden rauskommen, der City-Dienst macht. Oh, wow, wo ist Haare denn da? Komm, Derry. Oh, ja. Der Grottenmolch. Oh, Haare. Hey, Haare, du kleiner Grottenmolch. Wow. Das ist immer schön, direkt auf den Knüchel drauf. Oh. Hä? Oh, wir werden mal gucken hier. Oh, ist das schön hier. Derry, kommst du? Ich habe ein bisschen Probleme jetzt mit dem Platz und so, ne? Ich habe das Gefühl, ich muss doch noch mal kurz nach Hause fahren und jetzt zurücklassen. Ja, tatsächlich, oder machen wir das bei? Ist das okay? Gut, ich war da, ist kein Problem. Ach, Lamy, manchmal muss man doch... Ich hoffe, ich traue. Dann nicht. Au. Was macht ihr hier? Das ist wundervoll. Ich bin tiefenentspannt. Hey, Junge, kann man wirklich, glaube ich, gut ins Wasser springen. Pass auf, das Wasser ist nicht hoch und tief, mein ich. Oh, ist das schön. Oh, Zeit zum Saufen. Ja, warte, wir sind doch gerade, er ist jetzt hier. Ja, und? Lya, der Baden-Hunster steht hier wirklich gut, der Bikini. Dankeschön. Halt, dein Tattoo ist fantastisch. Hey, wir könnten jemanden vom City-Dienst kommen lassen, wegen Haare. Dary möchte nämlich auch seine Haare machen. Ja, dann. Und Lya möchte auch die Haare machen, ja, aber wir müssen... Ja, dann hol doch Headkins her. Headkins? Ja. Äh, ich würde, ähm... Oh, ich hatte gerade ein bisschen Glück. Ja? Ich würde niemanden holen, der vielleicht das andere ist, ähm... Achso, äh... In der Nähe von... Macht denn sonst noch City-Dienst? Ähm... Vielleicht Rockforce? Die machen das ja auch noch. Ich könnte ja auch anrufen. Max? Ja? Wow. Was hast du denn angestellt? Wieso? Nein. Ich kannte die noch gar nicht. Max hat doch die... Die Tattoo schon immer gehabt. Nein, kannte ich nicht. Ich habe Max nie langt gesehen. Also, äh... Ja, aber die hat man auch bei den Klamotten bei den Kleidern gesehen. Naja, aber nicht das an der Brust. Doch, das hat... Wo ist Barbara? Ja, schön, dass du ihn öftern, äh... Oberkörperfrei siehst. Also, die Klamotten, die Max damals anhatte. Als Drag-Queen, da hat man die... Das hätte du immer gesehen, du alter Mann. Was? Ich... Apropos Larry, ich habe eine Heifgabe. Da habe ich mich geschämt. Ich gucke doch nicht andere... Also, da habe ich anderen Damen nicht einfach ins Sekoltegi geguckt, ja? Das mache ich immer noch nicht. Du bist so recht. Möchtest du gleich einen Test mit dir machen? So ist es, wir müssen noch einen Test machen. Oh, was denn? Aber erstmal muss ich nochmal, Barbie, äh... Wann dessen kannst du einen Friseur anrufen, dann machen wir den Test. Ja, wir können. Äh, die haben mich ja auch ihre Haare machen. Wir können jemanden vom Friseur ja einfach hinkommen lassen. Ja, das wäre ja ein Service hier. Hey, hey. Wow. Okay, das machen wir so. Das steht ja ungemein gut. Oh, ich habe, glaube ich, gerade meinen Rücken so ein bisschen... Oh, es geht wieder. Hast du dir den Rücken wehgetan? Ja. Du musst mich nicht zurück umarmen, wenn ich dich umarbe. Manchmal möchte ich mich einfach nur so anlehnen. Oh, ich genieße das auch so. So, ich gehe mal kurz zu meinem Handy. Ja. So, ich gehe mal kurz zu meinem Handy. So, ich gehe mal kurz zu meinem Handy. So, ich gehe mal kurz zu meinem Handy. Mist. Jetzt muss ich mal gucken, wen man anruft. Ich mach eigentlich auch so die Dinge, die sind eigentlich auch immer da. Jeder kann sich ja ein Ding ausdenken, was dann Barbie Kake findet, was Gutes und dann eine Erinnerung. Hallöchen! Sah das nicht grad fantastisch aus? Was denn? Hast du das nicht gesehen? Oh mein Gott, warte. Bleib mal da stehen, Ariane. Ja. Wow! Fantastisch, oder? Ja. Oh Mann! Mach das auch mal! Ja, pass auf, dass du den Papa... Wow! Oh, das sieht ganz schön heiß am Arsch! Ja. Hey! Bravo! Harry! Hahaha, yeah! Komm! Mach das nochmal! Ich bin so stolz auf Harry! Mach du das doch! Warum nicht den? Soll ich das machen? Ja, dann! Das ist schon ausreichend! Und Harry! Wieso macht der Meister? Ich bin... Ich bin heute irgendwie so... Oh, ne Badeklappe! Kann den hier! Ähm, Barbara! Irgendwie trau ich mich nicht! Oh, das ist ja ein Herz! Oh, wie schön! Hier fällt doch alles auf, oder? Ja, aber ich stehe hier... Natürlich, das fällt doch voll auf! Ein schönes Herz! Ja! Die Liebe nämlich! Die Liebe! Ja, das stimmt! Diese ganze... Ich hab das Gefühl, dieses ganze Haus ist eine... 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 Ja! Ach! Max hat mit mir so einen Treue-Test gemacht! Aha! Und? Du kommst gut weg! Ich hab alle Fragen weisgemäß beantwortet und ich muss mir keine Gedanken machen! Du solltest das auch mal mit dir machen! Na dann! W-w-woll... War das nicht vorhin? Hat doch Max gesagt, dass er einen Test machen wollte! Ja, genau! Das stimmt! Super interessant! Okay! Mal an! Aha! Mann, Derry! Ja? Ich wollte nochmal ganz kurz so... Oh! Was liegt denn da? Oh, meine Güte! Das ist voll gemütlich auf dem Stuhl! Ha! Oh, dein Ding! Perverse Schwach... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ist richtig zur Geld, Jo! oh Gott! Das ist aber Geld! Oh! Oh! Oh... Oh! Oh, das ist noch ein bisschen tiefer hier! Oh! 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 Wow, das ist ein Beat. Das Kinder stöhnt einfach wieder bei allem, was Emma stöhnt, ja. Was ist das denn? Oh, Moment. Jetzt lebt euch mal richtig aus und mir braucht ein iPhone. Ja, ich muss noch warm werden. Larry, du musst richtig abgehen. Du musst es fühlen. Ja, ich muss erst mal, das ist quasi... Oh Gott, Larry, fühlen es! Ich fühl's sehr heute. Ja, aber ist ja okay. Jetzt ist es vorbei. Genau so! Jetzt hat's mich! Ja, jetzt hat's dich! Oh Gott! 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 Oh Gott. Ich bin ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch. Das ist so cool. Neri, ich kann nicht anders. So, jetzt bin ich wieder jung. Ja, das ist einfach dein Tanz. Dann siehst du die Klinikfarbe, die du machst. Das muss ich nicht so Muskeln haben, aber ich kann nicht haben. Ja! Das sind die Beine. Das ist so, was du hast. Na, kannst du das auch? Das sind die Beine. So, jetzt. Wie kann ich das machen? Ich kann das nicht aufnehmen. Wie kann ich das machen? Das war's! ich muss mal auch diese abkühlung ja ich bin auch ganz schön im schwitzen nicht wer war das denn hier was jetzt ist es nicht wer schmeißt denn hier eine bank rein okay wo ist der rest kannst du mir vielleicht hoch das ist wirklich schön hier das gehört uns ja ich glaube auch eher was gemütliches das ganze zu pflegen ach du scheiße da hätte ich gar keinen bock drauf ich fühle es wirklich sehr was mich noch mehr zu empfehlen bringt ist der alkohol gleich was ist mit colin hat colin sich schon zurück gemeldet ah nö ich habe jetzt auch keinen von den friseuren erreicht ich hoffe dass ich hoffe dass nicht schlimm wenn ich den den ich habe den auch sagt er auch so ein bisschen ran herangestellt auf das passt schon ja ich habe meine kleidung auch daneben geworfen aber jetzt nicht mehr alles überlebt aber jetzt nicht mehr alles überlebt ich stelle sie mal auf die box hier und dann kannst du was fragen oder testen oder so ah ja genau das machen wir dann gleich nachdem wir getrunken haben ich stelle sie mal hier in die box rein zu zwei ein großes glas das ist so krass und die hat uns tatsächlich noch tatsächlich noch spontan freien so lernt man gebt ihr mal ein glas Ähm. Äh, warte mal. Ich muss mal. Äh. Ich pack meine Stiefel einfach mal zu dem. Zack, so. Okay. Bitteschön. Danke. Dann gehen wir mal zu den anderen. Mhm. Ja, aber ist es nicht ein bisschen scheiße, wenn wir jetzt trinken und die anderen haben nichts? Ähm. Wir gehen jetzt quasi. Ach so, ich dachte, wir nehmen was zu... Ähm, Max? Ja. Die anderen sind da vorne. Ja. Aber hast du für die auch was mitgenommen? Ja, meine ich, äh, hast du für Barbara einen Getränken mit? Ach so, ich kann nur was. Kommt ja ein bisschen scheiße, wenn wir was jetzt trinken vor dem... Nein, nein, das war Kommunikationsfehler. Ich hab's kurz im Nebensatz nur erwähnt. Oh mein Gott, ich seh in den Licht bestimmt richtig toll aus. Mir zu viel Wein für Barbie. Ja, müsste einer drinstehen. Ähm, da habe ich einen reingepackt zu einer Flasche. Ganz unten. Ja, da, wo es schön kalt ist. Ah, ja. Jetzt haben wir das Riesending gemietet und sind gar nicht so viele, aber irgendwie finde ich das ganz schön cool. Ja, eigentlich ist es voll cool, dass man so ein Riesending für sich alleine hat, oder? Ja. Harry, du bist unglaublich. Hä, Max und ich haben das gemacht. Okay, Max, du bist auch unglaublich. Dankeschön. Harry, du bist auch unglaublich. Ach, ihr seid alle unglaublich. Wir sind alle die Besten. So hieß es. Ja. Hallöchen. Ja, was würden wir dir geben? Gern etwas zu essen. Zum Essen. Richtig. Wir haben hier verschiedenes. Was kann man dir anbieten hier? Ähm, ich kann so das Grundnahrungsmittel mit Hefe anbieten. Mit... Ich glaube, sie braucht wirklich was zu essen, Lail. Ja, ich habe wirklich Hunger. Ja, hier, warte, warte mal. Ich, äh... Äh... Moment. Äh... Ja, ein Ramp, hm? Alkoh! Was willst du denn? Harald, was... Wo warst du Bock? Äh, warte. Du? Hm? Oder nehmt euch doch einfach die Sachen hier aus dem Kühlschrank. Ah, perfekt. Sind noch welche drin, ja? Jede Menge Sachen da. Ja. Ist wie nur auf das... Ja, Geburtstagskind, wollte ich schon sagen. Da war was mit. Oh, Barb. Wo ist sie denn? Weiß nicht, wo ist Barbara? Ich schau mal. Okay. Tja, okay, wenn ihr schon alle anstoßt, dann, äh, Daring. Prost. Wie, ich saufen schon alle. Hallo? Wir warten auch noch. Deine, warte, es ist nur... Ist nur Harald. Hä? Ja, wir müssen ja erstmal anstoßen. Meine liebe Harald. Du musst doch anmaßen. Ja, wir warten ja noch auf Barbara. Ja, dann halt ich so in der Hand jetzt. Ja, dann mach das. Aber du kannst gar nicht widerstehen, weißt du? Ja, also... Hm? Hm. So, Lami, ich hab schon meine erste Fahrt gehabt. Nein. Wie ist es gelaufen? Ganz gut, aber war nur von, äh, Cindy Shores bis nach Flywheel. Aber trotzdem ganz gut. Ja, cool. Ich werd mir das bestimmt dann auch irgendwann mal angucken. Immerhin. Gott, du lieb, hab ich das gut gemacht. Er freut dich schon mal drauf. Oh, bist du Taxifahrerin? Äh, ja. Frisch gebacken, quasi. Oh, cool. Ja. Schön, äh... Wunsch. Ja, dankeschön. Was machst du eigentlich denn? Dann holst du mich in mein Taxi. Dann kannst du mich in Palito abholen, um in die Schokolaterie zu fahren. Cool. Ja. Oh, ja, Palito fahrten. Schokolaterie, also. Oh, das war brav. Schokolaterie. Gut gemacht. Ich hab dich nicht erkannt. Barbara, wo warst du? Ich hab euch gesucht. Kommt die hoch? Ich hab gehört, dass... Der kommt. Der kommt? Lass ich sehen. Aber wie kann man denn nur... Wie kann man denn eigentlich nur so die Figur halten, wenn man in so einem Laden arbeitet? Ich würde die ganze Zeit nur Schokolade essen. Oh, nee, glaub mir. Irgendwann isst man keine Schokolade mehr und dann kann's nicht mal mehr essen. Oh, dann mach ich gleich mal. Ja, du, die ist selbst produziert und alles, ne? Also... Oh mein Gott, ja. Hey, Bar! Ist die Oma noch eigentlich klar? Welche Oma? Ja, aber nicht mehr in der Schokolade. Oh, mit der warst du doch auch zusammen, ne? Ja. Was? Oh, cool. Echt? Das wusste ich gar nicht. Ich würde mal Tiki Taka mal kurz gemacht, aber mehr auch nicht, ne? Oh mein Gott. Tiki Taka? Was ist das? Ach so, äh, Harald, du und der Edith. Na klar. Ach, das kann ich mir nicht vorstellen, ne? Mensch, wo ist mein Alkohol? Aber du bist doch mit Rösli zusammen. Ja mittlerweile. Ich wollte gerade sagen. Ja, im Küchen. Ach, dazwischen. Ach, danke. Ach, wein. Ja, dann stoßen wir mal an, ne? Auf den Müllschach, auf den Sons. So ist es. Auf, Barbie, wir machen nachher ein Roasting, ne? Heute vor einem Jahr habe ich Schlami kennengelernt, ne? Prost. Und mich auch. Ich auch, ne? Ich war sogar der erste, den du kennengelernt hast. Oh, Barbara. Wirklich? Oh mein Gott, Barbara, ich war bloß damals, ne? Ich glaube, du hast mich das erst mal dann zum U.S. betragen. So, jetzt kommt's raus. Ja, aber ich auch noch. Ja, ich habe dir 100 Dollar gegeben. Bin ich in einem Schloch sehr gut daran, ne? Ich weiß auch noch, dass ich dachte, was ist das denn für ein Arschloch, ne? Oh, das werde ich auch nie vergessen. Er drehst mich schon direkt mal dramatisch weg. Oh je. Barbie, wir machen jetzt das Roasting. Was für, was, was? Gibt's was zu grillen? Lecker? Ja, das dachte ich auch, aber leider nein. Grillenig. Oh. Jetzt sagt jeder was, was der Kacke an dir findet, was er gut an dir findet, und dann erzählt er noch eine schöne Geschichte mit dir. Ja gut, aber man findet ja nichts schlecht an mir, ne? Okay, darf ich anfangen? Ja, das hörst du jetzt gleich. Und mich warten, bis Eva und Dings da wieder da sind. Okay. Achso, ja gut, dann warten wir. Okay. Gut, dann gehe ich kurz auf Toilette. Also darf ich nicht sagen, was ich an Barbara Kacke finde? Vielleicht gehe ich auch mal kurz auf Toilette, ja? Gebt ihr mir zwei Minuten. Lass mich, komm mit, ja? Komm mit uns zusammen. Ich halte fest. Dann mache ich jetzt den Partner-Test. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, ob Larry Ähnliches antwortet. Ich bin auch gespannt. Gut, Larry. Muss das hier vor allem sein? Ist das nicht geheim oder so? Wir können auch kurz zur Seite gehen. Achso, ja, können wir auch, wenn es sich dort... Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie persönlich die Fragen sind. Eigentlich... Ach, auch. Bei mir geht einmal durchs Ohr und auf der anderen Seite wieder rausgesprochen. Ich sage es mal so, es geht... Du musst Ariane in manchen Fragen, also in allen Fragen eigentlich einschätzen. Ich... Also ich so... Ja... Das war bei dir vor allem. Also ich frage dich, äh... Macht dir Ariane Geschenke und du sagst ja oder nein oder ein bisschen, je nachdem, was die Fragen für eine Antwort gibt. Ja, frag mal. Ist es dir... Wir können noch kurz zur Seite, wie du magst. Nein, stand durch, alles super. Ich denke, ich habe nichts zu verbergen. Gut, erste Frage. Wir haben nämlich so ein tolles Magazin bei, äh, beim DOL gefunden und da waren so... Niemand setzt sich da hin. Die Magazine waren wie neu quasi und da habe ich eins mitgenommen. Okay. Die erste Frage ist... Welches Kompliment könnte von ihr sein? A, bei dir kann ich irgendwie ich selbst sein? B, was für ein Kompliment? Also so auf die Art, ich habe noch nie ein Kompliment gehört. Oder C, du hast eine super Figur? Eins. Zweite Frage. Worüber streitet er am häufigsten? A, darüber, dass sie unaufmerksam mir gegenüber ist, meine Güte, darüber, dass sie viel zu eifersüchtig ist oder darüber, dass sie findet, dass ich klar mache? Worüber streitet er am häufigsten? Boah. Wir streiten nicht. Das ist das Problem. Wir haben das schon hingekommen. Also wenn, zwei, okay. Die zweite Frage. Ist euer Sexleben wie immer oder anders als vorher? A, irgendwie will sie ständig neue Sachen im Bett probieren. B, wir schlafen kaum noch miteinander. Oder C, nein, alles wie immer. D. Larry. Ja. Du musst auch richtig beantworten. Eins. Oh, ich höre mein Handy von drüben. Das hole ich gleich mal. Vierte Frage. Du hast Sorgen und redest mit ihm darüber. Wie reagiert sie? Nein, du hast Sorgen und redest mit ihr darüber. Wie reagiert sie? Sie hört mir brav zu, aber ich merke, dass es sie nicht wirklich interessiert. B, sie hört mir zu und gibt mir so gut, sie kann Ratschläge. Oder C, ich erzähle ihr eher selten von meinen... Okay. Oh. Larry, ich musste leider bei dir A nehmen. Es tut mir leid. Was? Ja, habe ich schon verstanden. Du müsstest kurz etwas an ihrem Rechner checken, weil dein Computer gerade kaputt ist. Wie reagiert sie? Ich soll was am Rechner checken? Larry, hör zu, du! Oder Handy, kann man eigentlich fast so. Ihr Rechner ist tabu. A, B, sie leid mir selbstverständlich ihren Rechner. Oder C, sie lässt mich an ihrem Rechner, bleibt aber daneben sitzen, weil sie denkt, ich mache irgendwas kaputt. Das war A oder B, ja? A, B oder C. Also es gibt Rechner ist tabu. Nein, dass sie denkt, ich mache was kaputt. Sie bleiben sitzen. Okay. Hey, Larry, you can speak good. Lässt sie ihr Handy offen rumliegen? A, nein, ihr Handy kriege ich eigentlich nie zu Gesicht. B, ja, das liegt ständig irgendwo offen rum. Oder C, mal so, mal so. C. Also eigentlich ist es immer bei Aerie, aber okay. Ist dein Partner allerdings öfter alleine unterwegs, länger bei Arbeit oder mit Freunden verabredet, von denen du nie gehört hast, ja oder nein? Nein. Hat sich dein Partner verändert in der letzten Zeit? A, sie ist auf Laune schon verschlossen. B, ist eigentlich wie immer. Oder C, sie achtet mehr auf ihr Aussehen, trägt neue Klamotten und treibt Sport. Das mit dem Sport kriege ich nicht mit, aber ich weiß, dass Aerie immer sehr auf sich achtet und immer natürlich viele Klamotten anzieht. Aber es ist okay. A, so wie immer. Wann hat sie dir das letzte Mal eine Freude gemacht? A, an meinen Geburtstag. B, sie bringt mir öfters überraschend kleine Geschenke mit. Oder C, ich kann mich nicht erinnern. B, aber eigentlich auch D, weil es ist jeden Tag eine tolle Überraschung. Wann hat sie auch B genommen? Dein Freund fährt beruflich oder mit Freunden übers Wochenende weg. Meldet sie sich? Ja. Also A, ja, wir helfen denen wir mal zum Tag. B, eigentlich nur sehr sporadisch. Oder C, sie hat mir schon vorher gesagt, dass sie es eher selten schaffen wird, sich zu melden. C, wenn es technisch nicht möglich ist. Letzte Frage. Wie reagiert sie, wenn du ihr untreu unterstellst? A, ich würde sie nie darauf ansprechen. B, sie ist total sauer und aufgebracht. C, sie findet meine Eifersucht süß. B. B? B, also ich habe C bei dir gemacht. Ah, ja. Also ihr habt quasi dasselbe Ergebnis. Oh, schön, Larry. Dein Misstrauen scheint unbegründet, dein Partner mag dich und scheinbar sind das andere Gründe, warum es gerade nicht so super zwischen euch läuft. Oh, scheiße. Also ich fühle mich sehr wohl, aber okay. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Test für unsichere. Ja, ja, das könnte sein. Ich brauche jetzt jo abholen. Ich geh mir noch ein Sternzeichen. Gibt es eigentlich nicht ein neues Sternzeichen? Ähm. Ich muss mal gucken. Heute ist Sonntag, ja, eigentlich schon. Ja. Wochenhoroskop. 23. bis 29. Scheiße. Was ist denn aktuell ist? Ich mach mal die Flasche Gin auf. Ich glaube, wir brauchen mehr Alkohol später noch. Mist. Da ist er, Jo. Oh, wie schön. Hallöchen. Hat er Schwimmbadezeug dabei? Jo, hallo. Hallo, Mia. Ich bring Jo mit. Ja, perfekt. Er hat mich im Garten gefunden. Ja, ich hab ihn. Hallöchen, Jo. Hast du Badesachen dabei, Schwimmsachen, Zeugs? Ich nicht, aber ich hab eins, weil, also ganz viele Sachen für Barbara bin. Hey, Jo. Was ist denn? Wie geht es Ihnen? Ach, jetzt wieder ein Quäntchen besser. Oh, das freut mich. Wer möchte Gin? Ja. Ich nehme Tonic. Ich bin Tonic. Ist nur Gin, ist nur Gin. Ach, egal. Ich trinke auch Gin so. Hallo. Harald? Ja, wir machen gleich den Rosen. Du kannst ja schon mal was überlegen. Was ist das? Hallöchen. Ist wahr? Ja. So, wer wollte von euch beiden? Du wirst, dass du dich ein bisschen overdrägst, ne? Ich muss auch, ne? Ja, hier, bitteschön. Ah, wie du dringst. Danke schön. Na, heute... Oh, ich muss mal was essen. Wer möchte noch einen Gin? Zwei Stück hätte ich noch. Das ist ein cooler Test, Max. Ja? Ja, nee. Oh, dann nimm dir irgendwas anderes. Wir haben jetzt auch viele Sachen. Ja, ich nehme mir. Max, möchtest du Gin? Max, möchtest du Gin? Warte ganz kurz. Okay. Ich gebe Juno kurz den Gin. Entschuldigung. Oh, das ist aber nett. Danke. Das ist ein bisschen doof, Ari, Janine. Nee, wirklich absolut doof. Ich gehe, ich gehe, ich gehe. Ich will das Teilen lösen. Kommt an Ihnen, ey. So ist es. So ist es. Das ist das passende Wort. Ich habe auch heute wieder die Karten dabei. Pim, vielen, vielen Dank für... Oh, vielen, vielen Dank für zehn verschenkte Subs. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Hä? Harry. Ja? Verdammt hüppisches Mädchen, du. Nee, aber... Ja? Äh, nee? Prost. Also, ja. Mist, wer wollte denn jetzt noch... Max, willst du keine... Okay, dann... Ich habe noch eine Wechselhose dabei. Ähm. Ich werde mich heute... Ich werde mich heute richtig betrinken. Sehr schön. Ja. Hey, Max. Hm? Hast du eben Angst? Hast du Angst, dass sich jemand... ...zudem besser hängen? Weiß mal. Sag mal. Okay. Oh. Ich brauche Whisky. Ganz viel. Ich sag mal, hier irgendwie... Hast du Angst, du brauchst das? Whisky. Whisky, ja. Wixy. Wixy? Okay. Nö. Ich dachte, das war jetzt was anderes. Kann man viel Tolles machen. Meine Güte. Hat jemand ein paar Fragen an mich? Ich habe ein bisschen Karten dabei. Oh. 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 Barbara, genau hier in dieser Location heiraten, werden wir beide jetzt organisieren. Ja, aber müssen... Aber dürfen das nicht Fragen sein, die eigentlich nur uns selber betreffen? Na ja, die betreffen Max und mich. Okay. Max, werden wir jetzt organisieren. Wer will sie der größten Sause ever werden lassen? Gut. Ich... Hier geht die Karten. Werden wir eine Hochzeit organisieren? Für Barbara und Jo. Werden wir eine Hochzeit für Barbara und Jo. Organisieren. Ich habe meine Musik mit den Kopfhörern drin, damit ich mich besser kümmern kann. Ich glaube, wir hätten auch nur dieses runde Ding hier mieten können. Ich habe es gleich. Denk natürlich weiter an deine Frage, nicht ans Mieten. Ich denke, meine Frage, meine Frage, meine Frage. Aber ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage, meine Frage, meine Frage, meine Frage. Ich frage mich, was Eri fragen könnte. Ist das eine Frage? Die Frage... Nee, ich glaube, die kann ich dir nicht beantworten. Oh, okay. Also schon, sie fragt sich, ob wir beide die Hochzeit von Barbara organisieren werden. Okay. Ich werde ihr ein Kleid importieren lassen. Denk weiter an die Frage, ne? Ich denke weiter an die Frage. Barbara, es geht jetzt nicht. Du musst hier weg. Mach dich hier. Pass nach oben. Ich lege gerade die Karten. Es ist geheim. Ja, herzliche Glückwunschung. Oh mein Gott, du siehst gut aus. Du darfst nicht die Karten anschauen, Barbie. Bitte, warum? Was sind denn für Karten? Meine Tarot-Parten. Wow. So. Was steht da, Herzbube, um Gottes Willen, dramatisch? Ich war ins Schwerte, du blinde Kuh. Pass auf. Oh. Was ist denn? Was ist denn? Oh, ne, man kommt hier. Ähm. Oh je. Äh, ich kann dir sagen, wir werden die planen und ich kann dir auch gleichzeitig einen Fakt über dich sagen, Ariane. Also, ich bin eigentlich ganz gut im Plan. Ja, ich kann dir auch gleich sagen, ähm. Also, wir werden den Job für Barbie bekommen. Perfekt. Und gleichzeitig wirst du, äh. Willst du damit so ein bisschen anscheinend deinen Traum erfüllen? Oh, das ist ja ganz gut. Das passt ja gut. Ich habe ja gesagt, Barbara kriegt die Hochzeit, die ich. Heute damals, no offense, Larry, wirklich alles in Ordnung. Ich lasse euch mal, das ist sehr privat zwischen euch beiden. Klärt mal die Fragen, ich lebe mich mal da vorne auf die Liege, okay? Macht das, das ist geil. Hipschelay. Ja. Ja, ähm. Das wird cool. Ich wollte es jetzt nicht so offen sagen, aber anscheinend hast du da noch. Hm? Oh, entschuldige, ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Ähm. Habe ich irgendwo was im Gesicht? Nee, nee. Also, ich habe die drei Schwerter, die bedeuten, dass du dein Traum mit der Hochzeit, mit Barbies Hochzeit überwinden wirst. Da ist jetzt irgendwie wirklich noch ein bisschen, ich will es einfach endlich loswerden komplett. Ja, die sechs Schwerter sagen auch, da gibt es noch ein kleines Problem zwischen dir und dem Thema Hochzeit. Aber wie gesagt, das wird sich dann nach der Hochzeit erledigen. Ich weiß nicht, guck mal, wenn ich jemandem was schenke, wenn ich jemandem was schenke, ne, dann fühlt es dir das irgendwie besser an, als wenn ich mir selber was schenke. Und im Prinzip ist es ja das Gleiche. So, so ist es. Ja. Max? Wir machen die größte Sause, die LaSanta es jemals gesehen hat daraus. Was hältst du davon? Und wir wissen beide, die werden heiraten. Wir wissen beide. Dafür habe ich ja schon die Karten gelegt. Bei der Grafik, ne? Aber, das war ja auch. Ich werde die beiden zeichnen, ja? Ich habe einmal die Karten gelegt für Jo und der hat danach gefragt. Was? Ich habe die zwölf Monate gelegt und laut den Karten werden die sich im Winter wieder trennen. Was? Du kannst mal abhauen hier. Geh weg. Warum? Geh. Ich wollte mich um. Ich lasse das nicht zu. Ich werde mich auf jeden Fall dagegen fern, Jo. Was denn? Ich habe noch eine Hose dabei. Alles gut. Max, das lasse ich nicht zu. Jo. Ich gebe dir die Kraft, die ich dir geben kann. Oh Gott, was ist passiert? Also ich habe Jo eine Bahnehose gelegen, ja? Und es war Schicksal, dass ich die heute mitgenommen habe. Oh, super. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Er weiß das, ja. Er hat nämlich gefragt, wann er den Haushaltsantrag machen soll. Ich habe ihn zwölf Monate gelegt und ich habe ihm gesagt, im Juni, Juli soll er den Antrag machen. Was? Ich ziehe ihn dir. Okay, mach ich mal. Das kann man mal wagen. Also nicht er, sondern alle gemein werden, wenn sie sich dann auch sterben oder sie. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich will keinen hier von dir. Ja, natürlich. Das kommt vom Taxifahren. Jo, wie geht es dir Gesundheit nicht? Hast du irgendwie Herzprobleme oder so? Oh Gott, wie schrecklich. Herzprobleme? Ja. Jetzt lass doch mal Jo umziehen. Ich wollte mich gerade umziehen. Harry, das ist wichtig. Ich muss das wissen. Wann ist denn das für Herzprobleme? Ich habe keine Herzprobleme. Ich habe keine Herzprobleme. Ich habe Schwerter gezogen. Aber Schwerter stehen doch für was Gutes, oder? Die Schwerter waren auch umgedreht. Ich muss immer ganz viel Hufs und Gemüse essen, ja? Und vor allem ganz viel im Winter. Hufs, Gemüse? Ja. Warum das denn? Alles gut, Jo. Es ist alles gut. Du weißt, es ist gesund. Aber ich kann erinnern. Was bedeuten Schwerter umgedreht, Mix? Ja, ehrlich. Jede Anzahl an Schwertern hat eine eigene Bedeutung. Und wie viele war es? Drei, acht, sechs. Und das reicht? Das heißt, wenn ihr die Frage nicht habt... Das ist eine geheime Frage. Das ist, was intim ist. Und Ariane und Larry hat mich gefragt. Was intim ist, was mit mir und Johnny sind zu tun. Datenschutz, danke. Also wirklich, nee? Ihr könnt ja nicht so weit die Kartenfragen, das ist privat. Das hat auch nichts mit der Frage von jetzt zu tun, weswegen Ariane so besorgt ist. Jo, komm kurz mit. Du kannst doch eine Frage stellen beim Kartenlegen. Warum wird der jetzt eingeweiht und die ist nicht schnödernd? Das mache ich aber nicht. Ich bin da gleich, ich bin spätig. Was für Doggy, was? Oh je. Umgedrehte Schwerter. Oh mein Gott, Max hat Jodi Karten gelegt. Und irgendwas passiert im Winter. Und da werden die Beine sich trennen. Und gleich an die Liebe der Beine glaube, denke ich, einer von Beinen wird sterben. Na, das... Ach, Harry, jetzt übertreibst du aber. Ich übertreibe nicht. Ich bin da fast lieber ein, wie mache ich. Nein, da stirbt doch keiner. Nein, hör auf, sowas zu denken. Denk was anderes. Ja, doch mal, wie alt die schon sind. Und guck mal, wie Barbara Auto fährt. Wie fährt wirklich... Ich bin froh, dass ich noch lebe. Soll das so weiter... Ich hoffe, sie ist nicht ein zweiter Helmut, oder? Nein, so schlimm ist sie nicht. Auch da hätte ich keine Scheu. Wenn es um dein Leben geht. Nein. So schlimm fährt sie nicht. Ist es wahr? Was? Ist es wahr? Was ist wahr? Was? Über meinen Topp. Ist es wahr, Ariane? Was kannst du es nochmal sagen? Was ist wahr? Wie findest du meinen Topp? Deinen Topp? Ich finde deinen Style heute voll cool. Du, habe ich doch gesagt. Sie lügen. Sie sieht scheiße aus, Ariane. Ich habe gesagt, dass alle, die sagen, dass er jut aussieht, einfach lügen. Wieso ist das so scheiße aussieht? Sie hat... Also ich muss mal sagen, die Schuhe alleine... Hast du dir das mal angeguckt? Das ist ein Frosch, der eine Goldkette trägt. Wie unrealistisch. Die Schuhe und diese Goldkette passen so cool zusammen. Vor allem ist das dann quasi... Das ist ein moderner Kerker-Froschkönig. Das geht ja gar nicht. Wieso geht das denn gar nicht, Barbara? Der Frosch sieht aus, wie du dich anziehst. Nein. Sieht aus wie ein asozialer Frosch. Bitte was, Ariane. Ja, du ziehst dich auch so extravagant an. Das ist mein Problem. Oh mein Gott, ich hab Barbara symbolisch auf dem Kopf. Ja, auf dem Kopf. Ihr vergleicht mich jetzt wirklich mit einem Scheißfrosch, der eine Kette trägt. Okay, der Frosch hat nichts dafür. Der Frosch ist voll süß. Der Frosch hat Leo bringen. Also ich weiß ja nicht mit der beiden Hose, ne? Oh mein Gott! Larry, du hast ihm die Hose gegeben. Oh Gott, ihr passt voll gut zusammen. Wie wunderschön. Wie wunderschön. Ich glaube noch... Meine Güte, schon gesehen. Larry, doch, das ist wundervoll. Babi, schau doch jetzt nicht so direkt hin. Das ist einfach das Schicksal, das ich bei ihm mitgenommen habe. Meine Grüße, Jonas, da kommt dein Hintern gut richtig gut zugegen. Oh mein Gott, Barbara. Hast du Sport gemacht, während ich nicht da bin, Squats? Ich habe angefangen. Wow, das sieht man. Meine Grüße. Daumensport. Daumensport? Ja. Jetzt warst du in die Daumen. Ja, wir haben doch so eine große Kinoanlage, weißt du? Ah. So, dir den Daumen in den Hintern gestickt, Jonathan. Nein, das habe ich nicht. Next? Dann hat ihn gerade Haarlott gewarnt. Bitte was? Also, Next? Larry hat ihn gerade Haarlott gewarnt, also jo. Ach, mein Nae. Ich habe Glühpunsch mit Gnommich Dumme und wir brauchen mehr Arian, ich glaube, Skina wird bald von uns gehen. Es scheint enemens geworden zu sein. die Demenz nur noch meine Reifersuche. Er hat gerade Jonathan Harald genannt. Ja, da kann man verwechseln. Stell dir mal vor, du verwechselst einen jungen Gott. Harald, mit andersrum. Ich will jetzt kein Stimmingskiller sein, aber ich muss bald los. Ich würde Barbara gerne noch sagen, was ich an ihr Kacke finde. Ja, wenn die Aussprache schon angefangen hat. Jo, das ist ein Tattoo. Ich dachte, das wäre ein Armhaar. Nein, jetzt sprech mich nicht auf meine Jugendsündin an. Das war ein richtig wilder früher, ne? Okay, Lia, sag mir, was du über mich nicht magst. Aber sei vorsichtig, ne? Ich finde scheiße an dir, dass du immer so perfekt bist. Bavi, du darfst nicht schlagen, ne? Oh, Lia, nee, du musst das richtig machen. Bavi, wenn du schlägst, ist es vorbei. Ja, das nehme ich an, ne? In dir sieht man dann immer voll doof aus. Das ist wirklich absolut doof, ne? Da kann ich gar nichts gehen, Tumya. Du bist einfach, ich bin so geboren, ne? Ja. Aber wenn du zuschlägst, ist es vorbei. Ich wünschte, du würdest mindestens einmal scheiße aussehen. Egal bei wem. Tu ich aber gar nicht, ne? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Wünsche ich mir zu meinem nächsten Geburtstag. Also, nee, wann hast du Geburtstag? Erst im November. Hier, das hast du dir verdient. Wir sind cool, oder? Wir sind hib. Okay, jetzt habe ich alles rausgelassen. Oh, und jetzt gehst du gleich. Jetzt musst du aber was Nettes über sie sagen und eine Geschichte erzählen. Oh, das fällt mir schwer. Oh. Weil es gibt so vieles. Oh, ich habe Zeit. Ähm, ich finde Andien nett. Oh, ich habe, wenn ich jetzt eine Liste hätte, dann könnte ich jetzt eines aussuchen. Ah, und, weil du musst es teilscheln. Ich finde auch, dass du immer Bonbons verschenkst. Es ist unglaublich viel. Und dann auch, dass du mir abends immer was vorgesungen hast, wenn es mir nicht gut ging. Das habe ich. Singen. Du hast schon lange nicht mehr gemacht, nee? Ja, wirklich, früher immer. Das sollten wir mal nachholen, vielleicht jetzt. Ja, weißt du noch, als ich das erste Mal überfallen wurde, nee, das zweite Mal, als David weg war, dann habe ich bei dir in dieser schönen Wohnung geschlafen, auf dem Teppich, weil du hattest leider kein Bett. Und dann hast du mir was vorgeschnitten. Ja, ich erinnere mich sogar sehr gut nach. Deine Schattenabend, gute Nacht, und ich konnte den Text nicht. Ja, obwohl, ich durfte auf der Couch schlafen, und du hast, glaube ich, am Boden geschlafen. So war das, glaube ich. Oder war ich doch am Boden? Ich weiß es nicht mehr. Ja, stimmt, weil ich kein Schlafzimmer hatte. Ja, danach hat es mich am Rücken gejuckt. Oh, 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 okay. Aber das war wunderschön. Okay. Ja, das war ein tolles. Ja. Es gab aber noch tausend andere schöne Momente. Hallöchen! 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 Das ist wirklich jetzt mit. Ich grüße dich, Jusama. Was hast du denn für eine geniale Badehose an? Wo hast du die her? Ich habe mich von der Skinner bekommen. Ja. Die Skinner war der Retter. Wo kann man die denn kaufen? Das ist ein Betriebsgeheim. Das ist ein Betriebsgeheim. Das ist ein Betriebsgeheim. Betriebsgeheim. Ach ja. Barbara, sag mal, herzlichen Glückwunsch zum Einjährigen. Dankeschön. Haben Sie ein Geschenk mitgebracht? Ja. Verstehen? Nehmen Sie Kokain. Bitte was? Vielen Dank. Das nehmt sie ja. Vielen, vielen Dank. Danke schön. Nehmen Sie einfach Kokain. Das geht nicht. Nein, ich nehme das nicht. Wenn, dann nehme ich das nur mit. Also quasi... Nehmen Sie das nicht? Ich habe aber nichts mit. Ah. Ja. Ja. Aber... Wie wäre es mit Ibuprofen? Nehme ich. Super. So. Und schon habe ich was. Ja, die Ava hat gesagt, dass man da nicht... Ich kenne mich doch nicht so aus mit den Etiketten zu sowas. Ja, ich mich ja auch nicht. Ich habe gedacht, da schenkt man nichts. Weil mir hat der Profil und der Rohr ist richtig reing. Ja, so nehmlich. Barbara, da musst du noch aufpassen. Ach Quatsch. Du hast doch kein Herzinfarkt. Nein, nee, nee. Ach, ich glaube nicht. Nee, oh, jetzt hast du mir ein bisschen Angst gemacht. Weißt du, warte, ich lass das lieber schnell wie morgen früh, nee? Ich geh schon mal in die Bucht. Ja. Tschüss. Oh, ich will auch in die Bucht. Was ist die Bucht? Oh, ich war da auch in die Bucht. Oh, ja, tschüss, nee. Ja, dann lass uns da reingehen. Dankeschön. Ganz kurz, wir würden heute auch noch gerne was vorsingen, ne? Welche Bordehose? Harald und ich. Wow. Oh, das muss ich auch besser. Ich glaube, bei diesen Bethers. Da freue ich mich ja auch. Hab dich. Oh. Kann dir doch ganz schön schnell sein, ja. Wer war das nochmal? Äh, äh, oh, ich soll mich. Ich hab auch seinen Namen vergessen, ähm. Was für ein witziger Vogel. Ja. Oh, Max, wow, können die ja. Oh. Ah, ja. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Oh, Mist, äh. Ähm. Ah. Ah. Ist wirklich gut. Tschüssi. 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 Danke für alle. Tschüssi, tschüssi. Schlaf gut. Viel Spaß euch. Genießt es. Hey. Versucht es. Tschüssi. Tschüssi. Und hey. Wir versuchen. Danke. Die Schuhe passen super zu diesem, äh. Danke schön, Larry. Ja, zu den Ketten und so, ne? Danke, danke. Hauli. Nur noch eine Goldkette und dann ist das Outfit perfekt. Gute Nacht, ihr alle. Kannst du nicht sagen. Tschüssi. Tschüssi. Gute Nacht. Ich brauch mehr Alkohol. Oh. Wir wollten uns da wegschießen. Also, äh. Ich hab ja darum. Mist, ich hätte jeden einzelnen Anrufen sollen und fangen sollen wegen Alkohol mitbringen. Oh. Das ist richtig schön warm. Ich hab nicht gepinkelt. Jo. Ach so. Dann war es wohl ich. Nee, hast du ins Wasser gepinkelt? Nein, hab ich nicht. Oh. Oh, ist das schon. Kann man machen. Ich brauch Alkohol. Nämlich, sollen wir vielleicht gleich kurz losgehen und auch mal was spülen? Ähm, warum denn nicht? Ein bisschen Geld hab ich noch bei. Willst du denn holen? Schon alles weg? Naja, ich hab Glühpunsch mitgenommen, nicht doof, der ist alkoholfrei. Ähm, und Valiseko wird wohl auch nicht so ballern. Und ein bisschen Bier und das war's. Also, ich glaub, ich müsste zwei Valiseko trinken, dann bin ich so, dann wär ich wirklich, dann brauch ich nichts mehr. Sekt sprudelt einfach nur so ins Zieren, finde ich. So wie es im Gläschen sprudelt, sprudelt das ins Gehirn. Dich werde ich heute richtig abfüllen. Oh, äh. Nee, ich will gar nicht so viel. Ich hab jetzt den Pin. Ich hab jetzt diesen Erdbelecker. Warum willst du mich abfüllen? Ach nee, nee, ich mag keinen Kopfschmerzen. Hat jemand von euch ein Pflaster? Nee, wofür? Johnniss Popo blutet. Warum blutet denn dein Popo in die Hose? Was? Blutet mir doch nicht meine Unterhose vor. Boah, jetzt, Lina, das sollte Ihre Liga. Hast du einen Dammriss? Guck doch, guck doch mal, das ist gar nicht so schlimm. Ach, das sieht ein bisschen aus. Ach du Scheiße, das sieht aus wie, das sieht ja aus wie, 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 sind das, sind das Hämorrhoiden? Was? Das ist ja wie ein Sitzring, ist doch praktisch. Also die Hose hat er jetzt noch an, ne? Gucken Sie da gerade durch, durch den Stamm. Nee, aber das beult ja so. Ich meine, ist das, das ist ja wie ein Sitzring. Was ist, Larry, der beult nicht. Guck doch dahin, das ist seine Hote. Ach so? Ich hätte gedacht, wenn du beult, dann, ich meine, ich kann ja auch, ist ja fast wie eine Hüpfburg zum Beispiel, wenn man sitzt, oder? Ja, ich auch. Ja, da hat dickere Eier als du gerade. Wollst du doch ein bisschen. Ich weiß nicht, hab ich noch nie draufgesetzt. Das heißt, ihr müsst mal mehr poppen, ihr beiden. Ach, ja, nee. Wow. Ach, ja, nee. So was würde ich nie sagen, wo kommt denn hier diese Stimme? Ja, so was sagt man auch nicht, so was macht man, ja. Rache aus deinem Mund. Das, was Larry sagt. Meine Güte. Meine Güte. So, ich, wir brauchen mehr Alkohol. Barbara, du würdest dich heute abschießen und ich will sauf. Mach ich. Ich werde ganz drück, ich strecke den Wein auf das Dach, er wird da gerade. Ne, hier, will noch jemand? Ja, ich will. Ich habe hier noch ein zweites Glas in der Hand. Oh, ja, ich will. Oh, okay. Hier bitte, John ist hin. Ach, danke. Scheiße. Oh, schön. Wisst ihr, was, ich hole noch mehr? Bis gleich. Bis gleich. Ich stelle es mir jetzt mal. Warum? Was ist denn passiert? Yo. Ja. Ich, ich wollte so ganz, also in den Pool springen und dann, ja. Ich dachte, ist es nicht beim Pupsen passiert, ja? Wer, wer, wer kriegt denn, wer hat denn blutige Pupen? Bäh. War ich. Der Skinner. Ja, was denn? Larry? Okay, das war, Entschuldigung, ist zu persönlicher. Okay. Sagen sie nicht, sie hat denn das schon? Ich nicht. Ich auch nicht. Aber manchen ist es passiert, wenn sie mir begegnet sind, wenn ich in Uniform da war, um sie zu verhaften. Oh mein Gott, was hast du getan? Ein Stacheldraht in den Popo geschoben? Nein. Oh Gott, der Skinner. Ich will gar nicht, wie sie. Darüber möchte ich nicht sprechen. Warum das denn nicht? Ich bin ja nicht mehr. Ich bin nicht mehr da, ich lasse es hinter mir. Und wie fühlt es sich an? Jetzt mal ehrlich, Larry? Ja, doch, es fühlt sich gut an, wirklich. Also bis jetzt habe ich es nicht mehr vermisst. Stückchen Freiheit, ne? Ja. Und ich bin gespannt, ob das bei Deiner's die so klappt. Oh, ich würde es dir wünschen. Ja, wenn du willst, kann ich dir die Bewerbung nachher ja mal vorlesen. Oh Gott, ich kann mir vorstellen, dass sie sehr, ähm, Larry ist. Also was sie, was sie helfen kann, ist, wenn man eine Bewerbung nachspielt. Also diese zwei Flaschen B und der Sekt, alles was sie noch hat. Ja, deswegen sag ich ja, wir brauchen mehr, wir brauchen Muskel. No, ich dachte, ihr habt den ganzen Schrank voll. Wissen Sie, oh, ich bin ein spontaner Mensch. Ich muss mich nicht vorbereiten. Wir können ja gleich einfach im Badeanzug durch die Stadt wandern und neuen holen. Tolle Idee. Oh ja, da bin ich nicht. Ich habe was vor. Aber da sehen mich andere Männer. Und ich habe was nicht an. Ich habe so einen knappen Bikini. Ja, meine Güte, dann suchst du den ein bisschen zurecht, ne? Ja, aber der fällt mir immer in die Popo weiter. Oh ja, herzlichen Glückwunsch. Da musst du mal anständig laufen, ne? Dann passiert das auch nicht. Aber ein Barbara. Barbara, ja, ja. Ja, was denn? Bei dir passiert das auch. Bei dir passiert das auch. Bei dir passiert das auch. Bei mir passiert das nicht, ne? Ja, bei mir passiert das nicht, ne? Ja, bei mir passiert das nicht, ne? Das geht gleich alleine ein Kuhn holen, ne? Doch, wenn jemand mitkommt. Da können ja Harald und Lami fragen. Wir sind eh die ganze Zeit irgendwo anders. Wir haben voll gelebt. Ah, super. Will jemand, will jemanden sehen? Ja, aber dann können die doch was mitbringen. Hab ich gerade gesagt. Könnt ihr mal Lami anrufen? Der kann doch einfach was mitnehmen. Bitte schön, danke schön. Bitte schön. Okay. Bitte schön. Bitte schön. Und einen trinke ich. Ja, meine Güte. Kannst du mir vielleicht... Einer ist für dich. Max, behalte dich. Nein, will ich nicht. War keine Sturmante. Ja, warum nicht? Ist doch, ne? Ja, bestell dich mal die Stimme. Gefällt dir das mal mit Wasser hier, ja? Ja, ist voll schön. Könnte ich jeden Tag haben. Mag ich wirklich nicht. Du weißt doch nichts, okay? Und du? Ich find das super angenehm. Einfach ein bisschen entspannen. Ein bisschen über die Welt philosophieren. Kann man sich auch mal gönnen, oder? Ja, auf jeden Fall. Hm. Also, ey, sag mal ehrlich. Der Test war doch okay, oder? Ja. Wir haben fast eh nicht geantwortet. Nur, dass ich, äh... Naja, ich hatte angekreuzt, er will neue Dinge im Bett ausprobieren. Seit der Wartensache, weißt du? Ja, dann hab ich doch bei dir dann auch gesagt. Hm, nee, ich glaub, du hattest D gesagt. Ja, aber das gab's ja nicht. Und dann musste ich mich ja dann für A entscheiden. Das war neue Dinge. Oh, Larry, du, äh... Du Schlingel. Also neue Dinge von... Von dir aus, ne? Neue Dinge von dir aus. Mit meinen... Ach, Larry, guckst du dir an? Guckst du dir genau an? Oh ja. Ähm, guckst du dir genau an, Larry. Da, da... Nur für dich. Dieser Strandwagen. Ach, warte mal. Das ist der Hammer. Ja, oder? Meine Güte, ich wusste gar nicht, dass ich so stramme Waren habe. Meine Güte. Die sind wirklich... Die sind so... Die sind so stramm. Ja. Die sind richtig stramm, die Waren. Wie so Hottocks. Ruhig trainiert. Das Schöne ist, wenn du dann immer auftrittst. Ja, dann kommt das so Fußbillchen vor, schon. Und dann gerade von einem Fußballen gerade an die Zehenspitzen, wenn du durchdrückst, dann... Das ist eine schöne Form. Oh, mein Gott, du hast aber nicht auch noch einen Fußbill, oder? Nein, überhaupt nicht. Es sind eigentlich nur... Es sind halt einfach deine tollen Beine. Gut, also Warenfetisch. Hab ich denn nie gehört, dass es das gibt? Ich sagte doch, man nennt mich auch den Wadler. Oh Gott. Komm, ich kette mal hier oben drauf. Aber auch nur seit ich dich kenne. Ist das so? Ich glaube, das ist das schon vor... Oh, wow. Vorher war. Bist du da oben hochgekommen? Oh, hier an der Seite. Ist das Rutschi? Was ist denn nun hier? Das gibt es auch nicht. Das war, ich dachte... Oh, oh, Hilfe. Entschuldigung. Warte mal, ich schau mal. Warte mal, ich schau mal. Oh! Du bist gut. Ja, ich schau mal. Larry. Oh, Larry. Guck dir das mal an, wie schön das einfach ist. Das ist die schönste Location ganz nach Santos. Das stimmt. Ähm, nein, finde ich nicht. Es ist eine der schönsten, aber es ist nicht die schönste. Für mich ist es die schönste, finde ich. Weil es hier so viel zu entdecken gibt. So viel. Ja, es ist halt ein riesen Anwesen. Ja. Es gibt halt wahnsinnig tolle... Also es ist schon echt toll eingerichtet hier. Ja, finde ich auch. Und das ist krassig, man sieht wirklich die Stadt von hier aus. Ja, das stimmt. So ein cooler Augenspiel. Ja, darum ist das Kotz-Center, glaube ich. Hey. Und da ist ein Wohnungskomponier. Ich hoffe, es klappt mit deinem Ziel. Ja, das würde ich dir wünschen. Ja. Hast du zwischendurch mal Kontakt mit Marshall? Sie hat mich angerufen. Ich habe jetzt eine Nachricht geschrieben, ob es wichtig war. Ansonsten nicht. Nein, aber sie müsste mir noch Geld überweisen für die Wallis-Brause-Grafik. Aber ich warte da jetzt erstmal, bevor ich sie dran erinnere. Hm. Ja, ich muss auch mal gucken, ob sie die 500 Dollar überwiesen hat. Aber auf der anderen Seite, es wundert mich, ich habe ihr ja geschrieben, aber ich habe nichts mehr gehört. Ja, ich habe nicht. Bezüglich Wallis-Brause. Ja. Vielleicht wollen sie ihre Real-Firma nicht weiterbringen, ich weiß es ja. Ich hoffe, du wirst bei deinem Ziel nicht zu sehr eingespannt. Ja, mal gucken, wie es ja lohnt. Sonst fahre ich Taxi. Hast du mit Lamy gerade mal geredet? Ach, ja so, mal zum Spaß. Mal gucken. Vor allem, Lamy ist... Nee, habt ihr darüber geredet, oder? Ach ja, mal ganz gut. Ja gut, Harald meinte so, weil ich kann es ja gegen Flexibilität. Ja, da sagten die halt, es ist ein flexibler Job. Ja, sehr flexibel, ja. Na ja, mal gucken. Na ja, überall, wo man... Also ich muss sagen, die Leute hier sind extrem... Spenderfreudig. Also man kann mit Trinkgeld ja auch einiges verdienen, auch wenn der Stundenlohn nicht so hoch ist. Das war beim OP nicht anders. Ja. Das OP wäre auch noch eine Option. Aber jetzt bist du nicht mehr da, das ist auch scheiße. Jetzt ist es auch wirklich weniger eine Option geworden. Ach, dann musste ich nicht an mich halten. Mein Gott, deine Hose passt ja gut zu meinem Bikini. Ist ja auch ein Puffer. Wir passen einfach gut zueinander. Meinst du? Ja, pass mal. Die ganze Welt kann zählen. Ja, wenn wir weiter hier oben stehen, auf jeden Fall. Ja. Wenn man zu dir runterspringen möchte, das musst du aufpassen. Ich habe mir vorhin schon den Rücken so ein bisschen... Aber hey, pass mal auf, ich mache das nochmal. Passt aber bitte auf. Wir waren uns so nah und doch so fern. So. Ja. Du zählst, komm. Ich will aber nicht, dass du dir wehtust. Drei. Zwei. Drei. Eins. Das kann ich nicht. Ja. Larry, fängst du mich? Aber klar. Ich stehe hier. Meine Güte. Wow. Wow. Unglaublich. Mein Gott, sind wir cool. Aber wirklich. Ein bisschen dumm. Bitte? Ein bisschen dumm sind wir aber trotzdem. Ich bin super intelligent. Nein, in dem Moment sind wir ein bisschen dumm. Ich muss mir vorstellen, das ist gar nicht so tief hier. Ja, wie das Licht ist hier so toll. Wie sehe ich aus? Es zieht dich magisch an. Und es... Oh. Macht bitte keine Petting im Pool, ja? Das ist sonst alles im Wasser. Das wäre nicht schön. Dankeschön. Haben wir gerade schon gemacht. Ach nee. Ja, drüben ist weiße Zone. Nee, nicht hier einfach raus schwimmen und dann nach links. Da geht es. Hier ist ja keine weiße... Ach. Hier ist keine weiße Zone. Meine Güte. Skina und Ariadne. Skina und Ariadne. Warte mal. Da drüben hast du gesagt. Nein, hier ist keine weiße Zone. Alles gut. Hallöchen. Ich auch. Ich grüße. Herrlich. So, wir bringen einfach mal die weiße Zone mit. Ach nee. Welche weiße Zone? Hat jemand ins Becken gepinkelt? Nee. Weiße Zone, nicht gelbe Zone. Ganz von Glück. Ach so. Jetzt war ich seit Pferd gelegt. Ja. Dann weiße Zone. Ja. Absolut, du fehlst nicht. Damit hat Oelborn angefangen. Max, was machst du da? Wieso schmeißt du mich ins Wasser? Wenn die Lara... Ach so. Nee, das gehört sich auch nicht. Okay. Max, bist du wild? Was ist mit Alkohol jetzt hier? Warte, ich so. Hey, love you, Alkohol. Oh Gott, John, ist das da was am Bein? Oh nee, ist so ein Blatt. Alles gut. Schau mir nicht zwischen die Beine, danke. Ich schaue ja wohin, wo ich hinschauen möchte. Ja, aber nicht zwischen meine Beine, danke. Wo sind sie denn? Ja, wohin denn dann? Ich meine, ein Glückwunsch. Sofie. Oh, Sophie, ich verteile mich. Oh, das war gerade quietschig. Sophie. Och, Hallöchen, ich grüße. Hallo, Hallöchen, ich grüße. Hallo, Hallöchen, hallo Ariane, hallo Max, hallo Barbara, hallo, ich habe es genau vergessen. So, und jetzt alle, da wird gesungen, da wird gesungen. Es wird gesungen. Oh, da wird ein Auftritt. Da wird ein Auftritt. Hallo, Ava, hallo Oma. Ich bin bereit. Hallo, Sophie. Bitte schön laut und deutlich. Ja, bitte. Sophie macht mit. Oh, los geht, wir mit 5. Ich bin Fan, ich bin Fan. Ich auch. Ich bin gespannt. Gut, dann gehe ich weiter nach oben. Und los. Oh Gott, bitte fangt an. Ich bin ganz schön. Ich bin jetzt die Fans, die für Barbara am Ende. Oh, wow. So, Rami, wir legen los. Warte, ich brauche noch eine Sekunde. Wenn du das Scheiß-Ladies, ne? Oder irgendwas Böses, dann komme ich da hoch. Ach so, ich bin bereit, ne? Ja. Soll ich anfangen? Ja, komm jetzt zu machen. Baba, mi drohtem. Äh. Äh. Wow. Weiter. So, wo standen sie da? Im Be... Wow. Im Be... Ich war so wohnen. Ich kann... Ich mach weiter. Es ist wunderbar. Ich mach weiter. Ich mach weiter. Wir müssen jetzt noch mal. Nee, nein, nein. Es ist rot und schubs. Ah, ich glaubte es gerade einer aus der Hose. So ein Täschentuch. Oh mein Gott. Oh nein. Das ist kein Lied, dass ich hören will. Wieso, Leute? Das ist doch menschlich. Das ist doch menschlich. Das ist doch menschlich. Ihr müsst mal bedenken, ihr könnt das nicht kontrollieren. Das ist ihm doch bestimmt ein bisschen peinlich. Das ist doch nicht so. Das kann doch nicht geben. Aber ist nicht im Wasser passiert? Nein, es ist reingeplumpst ins Wasser. Ach du Scheiße. Was? Oh mein Gott, was? Oh, der ist jetzt da. Oh, was schwimmt da? Oh mein Gott, nein. Das ist eine menschliche. Oh Gott. Ich dachte, das ist so cool. Ariane. Oh nein. Hat jemand irgendwie so ein Fischernetz oder so? Oder so eine, wie heißt denn das? So ein Ding. Hat jemand so einen Kescher, dass man das da mal rausholen kann? Das ist ja wieder nichts. Ich bin doch auch ein Spieße. Oh Mann, desto länger das da drin ist, ist das so cool. Oh, jetzt verteilt sich das A-A-A-Ram. Ganz so cool. Oh nein. Oh Gott, nein. Oh Gott, es verruhigt dich. Oh nein, es hat mein Freund gestimmt. Oh Mann, ich glaube, ich bin ohnmächtig. Oh nein, ich suche ein Grat. Oh nein. Oh Gott, das stimmt ja immer wieder weg. Du bist gar nicht. Oh Gott. Du bist gar nicht katzen. Du bist gar nicht zu klein. Ich war nicht dein Problem, wollte ich nur fragen. Hey. Dann ist es richtig so. Du kannst doch einfach durchs Wasser gehen, oder wie die es verkommt. Achts, nicht? Was ist denn los? Was ist passiert? Benutzt doch deine Hand, oder so. Ich hab auch ein Poenar dabei. Was ist denn jetzt? Ist mein Bar und ich streifen. Das ist mein Saknie. Ach, Alter, du musst noch pusten. Oh. Ich habe jetzt hier so eine Grillzange gefunden. Ja, in ihrem Dicoté-Fest. Nicht immer Dicoté-Fest. Harald? Ich muss jetzt mal eine Grillzange nehmen und das da rausfischen, ich mach das nicht. Hier, Harald, bitte schön. Es ist aber deins. Oh, so ähnlich. Oh nein. Ich lege jetzt hier die Grillzange hin und irgendjemand kann sie sich dann nehmen, der sich verantwortlich will. Aber hast du dich angesteckt? Ich nehme es einfach. Das ist sehr gut von dir, ne? Kannst du das mal vielleicht hier hin, die Wellen hier? Ich mach es weg. Ich hab eine Grillzange. Was, ich soll Wellen machen? Soll ich reingehen und pupsen? Nein, du hast doch gerade was gehabt. Hier, warte. Ach, das ist eine gute Idee, ne? Ach, das ist ja wirklich widerlich. Das schwimmt. Oh Gott. Okay, warte. Wo ist das? Ist das da? Ah, ich hab's in der Zange! Ich hab's in der Zange! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh! 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 Also very often! Oh! 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 Okay. Oh! Oh ja, ne, da darf niemand mehr benutzen, ne, nicht statt, dass jemand jemand findet und denkt, da hat der Artikel eine Gabel gefunden, ey. Zum Glück war das einfach nur ein Küttel und hat das hinter sich in die Herde gezogen. Das ist mal das Kind mal passiert. Aber so eine Küttel ist ja viel Schneiden rein. Oh, mein Papua! Harry, wir haben hier so ein... Wir haben hier Chlor... Wie viel muss man hier rein machen? Alles! Dachte ich mir. Also wirklich alles, ja, dann rein damit, ne? Moment, ich komm rüber! Ach! Oh! Wow, du bist auch so schön sportlich, Lady. Natürlich! Ja. Müsst ja mit dir mithalten. Boah! Weil wir schwimmen noch ein paar Bröckchen und ich hab gesagt, dieses... Ich mein, das Chlor wird das schon auflösen. Ich hoffe doch. Hoffentlich! Ich mein, was kann man denn sonst machen? Oh, aber... Ich mein, wenn jemand ne Badehose über hat, dann könnte man vielleicht das Gitter aus der Badehose dafür nutzen. Oh nein, bitte nicht an den Leoparden-Boxer-Shorts. Da ist schon Blupan. Nein, nicht, nicht, nein, nein, nicht schon wieder mal hier. Ich will mich besaufen, warum sind wir alle nicht betroffen? Nur mal jetzt, ne? Hier, ich hab' den... Ich möchte auch. Ja, ja, nee. Bitteschön. 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 Oh Gott, baue ich... Ich baue dich... Ich mach' das. Aber wer bezahlt? Ich schaue als. Sollen wir kurz zum Ding fahren? Ich komm mit. Münst allen? Wer kann uns das doch liefern lassen. Liefern, wie gedachte ihn? Ja, mit Downton-Cap oder so. Ich hab hier noch mal ein paar Bröckchen. Oh, nee. Oh, hier sind noch ein paar Bröckchen. Die müssen noch weg. Ach, ist das ähnlich. Schütt die da vorne in den Busch. Larry, ich hab das da vorne in den Busch gemacht. Ja, warte. Aber trink das in den Busch, okay? Aber Harald, ich weiß, du kannst ja nichts für den. Ich wollte da dir auch nicht, Barbara. Ich war mir jetzt... Wir wollten dich nicht bloßstellen. Ich hab mich nur erschrocken. Ich hab noch nie so einen großen Köttchen gesehen. Ich auch nicht, nee. Das war auch widerlich. Jonathan, wir haben jetzt mal die ganze Pulle Klo. Jonathan, jetzt lass ihn. Er hat bestimmt, er weint, sonst sollte nach dem Bett gehen. Entschuldige dich. Opa, stell dir vor, die machen das nicht. Entschuldigung. Was denn? Jonathan geliefert kein Alkohol. Wieso müssen wir uns denn jetzt entschuldigen? Entschuldigung, aber wo würde ich? Jonathan muss sich entschuldigen. Ich hab entschuldigt. Wieso? Wie ist das immer gemacht, wenn jemand was gebraucht hat? Aber wie fahrt? Also wir haben jetzt das Chlor da reingeschüttelt. Bis ihr wieder da seid, sollte alles aufgelöst sein. So eine Menge? Barbara, Whisky ballert am meisten und Tequila. Ja, wir holen jetzt hier's richtig aus. Wer bezahlt das? Ich hab schon hier bezahlt. Ich bin im Minus im Verzug mit einer Miet. Ich kann das nicht bezahlen. Jo, bezahlt. Geld mit. Ach so, stimmt. Du bist ja reich. Kommi. Ja, reich sein hat schon Vorteile. So, nachdem wir ja beide fast gekonzt haben, darf ich nochmal nach Ihren Namen fragen, bitte? Äh, ich jetzt? Ja, Frederik, ne? Frederik Dinkel, Unternehmer, Macher. Ah, Mr. Dinkel. Oh, ja, genau, ne? Zur Stelle. Willst du jemanden den Autoschlüssel haben? Ja, genau, ne? So, nimm's kurz. Ja, hast du dein Auto da stehen? Ja, da hatte ich doch mal... Nee, Scheiß hab ich gar nicht. Warte, Ariane, mit deinem Herbst. Ja, genau, da ist Klaus ein bisschen Laufsteg gelaufen. Ah, darf ich schnell eine Runde fahren hier? Ja, und einmal haben wir uns, glaube ich, kurz am Stadtpark gesehen, ne? Ja, das kann auch sein, ja. Ja. Dankeschön, bis gleich. Ja, und, und ihr Name war noch dein, dein, ihr, ihr, die, ja, ihr, ihr, dein, dein... Skinner, ja, 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 äh, ja. Ja, wunderbar, ne? Ich freu mich, freu mich, freu mich. Super! Schön, 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 schön. Ich hol mir Bier. Ja. Ich hol mir ein Bier. Ja, oder ich, noch schei. Ich glaube, ich stehe für, wenn wir sind, die, die. Oh, nee, war die Seko. Oh, also, war die Seko. Wenn ihr losgeht. Oh, wie schön. Wir haben kein Bier mehr. Und, und war das dann so, der, 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 das, das ganze Tier ausgestopft, oder nur das Fell, oder? Hat der gerade von seinem Hut angefangen zu erzählen? Nein. Nee, von dem Wieselkissen. Angefangen von uns zu erzählen? Ach, scheiße. Nee, aus der Kindheit noch ein Wieselkissen. Oh. Wo ist das denn? Äh, äh, Alkohol kaufen. Ah. Ja. Äh. Und nun, never have I ever. So, 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 so. Never have I ever, oder, äh, behalte oder Pflicht, oder Kappen. Behalte oder Pflicht, oh. Was? Ich erinnere mich, haben wir sowas nicht gemacht und es ist, äh, nicht gut ausgegangen? War da nicht mal was? Ähm. Hä, dieses, aber, have I never ever dings, da, das war immer ganz gut. Ja, das stimmt. Was ist das? Oh, das werden sie mögen. Ach, ja, wirklich? Oh, ich mag's, wenn ich Dinge mag. Tja. Das hat das Mögen so an sich, aber, äh, ja, da, äh, das erklären wir gleich mal in großer Runde am besten. Ich muss mal kurz austreten. Ja. Okay. Ist ja nicht toll. Mein Name. Ja, sehr freundlich, sehr sympathisch, ne? Ja. So. Ist auf jeden Fall eine echt kleine Location. Ja, das stimmt. Es erinnert mich an meinen Anwesen an der Côte d'Azur. Ist fast baugleich, ne? Fast baugleich. Oh, wow. Ja, tatsächlich, ne? Haben Sie doch irgendwie? Gerade die Aufwahrt, ne? Oh. Na ja, was ist denn viel Geld, ne? Ich habe gefragt, ob es dir gut geht. Ich kann mir sowas nicht geben leisten. Weil du dich hingelegt hast. Ach, wieso? Was hat mich das gekostet? 30 oder 40 Millionenchen. Oh mein Gott, tu auf dem Bau. Wissen Sie was? Jetzt muss ich mich auf jeden Fall auch hinlegen. Ach ja. Oder ist es eine gute Idee eigentlich? Das ist meine Verbindung zum Universum. Siehst du es in der Mitte? Es ist wundervoll. So ist es. Ja. Dann erzähl mal, Max. Von meiner Verbindung zum Universum? Ja. Ihr wisst ja, ich mache dann immer diese wundervolle Musik an, ne? Ja, bitte. Ja. Die von, äh, die von, die mir zugeschickt wurde von, von niemand anderem als dem Universum. Wisst du, die, das Universum ist nämlich eine Person. Das Universum ist eine Person. So ist es. Es ist aber keine Frau und kein Mann, sondern geschlechtslos. So ist es. Und wann redet das Universum so zu dir? Wenn ich die Karten lege. Und ist das Universum nett? Ja, Popo von Super. Ja, also, wenn ich Fragen frage und die Karten lege, sagt mir das Universum, du wirst jetzt die und die Karte legen und das bedeutet das dann, ne? Leg dich hin, Harald. Und dann frage ich das Universum. Ich schaue mir mein Universum an, dass mir immer die Karten legt. Ach, wie schön. So ist es und immer, wenn ich dann eine Frage stelle, hilft mir das Universum dabei, in die Zukunft anderer zu schauen, ne? Ach, so ist es. Überhaupt nie. Wunderbar. Also Alice Taxi liefert wirklich auch Alkohol? Yeah. Ja, will ich verraten sein? Ja, vielleicht sollten wir das nicht zu laut sagen, aber... Okay, dann bestellen wir das. Also, wenn jemand fragt, so, ob man das mitbringen kann, warum nicht? Das ist eigentlich ein cooler Service. Ich habe auch schon gesagt, Max könnte das Kartenlesetaxi machen. Bestimmt dürfen wir das nicht alles, aber... Ja, die Olle sagt dann wieder, dafür habt ihr keine Lizenz. Na gut, aber wenn wir nicht fragen, ne, dann kannst du ja auch nichts falsch machen, oder so. Ich glaube, da wird es schon ein paar Snitches geben, die dann sagen, ja, die haben da bestimmt keine Lizenz für, und dann sagt das die Olle... Ach, wir haben auch schon ein Quiztaxi gemacht und da ist nichts passiert. Brauchen wir dafür auch eine Lizenz? Ja, bestimmt für alles. Ja, wir durften ja nicht mal Glühwein verschenken, als wir Haare geschnitten haben, Max. Oh. Wieso durftet ihr das nicht mal verschenken? Eine Schenkung ist doch keine geschäftliche, so direkt. Also schon, aber nicht entgeltlich. Ja, wir hatten das angekündigt, auf dem Weihnachtsmarkt zu jedem Haarschnitt gibt es ein Glühwein, ein Glas Glühwein. Ach, wie schön. Ja, CRL kam zu unserem Stand und hat uns dann voll fertig gemacht. Der Mann war heute aber so nett und hat uns das hier heute für günstiger überlassen. Also sind wir jetzt kriegt. Ach ja, wie nett, ne? Ja. Das war dann wieder so nett, so ist es. Ich glaube, die haben gerade sowieso ganz viele Probleme wegen... Ja, wisst ihr schon. Wie in der neuen Regelung. Dieser neuen Gesetzgebung? Genau. Ah ja. Ja, da gab es ja eine Demo, die aber furchtbar war. Echt? Aber wie lief die Demo? Die war ganz furchtbar. Ach, die war ganz furchtbar. Also von beiden Seiten, nicht? Einmal die Demonstrationsseite war also ganz fürchterlich, nicht? Von der Argumentationsstrategie, von der Argumentationskette. Es war wirklich undurchsichtig, was jetzt eigentlich gewollt... Also was der Wille ist, nicht? Was die Forderung ist. Und es war auch überhaupt nicht klar, was Lösungen sind, nicht? Ich glaube, wir waren sogar an der ganz falschen Stelle da mit der Demo. Oder jedenfalls der, 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 wie ist der, Berge oder so gesagt, nicht? Dass der gar nicht dafür verantwortlich ist. Ach du Scheiße. Der Berger ist nett, ich mag den Sir, ne? Das ist wie mein Vater. Achso, schön. Das war nämlich die Selke, die uns das verboten hat. Der ist sehr, sehr nett, den kann man wirklich sehr, sehr gut reden. Ja, aber merkt, heute hat er doch wirklich... Heute war er doch wirklich nett. So ist es nicht. Ich glaube, der war früher anders. Oder wie lange ist das her? Harry, leg dich einfach auf mich drauf. Hey, daneben. 69, so sieht das aus. Larry, wir sind hier nicht privat. Nein, da wollte ich doch gar nicht inatmen, Mann. Ja, jedenfalls, der sieht auch nicht schlecht aus, so würde ich es jetzt sagen, ne? Wer jetzt? Freund. Na und? Ich kann es trotzdem sagen, wenn jemand gut ausreden kann. Jetzt habe ich nicht mitbekommen, um wen es geht hier. Niklas Berger. Achso, der Typ. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt kein Auge auf den werfen können. Ja, vielleicht hattest du auch allgemein deine Augen bei dir behalten, ne? Ach, ich meinte das ja im übertragenen Sinne, weißt du? Ich habe es schon, habe ich bis hierhin gespürt. Ich würde so lachen, wenn du jetzt am Arschstuhlst und dann hört man ein leichtes Quietschen. Warum das denn? Dein Arm ist weich. Naja. Ich weiß. Du liegst irgendwie so gerade da, wie aufgebahrt. Ja, stimmt. Das tut auch ein bisschen weh im Rücken natürlich. Das ist Rückentraining. Das ist gut. Mach weiter so. Echt? Ich kann dir doch einen Phoenix Plan erstellen. Das ist kein Problem. Ich habe da ja auch recherchiert so. Weißt du? Weißt du? Weißt du? Erzähl mal. Ja, also ich meine jetzt so in Richtung Sport. Ich mache doch viel Sport in letzter Zeit, mein Lamy Man. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das habe ich gesehen. Die eine Runde da. Ja, ich bin ja auch sportlich. Ich bin ja auch sportlich. Weißt du? Sag ich mal. Ja. Das muss ja auch sein. Sag ich mal. Ich muss ja wieder in Figur kommen. Und was ist der Lieblingssport? Was denn? Was ist die Lieblingsdisziplin? Ach, das weiß ich, um ehrlich zu sein, gar nicht. Ich mag Jogen sehr gerne. Aber ich mag also generell so der Fitnesssport, nicht? Das Fitnesstraining. Du meinst Fitnesport? Ja, okay. Ja, Fitnesstraining, genau, nicht? Und da mache ich, ich mache zum Beispiel immer meine Routine. Ist so Shit. Also erstmal natürlich, nicht? Die das aufwärmen, nicht? Und strecken. Dann mache ich Shit-Ups, nicht? Mache ich ein paar Sets, nicht? Ja, Shit-Ups. So immer so zwölf Wiederholungen bei drei Sets, nicht? So. Und dann mache ich, und dann mache ich das, das mache ich dann. Und danach mache ich die Liegestütze, nicht? Und dann genau das Gleiche. Und dann gehe ich joggen, nicht? Und das so lange, wie ich kann. Und dann mache ich immer ganz spontan. Wenn ich mal, wenn ich mal ne Treppe finde, dann laufe ich die auch mal auf und ab, so. Ne? Sorry, mal. Ja. Und, äh... Ja, dann natürlich Fahrradfahren gehört auch dazu, nicht? Das mache ich auch gerne. Ja, und sonst golfe ich ganz gern mal, nicht? Golfen ist auch immer ganz gut. Früher war ich auch viel fechten, nicht? Ja, mein Ziel ist eigentlich, wieder auf meine Figur zu kommen, wie damals zu meinen Playboy-Zeiten. Also, golfen wäre ich auch mal gerne dabei. Ja, als ich Playboy war. Könnten wir mal ein Match machen. Ach, sehr gerne. Playboy? Ja, das ist unter Milliardären so ein Ding. Ach so, dass man sich da einkauft, oder wie? Ja, also, viele verwechseln da immer die Playboys mit den Bunnies, nicht? Ich war jetzt kein Bunny, nicht? Ich war ein Playboy, nicht? Das ist so ein Ding einfach. Ich kenne keinen Milliardär, der das nicht mal war, nicht? Ich bin eine Zeit. Ach, so ein Playboy. Also, so sprich mit, äh, die Frauen mit heißen, äh, schönen Autos und so, überzeugt. Ja, nur nicht Frauen, nicht? Also, es gibt ja auch männliche Bunnies, nicht? Ja, also, es gibt die Bunnies und es gibt die, die mit den Bunnies Spaß haben, sag ich mal. Und das sind die Playboys. Ja. Gut. Ja, das war eine gute Zeit, die ich hatte, nicht? So, Anfang 20. Harry. 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 Ich glaube, weißt du was? Sorry, aber das Niveau hat im Keller auch noch Höhenangst. Naja, gut. Harry. Ich genieße es hier im Blau. Und, Harry, du bist dabei, Mann. Ah, ich finde es richtig schön. Richtig schön. Und angenehm. Und vor allem kein Stress mehr. Wo ist eigentlich? Alles Piri. Alles Piri. Siehst du? Dieser Wolf. Oh ja, Frau Collins wollte noch kommen, ne? Willst du sie noch mal? Willst du sie noch? Ja, mach ich. Ja, ich bin ein Regenwurm. Ja, Barbara, hallo. Ach ja, die Ruhm wird uns verspäten. Ach, ist das schön. Ach, ist das schön. Ach, ist die Riese schön. Nein, Barbara hat angerufen und gesagt, die verspäten sich und hat total geweint und hat gesagt, die haben gerade eine Verfolgungsjagd. Wie? Oh je. Warte, warte, die fahren mit meinem Auto. Wie, oh je. Hallo, fahrt ihr mit euch los? Oh nein, jetzt die schlaft mir nicht an. Ich glaube, das ist enttäuschend. Harry, mach dir keine Sorgen, dass er in das LSPD blickt da eh nicht ganz durch. Barbara, ihr fahrt mit meinem Auto. Ist das jetzt wirklich ein Spaß? Das ist wirklich ein Spaß. Ich meine, ich soll das sagen. Ich habe gesagt, die Schlagkasse ist ernst, du darfst ihm gleich eine Reine aufnehmen. Mache ich, danke schön. All right. Also das ist schon... Oh, du machst das aber wahnsinnig. Also das ist nicht gut, Sophie. Das ist nicht gut für Steißbein, wie du das machst. Nee, das ist überhaupt nicht gut für Steißbein. Nee. Damit machst du dir das ja völlig kaputt, Lamy. Ich meine, erstaunlich, dass du das so kannst, ne? Oh nee. Ach ja, das ist ein guter Anfang, Sophie. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ja, es ist ein guter Anfang. Ich war gut hier. Versuch mal, Sophie. Versuch mal, die Beine ein bisschen auf den Boden zu... Also nicht die Beine, die Füße auf den Boden zu lassen. Soll ich die mal ein bisschen runterdrücken? Hier, ich halte die mal unten auf der Wiese, ne? So. Ja, aber die müssen ja unten bleiben. Die müssen ja unten bleiben. Die müssen ja unten bleiben. Ja, ich meine ja nicht... Also ich meine ja, ich wollte ja nur helfen, sag mal. Das muss alles... Oh. Ja, Lamy, das wird auch... Das sieht auch schon besser aus, ne? Das sieht besser aus. Okay. Ja, das sieht besser aus, sag ich mal. Ja. So. Ach, das war ein ganz guter. Bitte. Das war her... Ja, her-for-ra-gen. Her-for-ra... Genau so. Oh, Sophie, gut machst du das. Wow. Ja, genau. Oh, jetzt könnt ihr es. Hervorragend, hervorragend. Sehr gut, ne? Sehr gut. Guck mal, ich mach auch ein paar. So nämlich. So geht das. So ganz genau, ne? Ich bin auch. Genau, ne? Hervorragend. Hervorragend. Und dann kann man auch ein bisschen die Arme mitbenutzen. Du musst das auskriegen jetzt hier nicht. So nämlich. Und immer an das Atmen denken. Immer an das Atmen denken. Und ausatmen. Und einatmen. Die Ahnung, meine Güte. Und nein. Das ist nicht passiert, so. Das ist viel hier. Ausatmen. Auch in die Bauchmuskeln. Ausatmen. Ihr macht das richtig gut. Ihr macht das richtig gut. Genau so. Genau so. Aber ich kann... Ja, da muss doch... Herr Skinner, die Füße müssen auf dem Boden bleiben, ne? Die Füße müssen auf dem Boden bleiben. Nein, ich möchte... Das ist gerade... Was ist denn hier los? Und jetzt ein bisschen europäisch, würde ich sagen. Aber ihr macht das schon wirklich hervorragend. Ihr macht das wirklich gut. Ihr macht das wirklich gut. Das muss man sagen. Ich sehe hier gerade ein paar werdende Sportler. Ja. Was machst du hier? Machen wir noch ein bisschen Aerobik. Das können wir gerne ein bisschen machen, ne? Ein, zwei, drei, vier. Wir müssen wirklich zu tun, um einmal was umzukippen, ne? Hervorragend. Hervorragend. Das ist sehr gut, um sich ein bisschen auch auszuschütteln, ne? Ich springe. Ja, nur hier rüber. Und dann lebe ich los. Ich mache dafür meistens ganz gern so ein bisschen Yoga, ne? Um das ein bisschen wieder aus den Knochen rauszumachen. Machen wir mal so und dann gehe ich runter zu. Ich darf dir von Barbara aus eine reinhauen. Aber sei sanft. Ja, okay. Sei sanft. Aber du willst einen alten Mann schlagen? Nein, mache ich nicht. Mache ich nicht. Das ist ja... Aber du hast ja lauf. Wollst du so eine Frau schlagen? Ariane? Es kommt drauf an, ob sie es ist oder Ariane. Guck dir doch mal diese klatschbaren Wangen an, ne? Da kann man so richtig reinkneifen. Ja, ne? Dann kneif ich lieber rein hier so. Oh. Richtig feste, ja. Oh mein Gott. Ja, weil ich mir wirklich Sorgen gemacht habe. Habt ihr jetzt gerade seine Nasenflügel gedehnt? Nein, ich habe ihn an seine Wange so richtig reingekniffen. Ja. Oh mein Gott. Ich habe die Nippel nicht genommen. Mal fragt, Larry, dann weiß wie das ist. Okay, da ist jetzt ein bisschen Alkohol, ne? Was machen wir als erstes auf? Wodka. Gute Idee. Wo habe ich den Typ im Schwer? Stoß, ich mache es jetzt, ne? Seht ihr, wie es aufmacht? Ja. Wodka? Ich bin richtig gut im Stöpsellösen. Ich muss erst mal ganz kurz. Ja? Was machst du da? Oh, du Fick. Ist was, Larry? Sowas Gutes gibt es nicht von mir. Oh. Bip, 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 bip. Warte. Oh, Pizzas schmecken. Nein, Pizzas. Hallo, macht ihr mit? Was, Herr Robbik? Was, Herr Robbik? Was ist mit der Röst? Ist die Kackmuster weg? Warte, wir müssen jetzt noch betrinken vorher. Ach so. Ja, gut. Wir warten dann da. Barbara, möchtest du Röstling was? Ich gar nicht. Ja, Röstling machen. Hier, Röstaromen verteilen. Röstaromen? Wir wollen so viele Sachen machen. Wir müssen uns beeilen. Ich möchte dich doch einfach in die Sonne. Bitte schön. Bitte. Dem, dem Mond, Mondi, das auf die Scheide. Ey. Tee, 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 tee. Ich gebe Larry weiter. Danke schön. Hier, Larry. Was hast du gesagt, Mix? Was ist denn? Aber weißt du, ich zieh mir jetzt. Du bist ja richtig romantisch. Ich bin jetzt rein. Warte, John, ist in der, ist für dich nicht. Dann brauche ich wahrscheinlich nichts, weil danach... Wir geben uns nämlich heute richtig die Kante. Jetzt hast du zwei. Meine Güte. Mix? Was ist das mit Strohlen, oder was? Ich muss mich mit deinem Gewicht machen. Hier, Ariane. Bip, 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 bip. Ähm. Oh. Ein Autoschlüssel. Ein Autoschlüssel. Grüßchen auf mich. Versehen. Auf dich. Und... Fantastisch, aber ich nehme Mix. Du bist aus wie aus einem Ding-Magazin. Wie schön mein Fuß in dem Schuh aussieht. Guck mal, mein Fuß. Oh, meine Güte, Mix. Machst du ein Foto? Mati. Mati. Ari, hast du mit ihr irgendwie gesprochen? Ich check den. War das jetzt ein Versuch? War das eine Falle? Wolltest du mich jetzt gerade testen? Wow, ist das eine für ein Gast? Irgendwas passiert, wenn man da runterkriegt? Sie sind so für dich. Das ist überhaupt nicht attraktiv. Oh, meine Güte. Ich hab nicht mal gezuckt, oder sonst irgendwie. Tod ist sie. Hä? Ich weiß nicht. Warte, komm mal kurz. Es sind nur deine Schenkel. Komm mal kurz mit. Dafür bekommt ihr bestimmt 500 Euro. Was? Nee, warte mal. Wovon redest du? Ich hab jetzt echt den... Ich hab jetzt nicht verstanden, was du meinst. Das ist eine gute Idee. Die Waden. Von wem? Gerade eben hat sich Barb hingestellt, genauso wie du. Ach so. Die waren quasi die Wadenbegutachter. Nein, nein. Ich hab nicht gesehen. Ich hab's nur gesehen, dass ihr das gemacht habt und dann hab ich weggeguckt, weil ich die absolut nicht schön finde. Ja. Ja. Ich hab das doch nicht. Ich hab mir Whisky. Oh, der wird jetzt ein flotter... Oh ja, bitte zum desinfizieren ein Whisky. Da... Jedi! Ich hab die Schuhe zurück. Du musst desinfizieren. Ey, was? Mann, hör auf damit. Ich war nicht mehr verteidigt. Es gehen vierten zwischen Batterien auf den Mund. Weiß ich nicht. Aber ich will nur sicher gehen. Oh, sie singen... Ah, ne, das nehm ich jetzt persönlich, ne? Das nehm ich jetzt persönlich. Max, jetzt mitnimm das Handy runter, weißt du das? Ja. Ne, Max, mach ruhig weiter. Max, guck mal. Oh. Du brauchst ja gar nicht so lachen. Everybody's dancing in the moon. Lachen tue ich am Ende, wenn ich dir das Handy abgenommen habe. Oh, sei nicht so hoch. John, jetzt drohen Max doch nicht. Hallo. Oh, meine Güte, du bist die geborene Filmfrau, wirklich. Die Party's dancing in the moon. Weißt du, das ist auf eine... Barbara, gönn dir. Das kommt auf Venture. Weißt du was, Barbara? Ich hab passende Musik bei. Ich mach die jetzt gleich an. Und dann kannst du da oben drauf tanzen. Und dann geht's jetzt die Party hier gleich richtig an. Barbara, komm jetzt sofort da runter. Ich öffne nur kurz diese Flasche. Warte. Nein, ich will, dass du da oben tanzt. Ich muss nur an den Lied denken. Eine Million Klicks schon. Warte, ich hab die Flasche gleich auf. Moment. Stimmt. 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 Ich gehe jetzt. Ich schließe jetzt hier. Okay, Barbara. Ja. Total. Unfreiwillig. Nummer 1. Für mich. Letzter Shot. Was ist das da? Ganz gut. Das ist aber keine erotische Musik. Das ist aber keine erotische Musik. Das ist aber keine erotische Musik. Das ist doch keine erotische Musik. Das passt durch. Das sieht aus wie ein dicker Klau. Das ist immer nicht gut, was das für eine Sache ist. Wow. So ein bisschen ist aber doch ganz schön. Guck mal, ich bin im Tag. Oh, ich fühle das schon wieder. Ja, ist ja alle viel zu ernst hier. Moment, ich erspähe etwas. Ja, aber das ist so romantisch. Aber wie? Meine Güte, ich kann kaum noch. Vor allem immer dieses Geräusch im Hintergrund. Ja. Okay, hier. So, das war's dann. Ich fand das so. Herr Skinner. Ja. Herr Skinner. Ja. Lady. Bitte nehmen Sie das hier. Ich werde das jetzt mit den Gästen weiter verteilen. Was? Was? Ihr beiden? Ah, 10 Punkte. 25 Sterne. Mensch, also wirklich. Jetzt langsam. Jetzt auf jetzt. Was ist da los? Dieser Schrei. Das war mir krüm die ganze Zeit, ne? Hey, Braun. Ja, ja. Was ist hier? Was hast du für mich? Hey. Hab ich den gegeben? Ach, Wodka? Ja, natürlich. Mach einen. Ja, zum Wohlen, ne. Trink dir die Rinki. Auf mich. Wollte nicht persönlich sein. Sorry. Max, also wirklich. Du gibst ja dieses Handy her. Was macht ihr denn? Jo, ich wollte dir dein Wodka geben. Ja, ich... Warum bist du so langsam? Ich nehme jetzt das Handy ab. Max, was machst du? Hallo? Hallo? Bin ich jetzt auch im Fernsehen? Hallo? Huhu? Oh! 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 Was ist denn? Was ist denn jetzt im? Sag nichts. Wer möchte Wodka? Wer möchte Wodka? Wer möchte Wodka? Ich bitte. Okay. Dann einmal... Wo ist der Mix hier? Moment. Ich bitte zwei. Oh eh. Ja, okay. Barbara, 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 Barbara. Bitteschön. Dankeschön. Oh, rein, damit. Oh! Ne. Ja, ich bin hier im Schnee. Wow! Barbara! Was denn? Was für dich? Noch mehr Alkohol? Fantastisch. Bitteschön. Becca, zum Wohne. Brüß dich. Ja, wie viel denn noch von den? Neri! Äh, betrunken darf man nicht schwimmen. Was hast du vor, Ari? Ich bin jetzt ins Wasser. Ah, ich trinke erst mal noch was. Dann komm nicht immer noch. Irgendwann fläschig, die Schweiße, der hat irgendwann... Hat sich schon ein bisschen... Die Nünde sind doch ganz leicht, aber noch nicht so richtig. Okay. Oh mein Gott, warte! Oh mein Gott, warte! Oh, was ist das denn hier? Oh, da muss ich aber aufpassen, wie ich mich hier hinstell. Ja! Oh, wow, Larry! Oh, Wasser! Oh! Oh, wow, Larry! Oh, Wasser! So wieder! Oh, rote der Hose! Bam! Oh ja, warte! Stell mich mal genau drauf! So! Oh! Oh! Oh, das sollte ich nicht tun! Ah, jetzt... Geht's wieder! Geht's wieder? Ah, jetzt geht's wieder! Okay! Puh! Was hast du vor? Aha! Jetzt wirst du wieder frech! Ja! Ja! Du hast es aber im Moment nicht verdient! Nee, du auch nicht! Verdammt! Ich zeig dir, was ich da dann ver... Ich zeig dir nachher noch was, was du verdient hast! Oh Gott! Glück gehabt! Ja, jetzt reiß dich mal zusammen! Was... äh, hier... ähm... Was ist denn mit dir? Ja! Was denn? Oh Gott! Was ist denn da los? Komm, wir rennen den Beinen hinterher! Oh, wir rennen Max hinterher! Oh, Max, du bist so schnell! 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 Den, 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 den Bengel! Was? Lümmel? Oh, der nimmt hier, der nimmt hier uns auf, hier! Ich, ähm... Ich hab Probleme mit dem Laufen! Stehen bleiben! Hey! Oh, ich glaub, ich hab mir meinen Fuß ein bisschen... Jetzt merke ich den Podcast auch! Oh, Scheiße! Oh, der ganze Alkohlen, das Wasser tut nicht so gut! Ja, ich merk's jetzt gerade! Ich hab Hunger! Ich geh mal kurz mir einen Snacki in den Mund, Stecki, ne? Oh, ich hab einen Zicke rein! Soll ich mit, oder was? Jetzt hab ich den! Oh mein Gott! Da geht noch einer! Ich brauche noch einen! Ich brauche noch einen! Bisschen geht noch! Oh! 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 Seid ihr auch fleißig am Alkoholi, wie denn? Gib mir Alkohol, bitte! Ja, ich hatte noch was gar nicht! Ja, ich strömme jetzt hier in so eine Supersalmung und esse die! Mist bei uns, was möchten Sie haben, dann Alkohol? Juri, Pim, was hat es? 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 Ja! Super! Sind wir schon wieder... Mach ich dir! Schon wieder ausgegangen? Ah, ne, ist nicht ausgegangen! Warum haben wir keinen Afrosodi... Afrosodi... Was heißt das? Warum haben wir keinen Af... Af... Das Grüne? Bitteschön! Danke, Jo! Vielen, vielen Dank! Nee! Ja, kein Problem, ne? Zum Wohl, ne? Zum Wohl! Ja! Wollte mal richtig einen reintrinken, hast du gesagt? Nee, Af... Kannst du Larry Apfeln, bitte? Ey, ähm... So lange nicht mehr... Ach, ehrlich... Der ist schon gut dabei, aber der ist noch nicht richtig dabei! Ich versuche es! Danke! Und der Vogel sagt hallo! Ich bin hier, Kentucky 1, 2, 3! Und der Vogel sagt hallo! Ich bin hier! Kentucky 1, 2, 3! Hallo? 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 Wie geht es Ihnen? Oh, wow! Vor, Frau, Ken! Ja! Und ihm? Oh, das ist ja... Hey Lady, du hast ein bisschen was viel, glaube ich, ja? Ist noch nicht genug! Hm... In Kentucky 1, 2, 3! In Kentucky geboren! Und auch in einen geschoren! Hör auf, Arie so zu filmen, wenn sie so... In dem Zustand... Also weg! 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 Guck doch mal in der Kahn in die Kamera! Oh, guck ihn dir an! Oh, wie niedlich! Was? Nein! Film das! Ich hau... Ich hau ihn eine... Ich hau ihn eine runter, wenn er die nur weiterfilmt! Warum? Ach, das ist Max, mein bester Freund! Ja? Ich schmeiß ihn mit Samt Handy ins Wasser! Dann schmeiß ich dich mit Samt... Deiner Roten ins Wasser! Aha! Jetzt schnapp ich... Ja! Nein! Ich komm mit... Ich renne hinterher! Ich bin gleich da! Ich renne hinterher! Daddy! Daddy! Was ist passiert? Hä? Oh! Lami, was ist los? So, die Party ist noch nicht richtig am Go hier, People! Hallöchen! Ja! Party People! Euer Wasser! Was ist an deinem Handy, Rumi? Ah! Ich kann noch nicht mal den Videopass machen! Ich hab ihn ins Wasser geschmissen samt Handy! Larry, bist du doof? Nein, bin ich doof! Aber er kann dich doch nicht einfach so abfilmen! Warum nicht? Ich weiß gar nicht, ob das Handy jetzt kaputt ist! Wenn du wüsst, was für Videos ich von dem hab! Was? Ja, als Max voll besoffen war, hab ich ihn auch gefilmt! Damals noch im Kleid! Was? Ich glaub ich wills gar nicht wissen! Ah! Was? Ah, Eri! Ja? Du siehst süß aus! Weißt du, Sammy, wie seh ich aus? Soll ich dir mal was sagen? Sag es! Warte mal! Liegt doch noch! Ja! Wir gönn dir! Oah! Tumbum! Num, num! Num! Num, num! Oh, wow! Wie kann man denn nur so schlingen? Ich werde nichts dazu sagen, weil ich mir nicht mehr so viel sagen kann. Harry? Ja? Diepe Frage. Okay. Diepe Antwort. Hätten wir das auch nicht mehr als... Ja? Ja. War das schon die Frage? Das war die Frage. Das war ja eine Aussage. Das war eine Aussage, ja. Okay. So und so. Nicht schlecht. Ich wollte mich jetzt gerade zu dir setzen. Warte, ich mache es mir wieder bequem hier. Ja, ich weiß es nochmal. Ach. Erzähl mal. Wie war deine Bewerbung? Schriftlich. Ja, das habe ich schon erahnt. Ja? Wie sie jetzt nun gewesen ist, ich finde sie gut. Ich weiß nicht, wie die anderen sie finden. Haben sich deine Polizistenfreunde mal wieder bei mir gemeldet? Da ist ja keiner da. Keiner da? Naja, ich erreiche schon seit Tagen keinen. Johnson erreiche ich seit Tagen nicht. Der mit den Booten kannst du da nicht erreichen. Das ist Johnson. Eric. Erreiche ich seit Tagen nicht. Oh. Aber der hat doch so ein Boot stehen drin, oder? Ja, das ist richtig. Einen Bootschein hätte ich ja auch. Wäre auch eine Möglichkeit. Ja. Boote verkaufen. Boote, Boote, Boote. Dann könnten wir wieder eine schöne Bootstour machen. Bier. Und weiter saufen. Oh, saufen? Ja, ich bin nämlich telefonisch dem Bier. Ich glaube, ich nehme jetzt mal ein Bier. Hey, warum? Warum nicht? Harry, ich bin so selten mal hier unterwegs. Aber hier seid ihr ja alle. Ja. Aber du bist gerade so hübsch, geht doch nicht. Wieso bin ich denn gerade hübsch? Ach, irgendwie so. Und wie geht's so? Okay, David, was du? Du stehst so voll locker da. Ja. Und irgendwie... Also gut, oder was? Du bist gerade so... Ach, du bist einfach süß. Eigentlich ist das eine Einschränkung. Wieso? Ich habe keine Sorge, ich kacke mich ins Wasser, Neri. Okay. Willst du noch ein Bier also, ja? Nein. Neri? Neri. Wir müssen hier unbedingt nochmal herkommen. Weil wir sind... Ja? Ich habe halt Geburtstag. Mhm. Ich weiß. Ich weiß nicht, ob meine Freunde was für mich machen, Neri. Ihr solltet euch absprechen. Frederic? Ja? Mach dir mal keine Sorgen. Ich krieg da schon mit. Wie viel? Nee, nee, wieder in die Wurstpunkte, bitte, Neri. Frederic? Nee, wieder oder wieder? Ich will da nicht wieder rein, um die Toiletten zu gucken. Das war echt ein traumatisches Erlebnis, oder? Das war ein traumatisches Erlebnis, oder? Das war ein traumatisches Erlebnis, und von dem Feuerzeug von Halbjörn. Und Rüdiger. Das war ein Rüdiger. Den habe ich jetzt auch mal wieder. Und dann hast du mir Rüdigers, du hast mir den gegeben, und dann habe ich dir meinen neuen Rüdiger gegeben. Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich, das hast du getan. Ja. Das werde ich niemals vergessen, Neri. Okay. Viel wichtiger ist immer das Kleeblatt. Das Kleeblatt habe ich immer bei mir. Gut. Rüdiger hatte ich auch immer bei mir. Wo hast du den denn jetzt gerade? Rüdiger habe ich jetzt zu Hause. Okay. Soll ich dir was erzählen? Mhm. Vorgestern. Nein, du hast ja damals da. Da war ich. Ja. Beim Howdy Haus. Okay. Ich wollte das mieten. Und dann wollte ich darauf warten, bis das jemand von siehst, dass der Bahn steht. Aber ich muss dafür doch deines stehen. Man kann das nicht mehr so mieten. Das geht leider nicht. Was kann man nicht mehr? Das habe ich nicht gemacht. Wie? Das Howdy Haus kann man nicht mehr so mieten? Ich wollte das mieten und warten, bis du dann, bis du siehst, bis du vorbeifährst. Das habe ich verstanden. Ja. Da steht, bitte bitte eines die melden. Oh. Neues Objekt. Ja. 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 Ich kenne da jemanden, der kann es mit Sicherheit gut verkaufen, weil er jede, weil er einfach alles kennt von diesem Haus. aus. Oh. Na komm. Trinken wir noch was? Ja, gerne. Na dann. Auf geht's. Ja, dann kommt sie mal mit. Oh. 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 Ich rutsche dich hier. So, Larry, dann renne ich mal. Wie bin ich so schnell? Noch mehr, wir wollen noch mehr. Ich hab nichts mehr. Da ist noch was zu reden. Gabi hat ganz viel noch gefühlt. Larry steht mir noch schon zu gerade. Ist noch was? Ja, ich mach das auf. Kann auch noch. Das ist der Schraub für Schluss. Meine Güte, warum so schnell ist sie in ihrem Büttchen? Petzt sie in die Hand? Ja. Und ich drehe daran, ne? Ganz fest drehe ich daran. Oh, ich nehme nur noch was zu essen. Ja. Bis er sich löst. Der Stopfen. Und da habe ich es geöffnet, ne? Das ist voll toll. Ich glaube, das scheint bestimmt mein Pohr an. Und der sieht dann total wundgeholt aus. Oh, danke. Wunsch dir. Wauw. Wauw. Ariane, wirklich. Wauw. Ach, weißt du wie das aussieht? Egal. Ich habe mich gerade umgedreht. Ich sehe schon, das sind für dich. Ein Gummibärnsaft, ne? Ein Gummibärnsaft, ne? Ja. Der war ein Ding. Danke. Bitte schön. Ja. Ein Gummibärnsaft. Trink ihn mal aus. Das merkst du eigentlich vielleicht. Wo ist denn der? Ja, und du wolltest auch reintrinken. Ach, da hinten ist die Blau. Na, ich habe Alkohol. Ich habe Alkohol. Nee. Ja, klar. Hier, guck mal. Ariane, nehmen die nicht. Die muss ja selbst trinken. Wir müssen jetzt zu viert unbedingt wohnen. Schau nichts denn. Du musst auch ein bisschen was trinken. Wie wollen eigentlich? Was ist das denn? Oh, wie extra! Na dann, Prost! Prost! Auf dich, Ari. Mein Limonadenbärchen. Auf dich! Das hast du schon lange nicht mehr gesagt. Das habe ich auch gut bei dir gesagt, als ich von dir geredet habe. Okay. Ari ist mein Limonadenbärchen. Oh, ich esse ja ein Ding nach dem anderen. Und irgendwie ballert das heute gar nicht so rein. Ich weiß auch nicht. Du seid ja ab. Du musst ganz viel was trinken. Nee, nee. Muss nicht sein. Warte, ey. Wir sind doch hier irgendwie. Also ich kann doch so viel Spaß haben. Natürlich. Ja. Kann ich doch auch. Außerdem habe ich immer Spaß mit. Ja. Oh. Komm, wir gucken uns nochmal dieses Hochzeitsding da vorne an. Ich will es nochmal sehen. Ich glaube, ich werde es erstmal lange nicht hegen können. Ich wette, die werden das teurer machen. Oh! Oh mein Gott! Ich denke nicht. Ei, ei, ei. Pass auf. Na ja, auf jeden Fall, Ari. Mhm. Glaub ich, jetzt ist für dich eine ganz tolle neue Zeit. Glaubst du wirklich? Ich bin mir hundertprozentig sicher. Na, ich muss mich, glaube ich, da noch ein bisschen finden. Aber mal gucken, wie es weitergeht. Ich hätte nun mal einfach schon gerne einen Job. Ich bin immer jetzt den dritten. Ich bin jetzt immer noch so die zweite Woche untäden. Das kann nicht sein. Alles Gute. Ja, ich habe... Du willst das gleiche für mich tun. Natürlich. Aber darum geht... Aber darum geht es doch jetzt gar nicht. Es geht nur darum, dass ich gern wieder was tun will. Es ist ungewohnt, dass ich so lange nichts getan habe. Oh mein Gott. Das ist dann... Und? Hallo? Hallo? Ja. Weißt du was? Ich gebe ihn dir, ne? Jetzt filmst du schon wieder. Ich... Ich gebe ihn dir, Lami. Okay. Ich... Ich... Ich gebe ihn dir. Ich drücke ihn dir in die Hand. Also langsam... Jo, komm mal mit. Ich muss dir was zeigen. Was? Komm mit. Das klingt jetzt aber komisch, wenn du nur so ein bisschen hier einhörst. Wir auch gucken. Ja, Ivo. Ich beide tatsächlich. Was denn? Wir müssen mitkommen. Bei deinem Auto? Nein. Achso, okay. Komm mit. Ging from my window. Wo ist mein Freund da vorne? Es ist eine Geschichte von Liebe. Aber ich gebe ihm was. Geh 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 ihm weiter Barbara. Geh ihm das jetzt jetzt. Wo gehen wir denn jetzt? Ja, lieber Seid ihr sicher. Komm mit. Geh ihm was. Ich bin jetzt. Geh ihm wieder da. Geh ihm weh. Lass mal hin. Ich bin grad im Livestream. 2000 Leute. Meine Güte, die Leute lieben Ariane. Ja, mach das. Meinst du, die sieht aus wie aus Frozen Devil in Revelation? Guck dir mir die ganzen Kommentare an, Jo. Es ist wichtig, Max. Wir müssen mal kurz schnell kommen, Barbara, Jo. Jo, Barbara, Jo. Max, das ist jetzt. Max. Hey. Hey. Also, hast noch jemand was? Hat noch jemand was zum Trinken? Ich möchte noch was. Ich liebe betrunken RP-Spielen so sehr, ne? Ich liebe es so sehr. Wir sind so jünger als ich. Und er läuft einfach alleine hier hin. Ich hoffe, die kommen gleich alle nach. Ja, super. Was zeigst du ihnen? Komm mit! Wie, du gehst jetzt wieder zu den Mülltonnen? Nein, ich gehe nicht zu den Mülltonnen. Scheiße, glaube ich fein. Ich glaube, ich fein. Ich fein auch. Ich fein auch. Ich bin Naruto. Barbara, guck mal. Wer ist denn Naruto? Barbara. Das ist so ein Junge, der so rennt wie so ein Junge. Sie müssen jetzt ruhig sein. Komm, Barbara, einfach hier einmal, ne? Jetzt komm mal mit. Jetzt zeig ich dir was. Oh. Oh Gott. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ich zeig's dir. Ich zeig dir. Ich glaube, ich fein. Ich glaube, ich fein. Du wirst mein Traum leben, wie die Mutter mit ihrer Tochter. Ich zeig's dir. Ich glaube, ich fein. Ich glaube, du bist gefein. Ah, Barbara, du bist gefein. Barbara, schnell, du musst deine Zukunft sehen. Okay. Ich steh auf. Wow. Siehst du deine Zukunft, Barbara? Kirche. Ja. Kirche am Freien. Barbara, können wir heiraten jetzt, ja? Okay, machen wir. Ich bin jetzt so, ja? Das ist immer okay. Nee, du bist schämt. Nee, du willst. Bin jetzt so. Wow. Oh. Oh, wow. Okay, ich setz mich hier. Ich setz mich doch nicht. Ich setz mich hin. Ja? Das ist nicht mehr der Stuhl. Ich setz mich hin. Ich setze mich hin. La, la, la. Vor langer, langer Zeit. Trafen sich eine wunderschöne Prinzessin und ein Knecht. Dann wird Regie streng noch ein, ja? Dann ist es auch noch ein. Was ist das eigentlich, Schatz? Das ist jetzt hier. Ja, der hat einen schönen Moment. Ganz schön. Oh, danke schön. Harry, ja, ich habe extra, ich habe extra auch schnell gesichert. Hast du gerülpst, Harry? Nur für dich. Hier riecht es ein bisschen, Harry. Ich kenne es nicht. Ich bin so stolz auf dich. Bitteschön. Ja, das habe ich auch. Ich wollte ein Machtwort sprechen. Oh mein Gott, sie küsst mir mein Auge einfach mal. Jo, sitz dich hier. Nein, warte, Jo, sitz dich hier in Korea. Oh mein Gott, weil du dich da hinsetzt. Oh mein Gott, das ist so schrecklich. Hey, wir setzen dich mal hier an, oder? Du musst, du musst noch mal. Dann kommst du hier rein. Das sieht schön aus, wenn du in der Kirche sitzt. Mach mir keine Schicht in der Auge, jetzt sind wir gerade gut in der Auge. Was? Was? Entschuldigung. Hey, ich glaube hier. Gibt es das mitzunehmen? Ja. Mein Gott. Ja. Au, au, au. Aufmerksam. Findest du das schön, Barbara? Der Musik ist doch schön, ja. Ja. Nicht so viel Freien, weil. Ist das eigentlich nur ein gedrehtes Kreuz, oder? Oh mein Gott! Hast du mir auch gedacht? Der ist ein bisschen im Boden versunken, weil ich hier bin, ne? Ja. 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 Ich hab dir... Okay, das reicht jetzt auch. Ne? Nein, ich muss sich bei dir abschließen lassen. Ah. Bringt mal. Ja. 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 Ja, aber einer geht noch bei dir, oder? Ja. 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 Und trink geht immer. Ja. Ja. Was ist denn mit dir? Ich mach mal eine kurze Pause. Das hab ich extra dir mitgebracht. Ich setz mich kurz. Ich setz mich kurz. Hey, alles ist gut. Alles okay? Ich hab noch ein paar Anien. Wenn du die nicht trinkst, trink ich die. Nee, wenn du die nicht trinkst, trink ich die. Oh, was? Ahem. Ihr habt euch kennengelernt. An einem Tag, der Unvergesslichkeit bleiben wird. Für immer in eurem Herzen. Und in unseren auch. Hey, wir haben es 50 Mal sehen. Wie toll das alles damals war, nee? Ja. Und, ähm, ob ihr auch wandert manchmal im Finsternental. Wisst ihr, am Ende des Tages habt ihr euch gegenseitig. Und das ist toll. So frage ich euch nun. Das ist die Nacht. Haben sie sich jetzt die Bibel vorbei, Tage? Wer ist jetzt aber so früh? Und wer steht da was Spannendes drin? Hä? Ja. Was steht da Spannendes drin? Das ist gar keine Bibel. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn das? Ah. Das ist ein Liedtext. Was ist denn, Bladiechenchen? Ach, dann lege ich sie mir weg. Ich renne weg. Ich renne weg. Wie meinst du in die Hölle? Wie meinst du in die Hölle? Will ich in die Hölle kommen? Äh, hm, glaubst du in die Hölle? Muss ich, damit die ganzen bösen Menschen in die Hölle kommen? Alles okay? Ja, alles okay. Ich, äh, ja. Ach, nee, wo ist denn jetzt hin? Hast du schon mal jemanden angebracht? Äh, äh, mäh. Nein. Ich, genau, ich, ich, ich muss mich kurz entschuldigen. Dann würde ich's nicht riskieren. Oh. Ja. Okay, dann nicht. Du mit? Was, ich? Du? Was, ich? Ach so, meine Frage. Ah. Larry! Entschuldigung. Jetzt kommst du in die Hölle. Ach. Zur Hölle mit der Hölle. Nee, guck mich an. Für dich würde ich, für dich würde ich auch die Hölle gefrieren lassen, Larry. Oh, Larry. Ich würde für dich auch die Hölle gefrieren lassen. Ich mag die Musik. Ich geh jetzt das Party-Ding da vorne gucken. Oh, was für ein sehr tolles Gesicht. Wow. Harry, ich glaube, ich fall hier gleich hin. Hey! Harry! Mir ist ein bisschen schwindelig. Komm, lass dich doch einfach fallen. Harry? Harry? Ich glaube, ich muss noch ins Bett. Ja, ist das so? Ach, komm schon, hübsche Lady. Komm, ich helf. Helf, helf. Hier hoch. Und? Wie stehst du? Fast gerade. Na, siehste. Willst du langsam los? Ja. Eisen. Ähm. Müssen wir mal die Sachen holen. Wir könnten uns ja mal einziehen. Wird ja langsam ein bisschen kalt oder nicht? Nein, wir lassen uns ins Wasser gleich nochmal. Ja, dann lassen wir uns nochmal ins Wasser gehen. Ich will alles essen. Guck mal, ist das Käse? Ich würde am liebsten die ganzen Flaschen austrinken gerade, weil man schon so warm ist. Ja, das ist gar kein Käse. So, Obst. Bäh. 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 Ekelhaft. Ich will Käse. Ich will... Güros. Güros? Mach ich dir bald wieder. Aber jetzt kostet Kochen leider 20 Nieren. Interessanter. Nieren? Was hast du gesagt? Ja, Nieren. Nieren. Bist du jetzt... Bist du Organhändlerin? Na, hast du mal ne Kochbox gekauft bei Bonus Pitstop? Bist du sehen, wie teuer das alles ist? So teuer mit dem Kochen. Schau, ich weiß nicht, wovon wir Barbara trennen. Was? Ach, wieder mal. Was hat Barbara gerade gesagt? Jo, jetzt! Komm jetzt! Jo, sag ich mal! Was ist los? Komm jetzt, mach! Prima mit ihr! Barbara, warum bist du hier müll? Ich bin müll, werf mich weg! Warum bist du los, Barbara? Nein, lass mich hier. Ich bin ein Müllbeutel. Das bist du gar nicht, Schatz. Oh mein Gott! Was? Was? Bio oder West? Weißt du was? Ich frag gar nicht. Hallo? Ich bin ein Müll. Barbara, jetzt bleib mal stehen. Ich bin ein Müll. Das stimmt doch gar nicht. Was? Was ist denn hier immer so drin? Ciao! Ich bin Frederic Dinkel und ich bin der Geizte! Ne, das geht nicht. Mein Freund ist schon der Geizte. Ne, das kann gar nicht sein. Doch! Weiß ich ja schon, Ben! Doch! Gucken Sie mal an! Da kann keiner mithalten! Glaub ich nicht! Doch, doch! Leider der beste Mann in der Sanddeutsch! Das bin ja ich schon! Nein, das ist ja... Sie sind ein ganz schöner Hektiker! Ich bin überhaupt kein Hektiker! Doch, ein bisschen schon! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Sag ich mal! Ich bin überhaupt kein Hektiker! Der Papa ist kein Hektiker! Sag ich mal! Und wer ist der Papa? Moi! Sag ich mal! Oh, es geht los! Zum Essen! Alkohol! Trinken! Saufen! Ach du Scheiße! Mein Papa ist doch wie ein Pony! Operative Hektik ersetzt geistige Windstille! Oh je! Es tut mir leid, wenn ich deine Gefühle verletzt habe! Ja, es tut mir leid, wenn ich deine Gefühle jemals verletzt habe! Wir können weitergehen! Die vertragen sich gerade wieder! Und ähm... Ach, ich verzeihe dir! Ich mach das nie wieder! Was denn? Deine Gefühle verletzen! Ja, ich... Ja... 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 Okay! Wo denn? Und... Ich werde... Dasselbe auch nicht mehr mit dir machen! Komm mal schnell ins warme Wasser! Machen wir! Warte du! Ist ja wahnsinnig! Ja, irgendwie... Äh... Warte geht's so schnell! Äh... Oh! Oh, ich kotze gleich, wenn wir noch weiterlaufen! Oh ne! Lär mich nicht kotzen! Ne! Deswegen... Ich mach's in Wasser! Mit Gimmer! Mach's nur vor den Filteranlagen, dann ist er schnell weg! Hose aus! Und wir nehmen die als Filter! Oh ja, jetzt zieh mal die Hose aus! Wuhu! Hey, was machst du denn da? Ich bin ein Motorboot! Aber wenn wir aus Masken blasen, dann denken alle, ich hab ins Wasser gepupst! Ja... Ich wollte dich nur verfolgen! Aber ich fahr mal weiter! Oh, Hilfe! Au! Au! Hey, was ist los? Au! Bist du gegen die Wand gebungen? Au, ja! Au, mein Kopf! Ach, was machst du denn? Und du armer! Ach! Ach! Ich schon wieder! Da ging jetzt wohl gerade so ein bisschen einer mit mir durch im Wasser so... Kennst du das? Das kennt dem Manne! Ja! Oh, wie schön die Lichter hier sind! Ich komm nicht drauf klar! So schön hier! Ich will hier nochmal hin! Hey, Lady! Hey, Sir! Ja! Ich werd niemals zulassen, dass sich irgend so ein dahergelaufene Greenhorn irgendwo hin mitnimmt! Dich irgendwie seine Seite zwingt oder dich von mir einfach fortreißt! Das werd ich niemals zulassen! Ja! Was machst du denn dann? Dann... 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 Dann will ich wohl Dinge tun, die ich vorher nie gedacht hätte zu tun! Und was machst du denn? Aber für dich durch alles! Oh nee! Mein Mädchen! Deiner ist drei! Deiner ist deine ich auch! Ja! Awww! Ah! Derry, das ist nicht der richtige Zeitpunkt jetzt hier. Du alte Sau. Was machst du? Das meint, das meint. Derry, das machst du. Was machst du zur Hölle? Ich wollte ein Motorboot. Nein, da macht kein Motorboot, bitte. Nicht jetzt hier sind Leute. Ansonsten kannst du gerne machen, ja. Aber nicht hier jetzt. Warte, Derry, ich muss mich noch mal kurz ins Dicht stellen. Es gibt so einen Film, da gucken die auch immer alle ins Licht und verschwinden dann. Wie? Er hat das Licht, aber du bist eine süße Motte, oder? Was will ich? Du stellst dich mal schön in dieses Licht rein. Nee, kannst du mal ein schönes Foto, mach mal ein Foto von mir. Dein Handy, wo liegt das? Wo liegt das? Ach du Scheiße, habe ich das in meiner Hose? Achso, dann ist es okay. Sag mir, wie sehe ich aus in dem Licht? Lass mal gucken. Du stehst da wie so ein schüchternes kleines Mädchen. Mach mal irgendwie eine... Okay, warte, warte. Komm mal aus dir raus. Ja, warte. Äh. Äh. Oh, ne, warte. Das macht meine Arme so breit. Äh, auch nicht. Äh, oh. Äh, hier. Nee. Ey, yo, da bist du, ähm. Ey, yo. Oh. Ähm. So? Was ist das? Also ich fand das vorher gerade besser. Na ja, ist ja auch egal. Okay. Ach, egal wie du da stehst. Du bist immer die Beste. Ja, jetzt hör mal auf mich die ganze Zeit Honig um den Mund zu schmieren. Ja, ich sag froh, dass nur Honig ist. Ach, Lea, bin ich schon wieder. Äh. Wo geht's denn hier raus? Wo geht's denn hier raus? Wir kommen hier nie wieder weg. Hier ist überall Wasser. Das ist ein Gefängnis. Was brauchen wir denn jetzt? Ich höre mein Handy vom Wein klingeln. Eine geheimnisvolle Grotte. Eine Lustgrotte. Das hört sich nach feuchter Oma-Muschi an. Mit Haaren. Oh, was hast du? Oh. Ja, ja. Du bist da nicht. Du bist da nah. Du bist da nicht. Du bist der nicht. Aua. Du bist der nicht. What the hell? Nein, 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 nein! Ah, sehr schön. Oh, das ist ja mein Fuß. Ein anderer Fuß. Harry? Nein. Ich muss mal am Wasser, glaube ich. Aber nein, dann muss ich... Muss ich pipi? Nein, ich geh nicht ins Wasser. Sonst läuft es einfach. Nein, nein, alles gut. Ich warte, ich wache. Ich pinkel doch nicht weg. Dann mache ich pipi, Harry. Nein, mache ich nicht. Nein, mache ich nicht. Nein, ich habe geblufft. Was machst du? Hey, schau mal, es gibt auch so Bilder. Da gibt es so ein Mittel, das färbt sich, wenn man pipi reinmacht. Welche Farbe? Pink. Oh, das ist ja voll schön. Dann zieh mal die pinke Spur. Das mache ich jeden Monat einmal. Ah, hier. Du hast den Ausgang gefunden, Harry. Gott sei Dank. Jetzt müssen wir aber trotzdem mal unsere... Boah, ist das kalt. Meine Klamotten. Hier liegt dein Hut noch. Oh. Danke. Ah. Ich muss die anderen Sachen mal holen. Komm, lass uns mal noch. Dann können wir noch gleich was trinken. Komm. Ja, gerne. Ja, komm zum Hochzeitsplatz. Ich lege jetzt die Karte. Äh, wir gehen jetzt wahrscheinlich schlafen, Meg. Sie haben morgen einen Termin. Wie du willst, dann, 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 ich werde halt jetzt Karten legen. Wir kommen gleich nochmal kurz vorbei, ja, bis dahin. Ja, behalt euch, ich lege jetzt die Karte. Meckste ich gerade Karten? Ja? Stopp? Da ist wieder so ein schönes Licht. Oh mein Gott. Das ist so schön warm, das Ding. Oh, Sekunde. Ich- Verdammt. Uargh. Ich weiß, niemand von uns war das Handy da vorne aufstehen. Uargh. Ach, Larry, mein Gott. Ach, warte. Du kommst voll bis hier. Geh, einfach weg. So, was jetzt? Also, wir können doch kurz vorne bei den anderen vorbeigehen, die sind da gerade alle, und dann nach Hause fahren, oder? Ja, das kann man so machen, aber dann zieh ich mich auch schon mal an, oder? Ja, Mats, das Material sieht komisch aus, Osana. Zieh die Kaumtiefe wenigstens an. Ach, Mats, so. Ich muss ja erst mal trocknen ein bisschen. Egal. So, was haben wir denn hier? Scheiße, ist alles kalt. Ja, aber kalt ist ja egal, das schmeckt ja trotzdem voll gut. Was ist denn hier? Oh, ich muss mal meine Sturmmasken wieder mitnehmen. So. Ah. Und mein Hochschul. Ah. Hallo, wir sind dich. Hey, ich bin dein und du bist mein. Oh, sind sie öfter? Ah, ist okay, sie mitnehmen, ja, nehmen wir sie mal mit. Oh, ja. So. Ich folg ihn. Daddy. Oh, dann sollen wir nochmal zu den anderen vorher? Ja, nochmal, nochmal Hallo sagen und tschüss. Ja, Hallo sagen und tschüss. Guck, ich bin ein Stier. Äh, oh. Oh, was? Der Kopf war raus gegen die Wand, das ist mein Motto. Pass doch auf. Ich kann nicht. Du stützt gleich. Nein, ich gucke auf den Boden, ich stütze nicht. Ich gucke auf den Boden, der kommt gar nicht näher. Oh. Guck, wie ich das kann. Oh, Jerry, pass auf. Nein. Oh Gott, ist das alles so. Jerry, warte. Jerry, warte mal ganz kurz. Oh, ist wieder ein Licht. Ich glaube, ich sehe bestimmt voll gut in den Licht aus. Oh, du siehst, glaube ich, du siehst so gut aus. Okay, jetzt, Jerry, jetzt, Achtung, jetzt, jetzt mache ich es. Warte, Moment. Ich nenne dich. Was? Lady Motte. Das ist ein schönes Foto von uns, Jerry. Okay. Ja. Warte mal. Oh, super. Also. Ich habe da. Ich höre das Klick in die Hand. Aha. Ja. Okay. Easy go, ja. ach du scheiße wer soll denn fahren ich würde sagen wir schauen wir haben doch gar nicht so weit nach hause ich glaube ich fahr so vorsichtig also wirklich richtig was auch wir fahren ich war die autos raus und party da und dann gehen wir zu fuß man übervorsichtig ich fahre richtig übervorsichtig wir sollten aber nicht fahren ich bin beste fahrerin eu da sandals ist richtig schön und so toll wir ich möchte nicht wissen älter wie wir beide zusammen und noch viel älter das ist aber wirklich geil ich glaube schon ist aber schön ich muss mich hier auf die treten setzen ich bin so langsam entschuldigung ich kann das schon verstehen oh wir haben hier zuviel herzlichen Glückwunsch Nami und Sophie herzlichen Glückwunsch Nami und Sophie herzlichen Glückwunsch was ist denn hier los was ist denn hier los wo sitzt du hallo was machst du denn ich setze mich jetzt auf dich drauf oder auch nicht oh oh mein Gott es ist mir gemütlich also wow es ist mir ziemlich gemütlich Freddy denk an deine Frage und natürlich ich denke an die Frage ich denke auch was denkst du denn jetzt ich denke jetzt an die Frage ich bin mir lass dich von nichts hier ablenken ich mische die Karten und da heute die Sterne vor allem gut stehen genauso wie der Mond es ist nachts mal vor wir sind ich kenne aber keine Namen wir müssen jetzt nochmal mal Frederik sag ich dir euch gut also du willst wissen A oder B wo die Wahrscheinlichkeit höher ist so G oder P ja genau worauf ich mich mehr so weißt du jetzt bei wen wird es höher die Wahrscheinlichkeit höher ist ich denke an deine Frage ja nicht von dem Drogen die du genommen hast ich habe überhaupt nichts genommen nicht an andere Personen nur an die beiden drücken und ich habe dich schon vorbei ist jetzt ein Jahr ich habe noch niemanden getroffen der so sehr nach magie ist tschüss Was? Maggi? Willst du damit sagen, ich bin ein Hülschwein? Ja, bei ihm. Wie kommt ihr denn nach Hause? Boah, mach's gut. Oh ja, tschüss und viel Spaß. Aber wie kommt ihr denn? Nee, was weiß ich. Ach, wir kriegen das schon irgendwie. Wir fragen uns. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ich bereue mich auch immer ruhig. Oh. Wir haben morgen einen Booster-Termin. Oh, ich werd eh jetzt gleich nicht schlafen können. Auch wenn ich jetzt ein bisschen müde bin. Ahahaha, Eloi. Okay, da Pan gleich den Schluss macht, würde ich mich jetzt verziehen. Ich hoffe, es kommt nicht noch mal was dazwischen beim RP. Kappa. Schlaft gut später. Hallo, du Engelchen am Baum. Hallo, du Engelchen am Baum. Ich glaube, es ist ein Traum. Oh, Larry. Hallo, ich sehe Sie mal in Los Santos. Oh. Oh. Oh, was geht denn hin? Töne mal. Ich störe nicht. Gut, wir gehen schon mal. Wir gehen schon mal zum Taxi. Oh, wirklich schön. Taxi? Oh, unser Haut ist mir so hoch. Was bist du denn jetzt immer so? Bist du einfach zugesichtig? Wir sind immer so gemacht. Wir müssen unsere Autos noch hier rausfahren. Ach so, soll ich das vielleicht machen? Ach so, soll ich das vielleicht machen? Ja. Kannst du mein Auto hier vorne irgendwo parken? Das wäre von mir. Also vor dem Tor? Ja. Welches denn? Das ist Lila. Alles klar. Danke. Larry? Du brauchst jemanden, der dein Auto kurz ist. Du musst dein Auto kurz hier rausparken, sonst können wir nicht mehr hier rein. Ja, wirklich schön. Okay. Ich warte hier auf dich. Ja. Hallo. Ariane, pass auf, ja? Ich pass auf. Ja. Wo war meine Tür? Wo war meine Tür? Die war doch dran. Ja. Ist das so? Okay. Ja, also... Was ist denn los? Was sind wir? Mord und Totschlag. Ja, Ariane dachte gerade eben, die Tür wäre weg gewesen, aber das wäre ja wirklich der Wahnsinn gewesen. Ach, meine Kontionummer steht auf dem Sattel. Ich glaube, du hast ein bisschen was gesoffen, Ariane. Ja, ich glaube aber auch, ne? Let's go, der Mann mit dem Hut hinterher, bitte. Heil dich absolut. Heil dich. Klaus, wo ist denn Lila? Ihr könnt schon raus, die Ava ist vorne raus da, ne? Ach so, ja. Dann fahr ich mal, ne? Tschüss, tschüss. Ariane, pass auf, ne? Bring dich auf. Tschüss. Ich hab nicht gefallen. So, Frau Ariane. Ja. Ich hoffe, sie hatten ne schöne Feuer. War richtig geil, war das. Ach, schön. Das war ne richtig fette Sause einfach. Ach, herrje. Was ist denn hier passiert? Oh, wir sind amüsiert. Ja, und sie haben sich also amüsiert, ne? Ich hab mich sehr amüsiert, ja. Schön, 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 schön. Amüsieren Sie sich gleich auch mal. Ja. Ich amüsier mich bestimmt trächtig, ne? Ja. Was sagen Sie, ich muss ganz ansonsten hier davon gehen, ne? So, Peter ist ein Rechtsanwalt, recht schön, aber Hallöchen. Doch mal. Ich muss grad mal eben kurz einen Fahrgast fahren, ne? Jetzt grad, oder was? Hm. Ich hab Angst gedacht. Ja, ich würde dann nach Hause fahren, ne? Ich hab vor mein Nüssel. Ja. Dein was? Mein Schlüssel. Mhm. Bitte schön. Dankeschön. So. Wo müsst ihr denn hin? Ähm, hier vor, bei dir. Also bei Krasse und Back davor. Ach so. Okay, okay. Ich hab sie mitnehmen, ne? Ich komm dann dann, ne? Ich bist neu. Tschüss, tschüss, tschüss. Na Hause fahren mit Eric. Wo musst du denn hin? Ich jetzt? Ja. Frederic möchte nach Hause. Ach so. So, rechts vor, links. Wo muss ich nicht lang fahren? Ähm. Ich kann mal hier. Wollen Sie drinnen bleiben? Ich mach mal hinten die Kindersicherung an, ne? Ja, danke. Boah, ja. Derby, wir schreiben meinen Weg hier links. So. Hier links, oder was? Rechts, 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 rechts. Rechts, rechts rum, Richtung... Folgt den blauen Pfeilen. Oh. Dem Flaus, okay. Ja, vielleicht den Flaus. Hier Richtung Crestenburg an den, äh... Was ist das da vorne? Was ist das? Keine Ahnung, das ist echt komisch. Gerade aus, weiß ich. Kirche, geradeaus. Gerade aus, vor der Kirche. Also dieser Straße folgen. Ja, folgt dem nächsten Fall. Da vorne, da vorne. Genau da. Ja, genau so. Ja. Und jetzt gleich rechts. Ja. Ja. Da, da sind wir schon. Ja. Wie viel macht das? Ach doch. Ja, nix. 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 Ist geschenkt, ist ein Geschenk, ne? Und liebe Grüße an alle, dein Geschenk. Ah, vielen Dank dann nochmal. Ja, sehr gerne. Schönen Abend. Schönen Abend. Tschüss. 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 Harry. Harry. Oh boyu. Bereit? Ich lasse die Treppe runter, das ist fein. Oh, pass auf! Ich bin müde. Ich bin müde. Einfach ins Bett. Bleh. Ja? Kussenschmerzlos. Schmerzlos? Kussenschmerzlos. Ich hab gesagt, Kussenschmerzlos. Mir riecht so. Kussenschmerzlos. Rihanna hat den Schuh im Kopf. Ich warte kurz. Lock aus! Ich will nicht auf dem Möbel auslocken. Ja! So, dann gute Nacht. Und das war zum Bonden jetzt eigentlich. Also Bonding-Zeug. Ihr wisst ja. Das war eigentlich sehr nice. Ich glaube tatsächlich, wir haben... Wir haben echt unsere Bubble. Wir haben eine wunderbare Bubble einfach. Und heute war... Bis auf David, ne? War fast die ganze Bubble eigentlich zusammen. Also sehr, sehr cool. Und das fand ich... Ich fand es sehr, sehr schön heute. Ich fand es schön, dass das heute alles so spontan geklappt hat. Und dass wir wirklich alle so... Das ist halt die Bubble. Das war jetzt Arianes neue Bubble. Sehr, sehr krass. Dann gute Nacht. Äh, nicht gute Nacht. Dann auf YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss! Tschüss!